Nach und nach werden jetzt hier die Rennen gestartet. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel den Start der nächsten Gruppe über die Sprintdistanz mit dabei. In diesem Fall jetzt auch schon die einzelnen Staffeln und das ist natürlich dann typisch. Jetzt sehen wir natürlich auch schön im Hintergrund wie voll es schon ist. Wir erwarten wie im Vorjahr vielleicht sogar mehr als 20.000 Zuschauer am Streckenrand. Jan, wir wollen natürlich jetzt über den Vormittag mit dir vor allem auch für die, die im Triathlon schon zu Hause sind oder es zu Hause sein wollen in Zukunft so ein paar Insights bekommen und auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks mitnehmen von dir. Viele davon verrätst du auch in deinem Blog Pushing Limits. Schwimmen ist natürlich das erste Thema und wenn wir jetzt schon im Wasser sind, können wir natürlich genau darüber sprechen. Gerade diese Startphase, wenn es eng ist, wenn es dicht gedrängt ist, wenn jeder so seinen Platz im Wasser sucht und es ist einfach zu wenig Platz, weil zu viele Beine, Rümpfe und Arme im Weg sind. Was muss man beachten und was sind sage ich mal auch die Gefahren gerade in dieser Startphase des Rennens? Also in so Wettkämpfen mit einem Freiwasserschwimmen, wie wir es jetzt hier auch haben, wo man halt eben nicht in einem Schwimmbecken schwimmt, sondern in einem offenen Gewässer, gibt es natürlich einige Unterschiede, sage ich mal. Und zwar ist es halt so, erstens natürlich, dass man in einem offenen Wasser ist. Das heißt, man kann sich nicht so gut orientieren. Man guckt nach unten, hat keine Linie auf dem Boden, der man entlang schwimmen kann, sondern man blickt so ins Nichts. Hier im Hafen kommt es noch dazu, dass das Wasser jetzt nicht so sauber scheint. Also das ist gesundheitlich unbedenklich vollkommen, aber es ist halt relativ trüb und somit sieht man oft seine eigene Hand vor Augen nicht wirklich beim Schwimmen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man dann halt da irgendwie noch anderthalb Kilometer oder 750 Meter, wie jetzt beim Sprint, schwimmen muss und dann sind oft hunderte Leute um einen rum, dann ist das etwas, da kann man immer viel drüber erzählen und sagen, man muss da ruhig bleiben, man darf sich nicht irritieren lassen, wenn es eng wird, wenn man vielleicht auch mal einen Schlag aufs Bein bekommt, weil niemand meint das böse oder macht das absichtlich. Wenn doch, dann ist er vielleicht ein echter Trottel, aber eigentlich nicht. Da cool zu bleiben ist eine echte Kunst und das ist, da kann man quatschen, wie man will, das muss man eigentlich erst mal gemacht haben, wird man feststellen, fuck, das ist halt schon speziell. Und beim nächsten Mal wird es dann aber deutlich entspannter, weil man feststellt, okay, es ist nicht so wild, wie es sich beim ersten Mal anfühlt. Aber auch bei mir war das beim ersten Mal schon, puh, sag ich mal, da flößt schon Respekt ein, ja. Ihr schaut die Live-Übertragung hier bei LaRache vom T3 Triathlon in Düsseldorf. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und vertiefen dann mit ja genau Glas, worüber wir gerade gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr schaut nach wie vor den T3-Triathlon in Düsseldorf. Unsere Live-Übertragung bis bestimmt 15.30 Uhr, bis hier auch die Bundesliga-Rennen der Damen und Herren im Ziel sind und die Siegerehrungen abgeschlossen. Blick in den Medienhafen und jetzt in den Zielbereich vor dem Düsseldorfer Landtag, dem Amtssitz von Ministerpräsident Laschet. An meiner Seite nach wie vor Jan Peiniger, bekannt durch Pushing Limits, den Triathlon-Block im Netz. Wir haben gerade über das Schwimmen gesprochen. Eine andere Sache ist natürlich die Frage, wie gut muss ich das denn können? Muss es gleich das Kraulen sein? Reicht das Brustschwimmen? Wie bereite ich mich vielleicht auch auf dieses Schwimmen nochmal ganz speziell vor, wenn ich auch vielleicht noch nicht so der erfahrene Profitriathlet bin, so wie das ja auch viele Starter jetzt hier über diese Sprintdistanz hier in Düsseldorf beim T3-Triathlon sind? Also wir haben natürlich ein super breites Spektrum an Athleten da am Start. Und da gibt es dann den, der macht halt seinen ersten Triathlon und will vielleicht einfach nur durchkommen und einen schönen Tag haben. Und dann gibt es natürlich auch die, die halt nach Zeiten jagen. Auch im Hobbybereich gibt es da sehr, sehr ambitionierte Leute, die versuchen alles zu optimieren und fast trainieren wie Profis. Und die haben natürlich ganz andere Sorgen als jemand, der vielleicht seinen ersten Triathlon macht. Aber grundsätzlich muss man sagen, Triathlon ist jetzt auch kein übermenschliches Ding, sondern wenn ich zurückdenke an meinen ersten Triathlon, das war dann im Jahr 2013, da bin ich halt regelmäßig schwimmen gegangen und habe dann versucht, überhaupt erstmal die Distanz durchkrauen zu können, was am Anfang unmöglich war, weil mir dann die Schultern quasi abgefallen sind nach 300 Metern. Aber wenn man dann einfach, weiß ich nicht, mal zweimal die Woche ins Becken geht und einfach mal schwimmt, dann ist das erst rein und dann wird man halt nach ein paar Monaten auch feststellen, man wird diese Distanz bewältigen können. Und dann muss man auch nicht mal unbedingt krautschwimmen. Es ist auch vollkommen okay, wenn man Brust schwimmt, wenn man sagt, da fühlt man sich sicherer, besser und kontrollierter, ist das vollkommen legitim. Und man sollte sich da nicht so eine mentale Hürde aufbauen, dass man denkt, ich muss da jetzt das fancyste Equipment haben oder den tollsten Neoprenanzug oder was weiß ich. Sondern wenn man einfach sich da mal ein bisschen reinhängt und dann das angeht, dann kann das jeder schaffen, auch im Bus schwimmen. Da habe ich gleich nur eine Frage zu. Jetzt aber vielleicht mal, gerade bei dieser Einstellung, auch wenn das Bild ein bisschen hakt, bei der Drohne bitten wir natürlich solche Übertragungshänger zu entschuldigen. Also vom Start weg, der ist jetzt quasi hinter uns links, geht es links unter der Brücke durch, dann hinten eine Schleife durchs Becken vorbei am Hotel und dann nochmal in der Schleife wieder zurück zu dieser Brücke. Hier sind wir beim Zieleinlauf. Nach dem Laufen, das ist schon ein ganzes Stück später, dazwischen hängt noch die Radstrecke. Und auch das, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung von unseren Zuschauern, ist ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Wir haben ganz später noch ab 15.30 Uhr, glaube ich, die Schnupperdistanz. Auch die fährt über die kurze Radstrecke, die später die Elite-Rennen nutzen wird. Das ist eine kurze Schleife über fünf Kilometer. Die Leute, die allerdings die Sprintdistanz und auch die Olympische Distanz in Angriff nehmen, die fahren eine große Schleife, einmal komplett raus über zwei Brücken, nicht nur die Rheinkniebrücke, die immer im Programm mit dabei ist, sondern auch über die Oberkasselerbrücke und dann hinten raus bis zur Messe am Rhein entlang, Sizilienallee, Rotterdamer Straße, das auch Teil des Programms, wo damals der Prolog der Tour de France 2017 entlang führte. Richtig schön gelegen und bei diesem Wetter natürlich doppelt schön. Das Wetter ist ein Stichwort. Im Wasser selbst, hast du schon gesagt, ist es verhältnismäßig warm, so sehr, dass sogar Neopreneinzüge heute nicht erlaubt sind. Wir sprechen jetzt hier noch nicht ganz, aber wir standen eben auch draußen hier vorm Container in der Sonne und haben uns direkt in den Schatten verkrümelt. Wir sprechen hier von Temperaturen, die heute die 30-Mark-Grade-Marke auf jeden Fall überschreiten werden. Welchen Einfluss hat das hier? Also grundsätzlich ist es natürlich, um Sport zu machen, erstmal schon relativ heiß. Im Wasser hat man da jetzt mit keinem Problem. Da ist mit Wassertemperatur 22 Grad kühl trotzdem noch runter, auch wenn es schon dann verboten ist, mit dem Neopreneinzug zu schwimmen. Aber letztendlich ist es jetzt hier noch so, wir haben die Sprintdistanz, die jetzt gerade alle ins Wasser gegangen sind, heute Morgen um 8 Uhr oder gegen 8 Uhr ist dann die Olympische gestartet. Die Distanzen sind dennoch nicht unbedingt so lang, dass man da jetzt vielleicht schon so große Gefahr läuft, sag ich mal, sich einen so schnellen Hitschlag oder sowas zu holen oder so stark zu dehydrieren, dass man in Schwierigkeiten kommen könnte. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich darauf achten, dass man genug Flüssigkeit zuführt und auf jeden Fall auch vorher Sonnencreme aufträgt, die Wasser- und Schweißfest ist. Auch ganz wichtig, sonst ist nämlich die Sonnencreme oder die Wirkung putsch, wenn man aus dem Wasser rauskommt und davor, wo man sich eigentlich schützen wollte, kann man sich nicht mehr schützen. Ansonsten aber klar, auch wie immer, nach Durst trinken und gucken, dass man gut hydriert bleibt. Aber letztendlich ist es, ich sag mal, bei der Olympischen Distanz, wenn es dann selbst da Richtung mal drei Stunden, dreieinhalb Stunden oder so geht, je nachdem, wie lang die Leute unterwegs sind, ist jetzt noch nicht so lang, dass man da Gefahr läuft, so schnell der Sonne zum Opfer zu fallen eigentlich. Sehr schön. Und da gab es übrigens auch schon noch ganz andere Erfahrungen, die ich persönlich machen durfte, irgendwie in Frankfurt beim Iron Man mit knapp 40 Grad. Und auf der Distanz war das dann doch schon eine spannende Nummer mit der Temperatur. Aber selbst da, wenn man clever es managt und darauf achtet, dass man sich nicht selbstbewusst in Gefahr bringt und auch zum Beispiel ein bisschen Salz und Elektrolyte zuführt mit den Getränken oder halt den Energy Gills, die man da ja hauptsächlich nutzt, dass man eben nicht auch Gefahr läuft, eine sogenannte Wasservergiftung zu bekommen. Das Fachwort, dazu fällt mir das gerade nicht ein, irgendwas mit Hyperno. Ja, aber Wasservergiftung klingt schon mal strange. Genau. Und zwar ist es tatsächlich da passiert, dass ein Teilnehmer daran später gestorben ist, weil wenn man zu viel trinkt und gar keine Mineralien und Elektrolyte zu sich nimmt, dann ist es so, dass der Körper dann so unterversorgt ist mit diesen Mineralien, dass sich dann irgendwann die Zellwände oder sowas, irgendwie hört es auf, auf jeden Fall das zelluläre System vernünftig zu funktionieren und dann schwillt das Gehirn an und dann kann das zu Ende gehen. Also es ist auf jeden Fall, wenn man super viel trinkt, vielleicht doch unabhängig jetzt mit dem Blick auf die nächsten Tage, die ultraheiß werden, oder wenn man viel trinkt, immer gucken, dass man auch auf jeden Fall Elektrolyte zu sich nimmt. Und weil dann kann es andersrum auch gefährlich werden sonst. Aber nicht, nicht hier und heute sehe ich nicht diese Gefahr. Das wollen wir inständig hoffen. Der T3 Triathlon in Düsseldorf, ein Highlight im Wettkampfkalender der Sportstadt Düsseldorf. Wir hatten schon den Metro Marathon hier in der Stadt. Wir haben auch den Judo Grand Slam hier in der Stadt gehabt, das PSD Bank Meeting, Leichtathletik der Topklasse, unter dem Hallendach, das nun kleiner Auszug oder die U19 Champions Trophy, eines der bestbesetzten Jugendfußballturniere. Also hier in der Stadt wird viel geboten und der Triathlon erzieht natürlich, wir haben es eben schon erwähnt, mehr als 20.000 Zuschauer. Viele natürlich auch hier, gerade im Schwimmbereich, wo aktuell die dritte Gruppe über die Sprintdistanz am Start ist. Und wer sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennt im Triathlon, wird sich fragen, Moment mal, es gibt da diese vielen Distanzen, über die die beiden Jans da gerade quatschen. Schnupperdistanz, Sprintdistanz, Olympische Distanz, was ist das eigentlich? Vielleicht können wir noch mal einen Überblick geben, Jan. Genau, also fangen wir vielleicht einfach mal von kurz nach lang an. Da ist die kürzeste Distanz heute, ist die Schnupperdistanz. Das ist jetzt keine, sag ich mal, superoffizielle Distanz, die jetzt in irgendwelchen Ligen oder so in der Regel absolviert wird, sondern das ist wirklich zum Reinschnuppern. Da reden wir hier über 200 Meter Schwimmen. Das ist, wenn man von diesem Ponton, den wir dann auch schon ein paar Mal gesehen haben, einfach direkt geradeaus bis zum Aufstieg quasi schwimmt. 200 Meter im offenen Wasser, dann reden wir über 10,4 Kilometer Radfahren. Also kleine Runde, immer über die Brücke und wieder zurück so ungefähr. Und dann 2,125 Kilometer Lauf, also knapp zwei Kilometer Laufen. Und das ist dann wirklich einfach mal so eine Schnupperdistanz. Die gibt es mittlerweile bei relativ vielen Veranstaltungen, ob die jetzt genauso lang ist oder nicht, aber so wirklich, dass man einfach mal reinschmackern kann. Aus meiner Sicht, jeder, der sich ein bisschen Sport macht und ein paar Wochen auf sowas vorbereitet, kann sowas eigentlich machen. Aber wenn wir dann weitergehen und dann auch zu den Distanzen kommen, die halt auch dann wirklich im Wettkampfformat ausgübt werden, dann ist das nächste die Sprintdistanz. Da reden wir über 750 Meter Schwimmen. Das, was wir jetzt auch gerade dann im Bild gesehen haben bei den Starts, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und dann wird es ein bisschen länger. Dann sprechen wir von der sogenannten Olympischen Distanz, wie man dann vielleicht auch schon an sich denken kann, ist das die Distanz, die bei den zum Beispiel Olympischen Spielen absolviert wird. Da reden wir über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Da wird es dann schon langsam so, dass das selbst die Einzeldisziplinen vielleicht dann schon ein bisschen Training bedürfen in diesen Distanzen. Und da geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache. Das sind die Distanzen, die wir hier heute haben. Aber das ist da natürlich noch nicht alles insgesamt. Denn es gibt noch längere. Es gibt noch längere. Wenn man halt jetzt, sage ich mal, so Triathlon aus der Historie kennt, dann denkt vielleicht jeder vielleicht irgendwie an den Ironman auf Hawaii zum Beispiel. Und dazwischen gibt es noch eine sogenannte Mitteldistanz oder Halbdistanz. Da reden wir dann über 1,9 Kilometer Schwimmen bei der Halbdistanz, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen, also ein Halbmarathon. Das ist der halbe Ironman sozusagen. Und dann gibt es die Langdistanz oder eben die Ironman Distanz. Und da sprechen wir dann über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Das ist dann der Marathon am Ende. Und das ist das, was man halt auch mit diesen Bildern von Hawaii aus Kona da auf Big Island verbindet. Wo deutsche Athleten in den vergangenen Jahren keine ganz so schlechte Figur gemacht haben. Wir sind zum ersten Mal auch kameratechnisch hier auf der Radstrecke. Wer sich in Düsseldorf nicht ganz so gut auskennt, ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen. Schönste Stadt der Welt, versteht sich von selbst. Und wir sind hier auch in einem der schönsten Stadtteile rund um den Medienhafen. Unterbilk, der Stadtteil. Im Hintergrund der imposante Rheinturm, der auch höher und schöner ist als der in Köln beispielsweise. Und den Landtag, wo wir ehrlich gesagt auch gerade sitzen auf der Landtagswiese, direkt vor dem NRW-Landtag. Hier sind wir das erste Mal unter der Rheinkniebrücke. Und das ist genau die Rampe, die jetzt hier diese Athleten hochjagen, wo es hochgeht. Auf eben jene Brücke, einmal quer über den Rhein. Und wir haben es erwähnt, die Sprintdistanzler fahren eine große Schleife, biegen dann hinter dieser Brücke, genau das, was wir jetzt erleben, einmal rüber und danach rechts ab. Und dann geht es am Rheinufer entlang bis zur nächsten Brücke. Es gibt ja jede Menge in Düsseldorf und dann über die Oberkasta. Das ist natürlich auch immer beim Marathon ein Thema. Brücken, windanfällig, es gibt die Rampe. Wie sehr zieht das Energie aus dem Körper, wenn man da hoch muss und da rüber muss? Rampen sind natürlich immer fies, auf dem Rad geht jetzt aber noch. Da gibt es ja auch dann verschiedene Meinungen dazu, was ist eine schwere Radstrecke oder nicht. Oder was darf sich eine Radstrecke nennen? Da müsste dann eine gewisse Anzahl an Höhenmetern so ungefähr drin sein für manche, sonst hat man da ja nichts geleistet. Gibt es Leute, die sagen sowas? Da ist jetzt nicht so viel hier in Düsseldorf. Nicht so viel, genau. Von daher würde ich mal sagen, sind die Brücken jetzt erstmal mit dem Radfahren relativ zu vernachlässigen. Aber klar, es kostet natürlich Geschwindigkeit, weil das Radfahren, wie es im Triathlon stattfindet, wenn es nicht außerhalb der Liga ist, dann ist es auch so, dass das Windschattenfahren verboten ist. Das heißt, man muss einen Abstand von zwölf Metern von Vorderrad zu Vorderrad haben und lassen, sodass man halt nicht direkt vom Windschatten des Vordermanns profitiert. Das heißt, jeder soll für sich alleine fahren. Und da ist es dann natürlich so, wenn man dann alleine fährt und dann geht man gerne in eine aerodynamische Position, dann kosten so Brücken halt Rhythmus und man muss aus einer Position raus und das macht natürlich langsamer. Aber ansonsten spielen die Brücken da jetzt nicht so eine große Rolle, außer dass der Wind, der dann manchmal von der Seite reinfegt, dass man da ein bisschen aufpassen sollte und sich nicht quer über die Straße pusten lassen sollte von selbigen. Wir sind auf der, einige Düsseldorfer würden sagen, falschen Rheinseite. Hier geht es durch die Stadtteile Ober- und Niederkassel, über den Kaiser-Wilhelm-Ring. Wunderschön und auch sündhaft teure Wohngegend, weil man eben den Blick direkt auf, im Übrigen auch viele Schafherden hat, die dort vorne auf den Rheinwiesen Gras fressen. Also es ist richtig schön gelegen. Ich weiß nicht, du kommst ja auch aus Düsseldorf, Jan. Rheinkilmes, größte Kirmes am Rhein, bald auch wieder, genau dort vorne unten, hier zur Rechten, am Ufer, kann auch was. Kann bestimmt was. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Kirmesgänger. Von daher findet man mich da nicht unbedingt in den Zelten der lokal ansässigen Brauereien wieder. Aber definitiv ja eine große Attraktion hier in der Stadt, wenn es auch nicht unbedingt meine Welt ist. Das ist okay. Deine vielleicht. Nein, die meiner Frau. So, jetzt geht es hier über die Oberkasseler Brücke zurück. Zur Linken gleich, wenn das Bild, ja, jetzt hängt es ein bisschen. Das ist von unserer Motorrad-Cam, die wir hier im Einsatz haben. Zur Linken wäre dann gleich die Tonhalle gekommen. Großer Konzertsaal, auch sehr schön hier in Düsseldorf. Auch toll gelegen, direkt am Rhein neben der Oberkasseler Brücke. Und dann eben, wie wir eben erwähnt haben, wenn man einmal über die Oberkasseler Brücke hinweg ist, links am Rhein entlang, dann auch wieder auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite. Und dann bis hinten durch zur Arena, zur Messe. Die liegen ja direkt nebeneinander. Dort wird dann eine Spitzkehre gefahren. Und dann geht es wieder zurück bis hier runter in den Düsseldorfer Medienhafen. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Part, oder das ist definitiv der Part, wo die Athleten, die sogenannte Aerodynamik-Fetischisten sind, ihren Spaß haben. Denn da ist es dann flach, da geht es ja nur geradeaus. Und wir haben es gerade auch schon mal gesehen, oder sehen Sie jetzt immer wieder auch auf den Bildern. Jetzt sind wir wieder bei der Oberkasseler Brücke, genau. Dass die Athleten da auch zum Auflieger, auf dem Lenker quasi liegen. Und das ist dem geschuldet, dass man damit halt versucht, in eine möglichst aerodynamische Position zu kommen. Weil halt, wenn man eben nicht in einer Gruppe fährt und vom Windschatten des Vordermanns profitieren kann, der Luftwiderstand einfach der größte Widerstand ist, den man zu bewältigen hat. Und da ist es dann halt so, dass es teilweise sehr, sehr teure Zeitfahrmaschinen nennt es sich, wie man es vielleicht von der Tour de France beim Zeitfahren auch kennt, gibt, die halt wirklich darauf optimiert sind, dass man da möglichst wenig Luftwiderstand hat und möglichst schnell mitfahren kann. Auch vielleicht ein Ding, was vielleicht den einen oder anderen dann abschreckt, mit der brauche ich so ein mega teures Fahrrad und dann haben die hier alle so mega fancy Equipment am Start und die geben da tausende, zehntausende Euros aus für ihre Geräte. Das kann geil sein, das kann richtig Spaß machen, muss es aber nicht. Also ich habe ja auch diverse Stadträder, Leihräder habe ich in der Wechselzone gesehen und mit denen kann man auch so ein Triathlon machen. Das hier ist aber dann schon eher für Fortgeschrittene, auch wenn ich da den Helm sehe. Genau. Aber diese Aeroposition oder Aero, also wie man es aussprechen will, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, was dann unbedingt jetzt grammatikalisch oder semantisch richtig ist. Die Luftschnittigkeitsposition ist auf jeden Fall ein Thema und wir haben einen kleinen Clip dazu vorbereitet. Würden wir uns mal anschauen, inwiefern das tatsächlich ein Thema ist und was man da alles so beachten kann und muss. Der Rücken ist jetzt relativ flach. Da wichtig ist, dass ... Ja, aber er ist ja in die Weltspitze. Wir reden jetzt nicht vom Kindergartengeburtstag. Dann muss der Kopf runter und da muss man jetzt halt noch einen Helm abstimmen. Der heißt, der Kopf muss so runter und die Schultern kann man so nach vorne machen. Das ist aktives Radfahren, weil dann wird der da viel schmäler. Und da muss man jetzt noch schauen, was für einen Helm passt dann da gut rein. Und dann ist es nächstes, wenn er den Lenker weiter runter macht, dass er schneller wird. Manchmal macht man ihn in Lenker zwei Zentimeter höher, einen Zentimeter länger und die Aerodynamik ist besser. Ja, das hat ja ... Dann nehme ich immer das, wo praktisch bequemer ist und genauso schnell. Also man kann einen Sattel so testen, das zeige ich euch noch mal. Wenn er jetzt am Aufsatz liegt, muss er den Kopf halten können. Das ist der Beckenmuskeltest, ne? Da unten ist der Aufschalter, dann kann ich ihn killen. Und wenn jetzt den Sattel einen Millimeter mit der Spitze runter macht, dann kann ich ihn killen. Weil wir haben ihn gestern einen Millimeter höher gemacht, weil vorher in der scheinbar waagerechten Stellung hat er nicht gepasst. Und jetzt habe ich die Spitze angekommen. Weiter wie vorher. Draufsetzen. Und jetzt ist der Druck weniger von, seht ihr das? Ja. Jetzt hat er die roten Punkte weg, obwohl ich nur die Spitze hochgemacht habe. Und jeder macht ihn runter und das hilft nichts. Alright. Ihr schaut nach wie vor den T3 Triathlon. Interessante Einblicke. Und dann mit Sebastian Reinwand. Jan, wir müssen drüber sprechen, weil wenn jetzt jemand sich für Triathlon interessiert, sagt, oh, das sieht eigentlich ganz nice aus, was seit Düsseldorf abgeht, würde ich auch mal gern mitmachen. Und dann kommt dieser Einspieler und da steht jemand mit seinem ganz normalen Citybike und denkt sich, ich habe ja nicht so einen Windkanal, wo ich mal irgendwie testen kann, wie ich da am besten drauf sitze. Das kann ja schon abschreckend wirken. Kannst du ein bisschen die Furcht nehmen oder ist sie berechtigt? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also Triathlon generell wirkt vielleicht erstmal vielleicht auch ein bisschen Respekteinflussend abschreckend auf den einen oder anderen, weil man eben so viel, man sieht so viel Equipment, man sieht diese Anzüge, man sieht die Fahrräder, man sieht Aero-Helme, man sieht Leute, die Gürtel tragen, wo überall Gels dran sind. Und dann sieht da einer vielleicht auch ein bisschen verbissen aus. Aber das ist alles einfach, wenn man das wirklich sehr emotioniert betreibt, kann man das alles machen, muss man aber nicht. Ich finde es immer sehr sympathisch. Genau, aber auch Trainingsschlachten, das ist ja das gleiche, Equipment-Training. Ich finde es immer sehr sympathisch, wenn man halt auch mal möglichst viele Stadt- oder Cityräder oder sogar Leihräder in der Wechselzone sieht und sieht ja auch damit kann man einfach 20 Kilometer Rad fahren. Wieso auch nicht? Und man muss sich dafür auch nicht schämen oder sich blöd vorkommen, ganz im Gegenteil. Sondern das ist ja so und ich finde das toll und die Möglichkeit da einfach das auch mal zu machen. Und wenn man halt in der Badehose schwimmt, wieso denn nicht? Wenn man nicht dreht, also schwimmt man in der Badehose, dann zieht man sich halt ein T-Shirt in der Wechselzone an, wechselt zur Not noch komplett die Hose, zieht eine Radhose noch an und fährt dann eine runde Rad ganz locker weg in seinen Möglichkeiten, ohne dass das ein Problem ist. Und beim Laufen das Gleiche. Zur Not bei meinem ersten Triathlon habe ich mich zweimal komplett umgezogen. Wieso auch nicht? Und das würde ich heute jetzt nicht mehr machen, weil man irgendwie ein bisschen weiter ist, auch in dem wie in allen Bereichen im Leben, die es gibt, wo man sich entwickelt und vielleicht dann ambitionierter wird. Aber dass man jetzt deswegen sagen würde oder man verliert vielleicht auch den Respekt vor dem ersten Mal dabei, in keinster Weise. Also ich finde es toll, wenn da auch Leute am Start sind, die das nicht so auf die Kacke hauen, sage ich mal. Wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen und wir sind bei denen, die schon eben ein bisschen ambitionierter beim Triathlon mit dabei sind. Und wir sprechen über Equipment. An welcher Stelle macht es am meisten Sinn, aus deiner Sicht zu investieren? Was bringt vielleicht auch die meiste Zeit? Genau. Also wenn man dann anfängt, das Ganze ein bisschen ambitionierter zu betreiben. Haben wir zum Beispiel gerade den Fritz Buchstaller gesehen im Beitrag. Eine absolute Koryphäe im Bereich Bikefitting. Und wenn man dann vielleicht auch vor hat, mal eine Olympische zu machen oder vielleicht mal sogar eine Mitteldistanz, verbringt man ja immer mehr Zeit auf dem Rad. Auch proportional gesehen zu den anderen Disziplinen. Und da kann es dann zum Beispiel absolut Sinn machen, wenn man dann, selbst wenn es ein einfaches Rennrad ist, sage ich mal für sowas, oder auch ein anderes Rad, mal das Geld in die Hand zu nehmen und zum Beispiel so ein Bikefitting machen zu lassen, wie beim Fritz. Weil das ist halt was, da hat man was von, da wird dafür gesorgt, dass die Muskulatur nicht zumacht und dass man dann einfach bequemer auf dem Rad sitzt, ohne dass man da hinterher, weiß ich nicht, mit dem Rückenschaden runter steigert. Also das kann schon sinnvoll sein. Ansonsten brauche ich nicht viel. Ich brauche eine Badehose, ein T-Shirt, ein Fahrrad. Ich brauche nicht mal Radschuh unbedingt. Ich kann auch mit meinen Laufschuhen einfach aufs Rad gehen. Klar, wenn ich jetzt Klickschuhe habe, bringt das natürlich auf dem Rad nochmal deutlich mehr, weil ich einen direkteren Druck habe auf dem Pedal. Und dann brauche ich ein Fahrrad und Laufschuhe und das war es. Also so einfach kann es sein. Und man kann aber auch sehr viel mehr Geld ausgeben und investieren. Da gibt es, wie bei vielen anderen Sportarten auch höchstwahrscheinlich keine Grenzen nach oben. Das ist jetzt mal ein bisschen offenerer Blick hier auf den Zielbereich. Im Hintergrund dieses UFO-artige Gebäude. Das ist der Düsseldorfer Landtag. Und vielleicht können wir nochmal auf die Radstrecke schalten, weil da können wir genau erkennen, dass das Motorrad jetzt hinten genau an der Messe ist, an dem Wendepunkt. Und das ist genau der Punkt, wo man dann eben abbiegt vom Rhein weg, nach rechts kurz nochmal in Richtung Stadt fährt und nach wenigen hundert Metern dann eben wendet. Dann geht es wieder zurück an den Rhein, links weg und dann wieder zurück in Richtung der Brücken. Das nur für euch auch zu Hause, dass man ja eine grobe Vorstellung bekommt, wie eben diese Radstrecke aussieht. Später, wenn wir über die Elite-Rennen sprechen, über die Bundesliga-Rennen, dann sprechen wir über einen ganz engen und eng gehaltenen Stadtkurs hier direkt rund um den Medienhafen. Das ist dann eine Fünf-Kilometer-Schleife, die natürlich viermal gefahren wird von der Elite. Ne, zweimal gefahren wird, richtig? Zweimal, ja klar. Wir sprechen über zehn Kilometer. Zweimal und dann geht es eben hier direkt wieder in den Medienhafen rein und dann in die Wechselzone zum Laufen. Wobei, wahrscheinlich sogar doch viermal. Sie fahren ja auch 20 Kilometer im Sprint. Aber ich weiß nicht, wie lange jetzt die Runde ist. Fünf Kilometer, sagst du? Fünf Kilometer. Ja, dann werden sie die viermal fahren. Viermal, genau. Ja, dann haben wir es doch richtig. Ja, viermal, ja, genau. Da wird es natürlich ein bisschen anders aussehen, weil in der Liga ist es dann so, in der Bundesliga, dass man Windschatten fahren darf. Das heißt, man darf in Gruppen fahren. Das heißt, die fahren dann auch nicht auf solchen Triathlon-Rädern mit so einem Auflieger oder halt spezielle sogar Räder, sondern die fahren mit klassischen Rennrädern. Die sind dann strenger reglementiert. Und da wird dann halt in Gruppen gefahren. Da wird man dann auch sehen, dass es auf dem Rad halt dann auch ordentlich Action abgeht, was Positionswechsel und so weiter angeht. Das hat man dann im Hobby-Rennen hier natürlich so nicht. Da fährt jeder für sich. Da wird auch mal der Ellbogen mit benutzt. Das kann gut sein. Ich war nie in der Situation, dass ich mal ein Liga-Rennen gemacht habe, oder geschweige denn überhaupt in der Bundesliga. Um Gottes Willen, da bin ich weit von entfernt. Aber da kann später der Gregor Buchholz ja noch kommen und dann hier mit dir weitermachen. Wenn die Bundesliga, der kann dir da alles zu erzählen, denn der hat ja da auch auf höchstem Niveau international das Ganze gemacht. Wir sind hier direkt am Düsseldorfer Kongresszentrum. Die Messe Düsseldorf, das ist jetzt der angesprochene Wendepunkt. Und ihr schaut nach wie vor auf die Fahrer. Das wird jetzt hier mehrheitlich Sprintdistanz eben sein. Wenn auch jemand hier auf der Olympischen Distanz unterwegs ist auf dem Radteil, dann wäre er ziemlich gemütlich unterwegs, sagen wir es mal so. Und die Messe auch Austragungsort in der vergangenen Woche gewesen. Anderes Highlight hier in der Sportstadt Düsseldorf. Fecht Europameisterschaften. Gestern unter anderem noch mit dem Gold für die deutschen Männer im Säbelfechten. Also jede Menge geboten. Heute allerdings beschäftigen wir uns mit der neunten Auflage des T3 Triathlon. Mittlerweile ein fester Bestandteil im Düsseldorfer Wettkampfkalender. Und das haben wir zum Beginn unserer Betragung schon mal angedeutet. Diese Strecke hier ist auch rein optisch und rein atmosphärisch schon etwas Besonderes, Jan. Oder tragen wir da jetzt zu groß auf und versprühen zu viel Lokalkolorit? Ich glaube nicht. Also die ist definitiv etwas Besonderes, weil es halt, wie gesagt, wie am Anfang schon relativ selten ist, dass man so direkt in so einer großen Stadt auch mal so Events hat. Und auch jetzt die Strecke da hoch, die wir jetzt auch gerade sehen, die dann da auch dann am Rheinpark vorbeigeht und dann am Rheinufer. Das ist halt schön grün. Da hat man die Bäume. Da sind wir sonst auch gerne mal spazieren. Und dann gehen da jetzt einfach in eine schöne Gegend. Der Rheinpark ist wunderschön. Und die Straße da ist wirklich astrein. Der Asphalt ist perfekt. Das macht richtig Spaß da Rad zu fahren. Und wenn die Strecke dann gesperrt ist für die Autos und man da ganz alleine ist, dann macht das schon richtig Bock da zu fahren definitiv. Das ist im Übrigen jetzt nicht hier auf der Straße selbst, sondern zu unserer Linken dort unter den Bäumen direkt am Rhein entlang auch eine beliebte Radstrecke. Wenn der hier ansässige Fußballverein zum Beispiel spielt, Fortuna Düsseldorf, die Arena, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ist hinten rechts durch. Und dann fahren natürlich viele Düsseldorfer auch gerne, weil die Strecke eben schön ist, gerade bei Sonnenschein mit dem Rad hier links entlang. Dann ist die Strecke rot-weiß gesund. Auch das kann optisch einiges. Es geht jetzt hier vorbei an noch dem Düsseldorfer Yachtclub. Gleich kommen noch die Rheinterrassen, beliebte Veranstaltungsgebäude in Düsseldorf. Und dann kommen wir tatsächlich auch an dem Rheinwiesen vorbei. Rheinwiesen, super beliebt bei den Düsseldorfern, gerade in dieser Jahreszeit, weil das eben eine große Rasenfläche ist, die öffentlich zugänglich ist, wo auch gegrillt werden darf im Sommer, wo man mit der ganzen Familie eben mit einer Picknickdecke sich niederlassen kann. Hat immer eine schöne leichte Brise vom Rhein und eine wunderschöne Aussicht und eben viele große Weiten. Auch die Müllthematik ist dort deutlich verbessert worden. Hier sehen wir das jetzt da zu Linken. Seht ihr auch schon die vielen Mülltonnen. Also das ist jetzt mittlerweile richtig nice da, gerade natürlich bei so einem Wetter wie jetzt, sich niederzulassen. Und wenn wir in Richtung Nachmittag gehen, bin ich mir sicher, dass wir dort auch den ein oder anderen Grillnachmittag der Großfamilie durchaus erkennen werden können. Und das kann übrigens richtig fies sein, wenn du dann, egal ob es hinterher an der Laufstrecke oder auf der Radschrecke ist und du gibst da alles und bist am Leiden. Und dann hast du so einen schönen leichten Würstchen oder Steak oder Grill gehoben in der Nase und denkst, ja verdammt. Irgendwie habe ich hier heute die falsche Priorität gesetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht. Oder man freut sich besonders auf die Belohnung nachher. Aber das kann schon mal echt fies sein. Ein ganz netter Nebeneffekt auch noch. Da wird auch häufig Fußball gezockt auf dem Wesen. Es ist tatsächlich eine feste Runde, gerade Sonntags geht es ab. Fußball auf den Rheinwiesen ist eine Düsseldorfer Institution. Da kann man sogar einfach vorbeikommen, mitmachen und ist tatsächlich sehr beliebt. Also da werden dann mehrere Fußballfelder nebeneinander kurzerhand aufgestellt mit so Klapptoren. Bist du da am Start? Nee, aber ich habe da schon mal jede Menge Leute spielen sehen. Letztens habe ich es gesehen, das war aber weiter hinten Richtung Nordpark. Ist auch direkt an der Radschrecke gelesen. Da wurde Cricket gespielt. Im großen Stil. Ja, die Black Caps. Und die sind tatsächlich sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erste Bundesliga aufgestiegen. Ja, das ist dann allerdings noch weiter durch jetzt. Also hier, wenn ihr jetzt geradeaus fahren würdet, ganz hinten rechts. Habt ihr mal den kurzen Düsseldorfer Crashkurs von uns frei aus bekommen. Alles an der Triathlon Strecke. Ja, genau. So ein verbindendes Thema sozusagen. Absolut. So, wir sind jetzt auf dem Rad. Ihr könnt davon ausgehen, dass das hier einer ist, der über die Sprintdistanz am Start ist. Das heißt, der fährt auch dann 20 Kilometer auf dem Rad, so wie das auch später die Elite-Teilnehmer machen werden. Aber eben eine lange Schleife. Und er hat es jetzt schon fast hinter sich gebracht. Wir sehen da auch gewisse Geschwindigkeitsunterschiede. Und wir sehen, dass sich dort keiner hinten an den Vordermann dranhängt. Denn, das nochmal zur Verdeutlichung, Windschatten hier ist verboten. Genau. Und meistens ist es dann so, dass wenn man ein Motorrad von hinten kommt, dass man sieht, wie alle auf einmal so erpicht darauf sind, die Abstände doch ganz akkurat einzuhalten. Weil man dann vielleicht annimmt, dass der ein oder andere Kampfrichter vielleicht auf dem Motorrad dann auch von hinten kommt. Und das wird halt auch bestraft ansonsten, wenn man dagegen verstößt. Nichtsdestotrotz ist es gerade bei den längeren Triathlon-Distanzen immer wieder ein Problem, dass die Leute es da mit der Fairness manchmal nicht ganz so ernst nehmen, was dann immer sehr schade ist. Aber hier sehen wir wunderbar, die Abstände stimmen hier alle. Da ist keiner so übertrieben ego-ehrgeizig, sag ich mal, dass er das macht. So zumindest wie das, was wir hier gerade sehen. Dort vorne links der Sitz der Firma Stockheim in Düsseldorf. Ganz interessantes Thema. Stockheim unterstützt ein lokales Team aus Sportlern, unterschiedlichster Couleur, Beachvolleyballer, Ruderinnen, Hockeyspielerinnen, Tischtennisspieler, unter anderem Timo Woll, die im Stockheim-Team Düsseldorf von der Stadt und mit der Unterstützung der Firma Stockheim unterstützt werden auf ihrem Weg nach Tokio 2020. Und heute, das bringt mich direkt hier zu diesem Thema, auf der Sprintdistanz auch eine Stockheim-Staffel mit dabei, mit Unternehmensführerin Carla Stockheim und dem Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst, der später dann beim Laufen mit am Start sein wird. Und im Wasser dazu noch, um die Staffel zu kompletieren, eine Dame aus dem Deutsch-Japanischen Wirtschaftsforum, so dass man quasi auch den Bogen gespannt hat zwischen Deutschland, Düsseldorf und eben Japan, wo die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden würden und wo auch Triathleten an Stand sein werden. Richtig, ganz genau. Da, also wie wir auch schon von der olympischen Distanz wissen, ist Triathlon eine olympische Sportart. Noch nicht ganz so lange, aber haben da ja auch schon mit Jan Frodeno einen Olympiasieger am Start hier aus Deutschland und der ja mittlerweile dann auch super erfolgreich auf der langen Distanz ist. Frodo, Herr der Ringe. Genau, Frodo, Herr der Ringe. Der hat jetzt so alles gewonnen mittlerweile, was man gewinnen kann, nicht nur die olympischen Spieler, dass er da olympiasieger geworden ist, sondern auch schon zweifacher Ironman-Weltmeister auf Hawaii geworden. Und auf der Halbdistanz, also der hat so ungefähr alles abgeräumt, was man abräumen kann. Und ja, Richtung 2020 wird es da auch nochmal spannend. Und da ist mein neues Lieblingsformat, was zum ersten Mal glaube ich auch olympisch ist, das wird der Gregor später noch genauer wissen, ist die Mixed Relay Staffel. Weil das ist so ein ganz kurzes Rennen, so ungefähr so wie hier die Schnupperdistanz, nur dass sie dann viermal hintereinander immer abwechselnd Mann-Frau-Mann-Frau gemacht wird und in der Non-Stop-Übergabe. Das ist natürlich mega cool. Und da geht es richtig ab und das ist eine ganz kurze Distanz und das ist richtig unterhaltsam. Und da geht es darum, dass wir natürlich als deutsches Team auch dabei sind in Tokio. Ja. Darüber werden wir natürlich später noch sprechen, wenn auch der ein oder andere Teilnehmer hier bei den Elite-Rennen mit am Start ist. Nicht nur was deutsche Aussichten angeht, wenn wir über den Sportkameraden Murray aus Südafrika sprechen, dann haben wir natürlich auch einen Olympiavierten hier nachher mit bei den Männern als Top-Favoriten im Start. Der natürlich auch Tokio 2020 nicht nur das und das Podest dort fest im Blick hat. Ihr schaut den T3 Triathlon in Düsseldorf. Ein Highlight im Wettkampf-Kalender dieser Stadt. Für euch am Mikrofon Jan Wochner und an meiner Seite Jan Peiniger, bekannt vom Blog im Netz Pushing Limits. Klickt euch gerne mal rein. Pushing Limits. Da erfahrt ihr jede Menge über alle Aspekte des Triathlons. Und was ganz interessant war, als ich heute morgen beim Frühstücksmüsli mich mal durchgeklickt habe, du schreibst dort viel über Digitalisierung im Sport und im Triathlonsport. Über den Cyborg mit Pulsuhren und was es alles gibt. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich ganz interessant fand. Wie digital muss man denn sein, wenn man diesen Sport etwas professioneller angeht? Also da haben wir wieder ein ganz breites Spektrum und auch da sind natürlich die Triathleten anfällig für Equipment. Nicht nur für teure Räder, sondern auch für jede Menge Technik, Gadgets und die Auswertung. Vor allem wenn man nicht so fleißig beim Training macht. Dann muss man es ja irgendwo wieder gut machen. Vielleicht sagt man oft Carbon statt Kondition. Aber klar, Technik, Gadgets, ich habe einen digitalen Hintergrund eigentlich, wo ich herkomme, so ein bisschen aus der Digitalbranche und da habe ich auch eine gewisse Leidenschaft für diese ganzen Technologien und bin technologiebegeistert und da passiert natürlich so unfassbar viel. Auch gerade in den letzten Jahren und im Moment immer noch. Was halt Metriken angeht, also Herzfrequenzmessung am Handgelenk von jeder Uhr ist ja mittlerweile irgendwie so Standard. Und dass die auch dann GPS hat und dass man damit laufen geht und man dann weiß, wie schnell man ist und wie hoch die Herzfrequenz ist. Also Sachen, die ja spannend sind, die man alle nicht unbedingt braucht, aber die ja auch irgendwie vielleicht Freude spenden können und wenn man dann im ambitionierten Bereich unterwegs ist, auch durchaus und definitiv helfen können, das Training zu steuern. Also wahrscheinlich hat im Triathlon, im ambitionierten Bereich wirklich jeder auf jeden Fall eine Uhr, die Puls misst und GPS. Aber dann geht es natürlich weiter. Dann gibt es fürs Fahrrad sogenannte Leistungsmesser, die dir halt dann auch sagen, wie viel Watt als Einheit für Leistung du gerade erbringst und du darüber zum Beispiel deine Geschwindigkeit steuern kannst und deine Leistungsfähigkeit einschätzen kannst. Und das geht weiter und weiter und weiter. Da habe ich gleich noch ein paar Fragen zu, aber um es mit den rheinischen Worten zu fassen, Watt machen wir jetzt? Werbung. Und das geht wieder… 3 … Delete… … … … … … … – … … Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist der Wert, das ist der Wert, wie man vielleicht so vom Auto oder so mal kennt, das ist der spezifische Luftwiderstand von einem selbst dann und dass man den dann live ermitteln kann, auch direkt auf seinem Radcomputer sehen kann über so ein Gadget. Bis zum nächsten Mal. 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 Genau. Ich vermute, jetzt werden wir ihn leider verlassen. Ja, hier sind wir schon einen Schritt weiter. Nehmen wir an, dass wir dieselbe Person hat, seinen Helm abgesetzt, Laufschuhe angezogen, im Einteiler unterwegs. Die Startnummer muss dann nach vorne gedreht werden. Auf dem Rad trägt man sie hinten. Deswegen trägt man auch immer ein Startnummern-Band und macht das nicht mit Sicherheitsnadeln oder so fest, wie man es vom Laufen kennt, weil man die Nummer dann nach vorne drehen muss. Und dann geht es ab auf die Laufstrecke. Ja, aber definitiv verpasst man auch mal seinen Wechselplatz. Und ich mache es dann immer so, dass wenn ich dann mein Rad eingecheckt habe und weiß, da bin ich, dass ich dann zum Eingang der Wechselzone gehe und dann einfach die Strecke, die ich sonst mit dem Rad im Wettkampf auch entlangkomme, einfach einmal abgehe und mir dann irgendwie versuche, was Markantes einzubringen, wo ich sage, okay, hier links steht ungefähr mein Rad. Und wenn ich dann vielleicht ein besonders buntes Rad habe, ist es vielleicht auch schnell zu finden. Ansonsten orientiere ich mich dann einfach an so einem Punkt und gehe den vielleicht sogar zweimal ab, je nachdem, wie ernst ich oder wie unsäglich ich da bin. Und dann sollte ich mein Rad eigentlich ganz gut wiederfinden. Aber es gibt auch schon Leute, die auch schon den kompletten Lauf zum Beispiel mit Radhelmen aufgelaufen sind. Vergessen haben, wie ein Helm abzusetzen. Du darfst auch mit deinem Radhelm laufen. Also so ist das nicht. Ja, jeder wie er mag. Wenn du stolpern solltest, bist du nicht so schnell bewusstlos. Genau. Wir haben jetzt eben hier diesen einen Läufer gesehen, der sich dann in Bewegung gesetzt hat, aus der Wechselzone heraus auf die Laufstrecke. Wir sind jetzt hier nochmal zum Ende der großen Radschleife, die die olympische Distanz heute Morgen zweimal gefahren ist, um eben auf die betreffenden 40 Kilometer zu kommen. Hier ist ja wieder unser Läufer. Der befindet sich jetzt gerade hier im, wie wir es so nennen, das Handelshafen. Da sehen wir auch noch diese typischen Kran-Elemente, die belassen worden sind, die verbunden worden sind mit wirklich topmodernen Gebäuden, mit wirklich stylischen Restaurants, auch für die etwas dickeren Portemonnaies. Da zahlt man dem einen oder anderen mehr eben auch den einen oder anderen Euro mehr. Aber das Ganze ist natürlich super schön, häufig auch mit Terrassen, mit Blick auf das Hafenbecken. Ich glaube, hier geht es am Bococchino vorbei, ein Italiener, der eben auch so eine große, lange Terrasse mit Blick direkt in den Hafen hat. Und dann eben immer wieder diese Kran-Elemente. Das heißt, natürlich wird der Hafen jetzt nicht mehr klassisch genutzt als Handelshafen, so wie das ursprünglich mal angelegt worden war. Aber das Moderne und das Traditionelle, Industrielle sind hier verbunden worden und verleihen dem Hafen seinen ganz besonderen Charme. So, und dann geht es eben über diese Matte, komplett durch den unteren Handelshafen in Richtung Rheinturm, direkt am Rhein entlang. Genau, wir sehen da auch diesen blauen Teppich. Das ist nämlich auch der Weg, den die Athleten nehmen, wenn die vom Schwimmen in die Wechselzone kommen, zu einem großen Teil. Und da liegt dann dieser Teppich, weil man halt vom Schwimmen in der Regel barfuß kommt. Und da ist es dann nicht so angenehm, wenn man da was Kopfsteinpflaster oder eventuell auch eine Kiesstrecke oder so muss mit nacken Füßen. So, und dann geht es nämlich genau hier ein Stück weit weg vom Rhein, aber nicht wirklich, nur um eben auf die asphaltierte Straße zu kommen, beziehungsweise auf den Gehweg daneben. Da rechts sehen wir die Gerribauten. Da seht ihr schon, wie architektonisch kompliziert oder elegant oder exquisit und außergewöhnlich das Ganze gebaut worden ist mit diesen hervorstehenden Fenstern. Gleich kommt auch dieses silberne Gebäude, das wirklich zu einem Markenzeichen Düsseldorfs geworden ist. Ja, und wir sehen ja jetzt auch, die Athleten gehen jetzt halt hier auf die Laufstrecke und dann sind wir ja eben in der Sprintdistanz. Und wenn man die Sprintdistanz ambitioniert betreibt und dann vom Übergang vom Rad von aufs Laufen, der definitiv auch erstmal wieder ein besonderer ist. Ja, da hätte ich gleich auch noch ein paar Fragen zu. Vielleicht aber generell, bei der Sprintdistanz ist es halt so, wenn man die ambitioniert betreibt, und ich habe bisher erst eine einzige Sprintdistanz in meinem Leben gemacht, alles andere war immer länger, und das war für mich echt anstrengender und härter als vielleicht die eine oder andere Mitteldistanz, so zumindest gefühlt, weil man immer akut in einem so hohen Belastungsbereich ist, wenn man wirklich richtig Gas geben will, dass selbst die fünf Kilometer laufen am Ende zu einer richtigen Herausforderung werden können. Du hast eben darüber gesprochen, dass die Wechsel so etwas wie die vierte Disziplin im Triathlon sind. Jetzt hat man gewechselt und startet gerade, nachdem man eine monotone Belastung in einer Disziplin hatte. Wir haben das eben beim Schwimmen gesehen, haben das auch thematisiert, wie die Athletinnen und Athleten so ein bisschen nach vorne fast wegkippen und von den Helfern eben aus dem Wasser gestützt in Richtung Treppe begleitet worden sind. Da merkt man natürlich, das ist ein Anpassungsprozess. Jetzt hat man den zweiten Wechsel und kommt vom Rad, wo man eben monoton gestrampelt ist und muss auf einmal laufen. Ganz andere Muskelgruppen werden ja beansprucht. Welcher Wechsel ist für den menschlichen Körper, trotz Training meinetwegen, vielleicht der anspruchsvollere? Was ist schwerer? Sie haben beide so ihre Eigenarten. Beim Schwimmen ist es halt so, oder nach dem Schwimmen ist es so, wenn man halt wieder in die Aufrechte muss, dass erstmal überhaupt das Blut, was sich dann irgendwie so ein bisschen im Körper verteilt hat, und erstmal absackt, weil man hoch geht. Das heißt, der Puls geht in der Regel immer sehr intensiv nach oben. Oft ist es auch so, dass sogar die ersten Meter nach dem Schwimmausstieg, wenn man mal auf so eine Pulsmessung guckt, dann die höchste, dass man die höchste Herzrückgrenze an dieser Stelle hat. Also wenn man zum Beispiel diese erste Treppe hoch, da geht der Puls teilweise ab 180 richtig hoch, weil es für den Körper erstmal so anstrengend ist, dass das Blut wieder richtig im Körper zu verteilen. Aber das ist natürlich motorisch und nicht ansatzweise so anstrengend und kompliziert, wie der Wechsel vom Radfahren aufs Laufen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen allerersten Wechsel vom Radfahren zum Laufen. Und da war es halt so, das war dann in den Hagen, da kam ich vom Rad 40 Kilometer, man ist die ganze Zeit vorgebeugt, fährt, gibt Gas, wie man kann und dann steigst du vom Rad ab und denkst so, die brechen gleich die Beine unter dir weg und die sacken einfach zusammen, weil das halt anfühlt, als würde man über so Matratzen laufen oder so. Du hast halt einfach überhaupt kein Gefühl für den Boden. Und das ist definitiv was, wo du halt aus dieser extrem vorgebeugten Position vom Rad kommst, dann die Aufrechter, wo du irgendwie wieder den Hüftbeuger da erstmal wieder ein bisschen in Position bringen musst, den Bewegungslauf auf reinkriegen. Das kann extrem unangenehm sein und sollte man auf jeden Fall ein paar Mal gerne trainieren. Bevor man vielleicht seinen ersten Triathlon in Angriff nimmt. Stichwort Koppeltraining. Stichwort Koppeltraining, ganz genau. Falls ihr in Düsseldorf und Umgebung wohnt und noch eine portable Klimaanlage zu verleihen habt, wir nehmen gerne hier was an in unserem Container. Also ich bin bereit eigentlich für den nächsten Aufguss, weil der ist hier problemlos möglich. Wir haben sogar die Rollläden hier runtergezogen, aber trotzdem eine Bullenhitze und das gilt natürlich nicht nur hier für unseren Container. Wir müssen das ab, aber auch die Athleten hier unten auf der Strecke und wir sehen das jetzt, wie es hier am Rheinbecken weiter vorbei geht in Richtung... Sind sie schon am Rheinturm vorbei oder sind sie genau auf Höhe des Rheinturms? Ich glaube, der müsste jetzt gleich zu linken auftauchen. Genau. Ja, also die haben natürlich auch... Hier ist es noch ganz schön, weil hier sind wir bei dieser jungen Dame auch im Schatten, aber dann geht es jetzt gleich wieder unter die pralle Mittagssonne. Genau, aber glücklicherweise gibt es ja einige Stellen, die immer so ein bisschen so im Halbschatten sind und das ist dann ja auch ganz angenehm. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, mache ich es eigentlich immer ganz gerne, dass ich dann, wenn es so warm ist, zumindest eine Käppi trage, weil ich immer ganz gerne zumindest im Gesicht ein bisschen Schatten habe. Ja. Ja, also wenn ihr hier wirklich aus der Region kommt, müsst ihr euch natürlich nicht das Ganze im Livestream angucken, außer ihr habt zu Hause vielleicht irgendwie ein schönes Planschbecken, wo ihr jetzt die Füße reinstellt, aber auch hier unten auf der Landtagswiese, genau hier rund um den Zielbereich, ist es wirklich schön, denn die Veranstalter haben in diesem Jahr das Ganze auch noch mal ein bisschen auf breitere Beine gestellt. Wir haben, man kann das schon fast sagen, eine Triathlon-Messe hier direkt hinter diesen Pappwänden im Zielbereich. Das heißt, jede Menge Aussteller, die unterschiedlich das Equipment, was Jan eben natürlich teilweise auch schon erwähnt hat, von Nice-to-have über ein Must-have, also hier wird jede Menge ausgestellt, hier gibt es auch ordentlich Verpflegung und natürlich später den Blick auf die Elite-Rennen für eure Sonntagnachmittagsplanung. Gregor Buchholz ist auch schon hier gleich für den Kommentar der Elite-Rennen eingetroffen, macht sich draußen noch ein bisschen warm. Ein paar Sprechübungen, 13 Uhr Start der Bundesliga-Damen und um 14.30 Uhr dann die Bundesliga-Herren. Beide Rennen versprechen sehr viel Spannung, zumindest was die Einzelplatzierung angeht. Aber auch da werden wir später noch mal drüber sprechen, wie spannend es möglicherweise in der Teamwertung wird. Für alle, die voll im Thema drin sind, Buschütten natürlich bei den Damen und bei den Herren klar favorisiert, aber im vergangenen Jahr in Düsseldorf bei ähnlichen Temperaturen wie heute in beiden Geschlechterkategorien nicht siegreich und das grenzt an ein kleines Wunder in der Sportart Triathlon und gerade in der Bitburger 0,0 Bundesliga. Mal gucken, was Gregor später dazu sagt, er ist ja selbst für Buschütten gestartet und da wird er auf jeden Fall alle Einblicke haben, die man braucht. Absolut, das werden wir erfahren. More to come, also hier vom T3-Triathlon in Düsseldorf an meiner Seite. Weiter Jan Peiniger. Wie steht das bei dir persönlich? Du hast eben erwähnt, du hast schon viele Triathlon-Distanzen über die etwas längeren Strecken absolviert. Eine Sprint. Was steht bei dir als aktuell im Fokus? Aktuell im Fokus steht bei mir leider, dass ich mich darum kümmere, meinen Fersensporn loszuwerden. den ich mir wahrscheinlich zugesogen habe, weil ich mir im Januar eigentlich, dachte ich, eine witzige Challenge gesetzt habe, nämlich jeden Tag laufen zu gehen. Leider hätte ich mich auch mal ein bisschen mehr um die Nachbereitung des Laufens, sprich die Regeneration und das ordentliche Dehnen und die Anwendung der Blackroll bemühen sollen. Und jetzt kämpfe ich mich im Moment leider so ein bisschen ab an diesem Fersensporn, der eine etwas langwierige Geschichte ist. Aber nichtsdestotrotz geht es mir gut und ab und zu geht Radfahren. Und im Moment ist es mehr Kraft, Kraft, Form, Erhalt und Gewicht, Erhalt. Dazu mehr zu lesen auch in Jans Blog. Pushing Limits im Netz für euch. So, kurzer Chat mit der Regie. Ich habe hier einen Einspieler zum Thema Ernährung, Kursdistanz, was, warum, wie viel. Den hatten wir noch irgendwie hier auf dem Plan. Wollen wir den noch spielen? Sieht so aus. Wir schauen weiter aufs Ziel, weiter auf Zieleinläufe der Athleten und Athletinnen, die über die olympische Distanz oder viel wahrscheinlicher mittlerweile über die Sprintdistanz hier ins Ziel kommen. Den Einspiel machen wir später oder nicht. Zu viel versprochen. Jetzt schauen wir erstmal wieder hier auf die angesprochene Wechselzone. Da sind wir hier auf der Keistraße, direkt mittendrin im Medienhafen und sehen hier eben diese Stange, an der dann die Räder entsprechend aufgehangen werden oder aufgehangen sind, je nachdem, ob man gerade kommt oder geht. Sieht manchmal relativ chaotisch aus, vor allem, wenn dann auch so das Rennen dann noch bevorsteht, wenn gerade die Leute noch dabei sind, sich vorzubereiten oder wie jetzt dann auch, dass schon einige fertig sind und dann anfangen, ihre Sachen zusammenzupacken und wenn dann noch Staffeln dazukommen, dann hat man ja noch einen Übergabepunkt und so weiter. Manchmal sieht das ein bisschen chaotisch aus, aber am Ende ist da jeder für seinen eigenen Platz verantwortlich. Hier gibt es auch keine weiteren Regeln anscheinend, außer, also hier liegt ja alles an den Rädern selbst. Das unterscheidet sich manchmal von Wettkampf zu Wettkampf. Manchmal gibt es Boxen, manchmal gibt es aber auch sogenannte Wechselzelte, wo man dann davor Wechselbeutel hat, wo alle Sachen zum Wechseln rein müssen. Man darf sich dann nicht am Rad selber umziehen, sondern wechselt dann die Klamotten alle in einem Zelt und läuft dann nur zu seinem Rad und schnappt sich das. Also da gibt es auch von Wettkampf zu Wettkampf Unterschiede. Hier haben wir jetzt mal den Blick. Wir sind jetzt hier direkt neben dem Rheinturm, neben dem Landtag und sind mal ein bisschen in luftigen Höhlen unterwegs. Ja, das wird ja der Kran sein, der direkt neben uns steht vermutlich mal. Ja. Und ich finde es auch total schön, dass es in diesem Jahr das Ziel hier direkt am Landtag ist, an der Messe, denn das war ja sonst immer anders. Und so hat man hier alles so richtig schön zusammen und ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Ja. Der Landtag, das ist dort hinten im rechten Bildausschnitt. Wir haben es eben schon mal Untertasse, UFO, Schüssel genannt. Wie man auch will, könnt ihr euch gerne auch noch mal im Netz reinziehen. Ist schon ein sehr markantes Gebäude. So ein bisschen aus der Zeit gefallen gefühlt, aber passt ganz gut rein hier in das Ambiente rund um den Rheinhaffen und diese Landtagswiese, wie hat es tatsächlich in sich, weil die ist der Öffentlichkeit natürlich viel eher zugänglich und auch sehr gut nutzbar für Veranstaltungen wie diese. Wir haben es eben erwähnt, hier auch die Triathlon-Messe direkt neben unserem Container, der auch direkt hier am Ziel steht und nach wie vor mächtig heiß ist. Ja, und auch da kann man sich jetzt vielleicht noch die Frage stellen, weil wir sehen ja immer mal wieder Bilder von Leuten, die ins Ziel kommen und dann sehen wir auf einmal wieder Bilder aus der Wechselzone, wie Leute da ihre Räder reinschreiben und denken, wieso sind einige noch am Radfahren oder gerade dabei damit fertig zu werden und andere kommen schon ins Ziel. Es ist natürlich so, dass jetzt verteilt über den ganzen Vormittag hier schon Startgruppen waren und dass es eben nicht so ist, wie jetzt bei einem Marathon oder so, wo ein Startschuss ist. Klar, selbst da verzögert sich das dann, aber dann gibt es einen Zieleinlauf, sondern hier gibt es permanent Zieleinläufe sozusagen und am Ende startet man halt hier jeder für sich alleine, so ungefähr alleine mit ganz vielen gemeinsamen und das Erlebnis zu teilen, aber es gibt nicht den einen Zieleinlauf hier bei den breiten Sportrennen. Von daher will jeder einzeln im Ziel gefeiert werden. Man kann jederzeit noch vorbeikommen und im Ziel klatschen. Ja, mehr als 20.000 Zuschauer werden auch heute wieder hier am Rand erwartet bei diesen wirklich traumhaften Bedingungen. Top-Wetter, vielleicht schon fast einen Tick zu heiß, aber Jan hat das eben erwähnt, über die Distanzen, die hier beim T3 Triathlon zum Programm zählen, ist das auf jeden Fall noch im Bereich des Machbaren, ganz sicher. Das gilt für die Ernährung fast genauso wie auch für die Hitze. Auch da sind die Distanzen prinzipiell jetzt noch nicht so lang, dass man unbedingt was zu sich nehmen müsste, um das überhaupt durchzustehen. Aber klar, wenn man natürlich maximal leistungsfähig sein will, dann sollte man natürlich gucken, dass man irgendwie seine Energiespeicher möglichst voll hält und das bedeutet halt, dass man sich dann auf jeden Fall auch bei der Olympischen und vielleicht auch beim Sprint dann mal mit dem einen oder anderen Energy-Gel oder einem Energy- also kohlenhydratreichen Gel oder Trink ein bisschen über Wasser hält und so dafür sorgt, dass genug Zucker im System ist, um ordentlich einen raushauen zu können. Wenn jetzt jemand hier, sagen wir mal Spaß, ein bisschen bekommt, weil wir haben ja wieder die junge Dame, die ist jetzt schon deutlich weiter, was das Laufen angeht und gleich im Ziel. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick darauf werfen, was Anfänger, Leute, die vielleicht erst einen Triathlon gelaufen sind oder noch gar keinen gelaufen sind und die sagen, Mensch, das finde ich cool, Sport vor so einer Kälisse zu machen, dann das reizt mich. Wie viel, würdest du sagen, wenn wir jetzt nicht über die Schnupperdistanz, sondern mindestens über die Sprint- oder Olympische Distanz, über die man an den Start gehen will, wie viel Training muss man vorab investieren, um so etwas wirklich machen zu können, dass man auch ein bisschen Spaß an der Sache hat und nicht danach komplett komatös ist. Also ich kann das ja immer nur so ein bisschen aus meiner Sicht der Dinge natürlich noch schildern. Ja, gerne, dafür bist du ja hier. Auch von dem, wie ich es damals angegangen bin und ich bin halt relativ regelmäßig gelaufen, bevor ich den Gedanken hatte, mit Triathlon anzufangen und hatte da schon mal einen Halbmarathon gemacht. Müsste jetzt aber nicht mehr unbedingt sein, aber wenn man irgendwie in der Lage ist, halt, sagen wir mal, wenn man Joggen geht zum Beispiel und einfach in der Lage ist, mal eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde Joggen zu gehen, was für ein Tempo auch immer, dann hat man sicherlich eigentlich keinen mehr allzu großen Schritt zu machen, in dem Sinne, dass man sagen kann, ich gehe es jetzt einfach mal an. Und wenn man dann sagt, ja, dann gehe ich jetzt halt für die nächsten drei Monate mal zweimal die Woche schwimmen, sofern man dann überhaupt der Schwimmens mächtig ist, klar, das ist natürlich wichtig, weil man sollte sich nicht irgendwie gefährden oder wenn man jetzt nicht Schwimmer ist, sollte man auf jeden Fall schwimmen können. Aber egal, ob jetzt Brust oder Kraul, kann man machen. Ich glaube, ich war vor meinem ersten Triathlon achtmal schwimmen. Vielleicht zehn. Würde ich mal sagen. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt und es hat auch viel Spaß gemacht. Und beim Radfahren ist es ähnlich, wenn man jetzt des Radfahrens mächtig ist und weiß, wie man nicht vom Fahrrad fällt und einfach Fahrrad fahren kann. Ich habe mir dann damals ein einfaches Rennrad gekauft gehabt, auch ein günstiges, und bin dann, ich glaube, drei, vier Mal wirklich trainingsmäßig Rad gefahren vor meinem ersten Triathlon. Da bin ich einmal, ich habe eine olympische Distanz als erstes gemacht und bin dann, glaube ich, einmal 50 Kilometer gefahren und alles andere war so 20, 30, 40 Kilometer vielleicht. Und das war vollkommen okay. Und dann kann man das machen. Und da muss man jetzt auch nicht Angst vorhaben vor dem ganzen Unterfangen oder denken, das geht irgendwie nicht. Weil wenn man ein bisschen fit ist und keine Bange hat vor den eigenen einzelnen Disziplinen, dann kann man das machen. Kann das jeder machen. Kann ich nur zu raten. Einfach mal probieren, wenn man denn die Lust verspürt. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung. Und jetzt sind wir direkt im posanten Reinturm. Oben gibt es ein Restaurant. Ja, tatsächlich. In luftiger Höhe. Und das Schöne, dieses Restaurant dreht sich auch. Das heißt, während eines klassischen Abendessens in Zweisam, Dreisam oder Viersamkeit bekommt man einmal die komplette Stadt präsentiert, ohne sich bewegen zu müssen. Es könnte sogar sein, dass man das komplette Rennen von da verfolgen könnte. Ich glaube, man müsste die ganze Strecke sehen können von da. Ja. Vielleicht direkt was direkt unterm Reinturm. Das könnte, obwohl die Fenster sind auch angewinkelt. Wäre vielleicht was für den nächstjährigen Happy-Bereich oder so. Ja, oder für den nächstjährigen Kommentatoren. Ja, oder so. Da kriegen wir nur noch ein Fernglas. So, und da hinten sehen wir dann auch, dass dort natürlich eine Anlegestelle ist. Direkt in diesem Hafenbecken für Sport- und Freizeitboote. Da haben wir aber auch gerade gesehen, da hat jemand richtig Spaß. Da wird gelächelt. Das ist natürlich immer das Allerwichtigste. Und die sammelt ordentlich Leute ein auf der Strecke, die junge Dame. So soll es sein. Vor allem mit dem Spaß dabei. Das ist das, was man natürlich nicht vergessen sollte. Jetzt sehen wir, dass beim Laufen natürlich die Leistungsunterschiede echt mächtig sind. Das gibt es natürlich auch im Schwimmen und das gibt es auch im Radfahren. Trotzdem spricht man davon, dass das Laufen die wichtigste Disziplin sei, was am Ende die Finalzeit angeht. Ist das zu hoch gefasst im Sinne wichtigste Disziplin? Oder, weil ich meine, die anderen spielen natürlich auch eine kräftige Rolle, nicht nur was die Zeit angeht, sondern natürlich auch was die körperliche Verfassung angeht, mit der man ins Laufen startet. Also, ich sag mal, jein. Das Laufen spielt, sag ich mal, vor allem bei den Bundesliga-Rennen zum Beispiel eine sehr große Rolle, weil da eben in Gruppenrad gefahren wird. Und man auf dem Rad sich nicht so einfach absetzen oder sich da differenzieren kann oder Akzente setzen kann, wie man es beim Laufen kann. Das wird aber heute sehr interessant, gerade bei den Männern zu sehen, weil wir hier natürlich nicht nur einen Local Hero haben, Ruben Cipunke, ehemaliger Radprofi, der angekündigt hat, im Rad alles rauszuhauen, was in ihm steckt, auch wenn er dann beim Laufen möglicherweise hinten raus ein bisschen abkackt. Aber ich bin sehr gespannt, ob der wegkommt und welche Zeitunterschiede der hier mit so einer richtigen Radshow irgendwie bewerkstelligen kann. Für die Spannung und für die Unterhaltung ist das immer gut, wenn irgendjemand dabei ist, der auf dem Rad alle zersägen will. Dann kommt ordentlich Stimmung in die Bude. Und ansonsten ist es aber wahrscheinlich bei den Hobbyathleten so, dass, oder andersrum, umso länger die Triathlon-Distanz wird, umso größer wird die Rolle des Radfahrens eigentlich. Klar, am Ende geht es natürlich dann beim Radfahren darum, ich sag mal, Energiemanagement zu betreiben, sodass man auch noch vernünftig laufen kann. Man wird da feststellen, dass wenn man sich auch auf 40 Kilometern voll aus dem Leben gescheppert hat auf dem Rad und dann versucht, zehn Kilometer zu laufen, dass das ganz schön schwierig werden kann und dass natürlich am Ende das Laufen das Härteste wird, weil da halt die Körner dann einem irgendwann ausgehen werden. und deswegen ist es, am Ende muss man irgendwie alles können und das ist ja irgendwie so bei den Triathleten so, man kann alles ein bisschen, aber so nichts richtiges und hat irgendwie natürlich auch so seine eigenen Schwerpunkte oder seine eigenen Schwerden. Du bist nicht der erste Triathlet, der das sagt, ja. Und deswegen ist es ja am Ende immer so ein, ich sag mal, ein Management des körperlichen Verfalls über die verschiedenen Distanzen, um clever zu sein und das so hinzukriegen, dass die Gesamtheit am Ende möglichst gering ist natürlich. Es gibt ja auch so ein paar Kandidaten, die wir später in den Bundesliga-Rennen sehen, die den Spitznamen oder auch das komplette Profil als Kämpfer haben. Kommen wir später nochmal zu, kann man auch einige Geschichten gerade nach dem ersten Rennen mit Stürzen und dann eben entsprechend krassen Laufleistungen nach hinten raus erzählen. Inwieweit muss man ein Kämpfer sein oder inwieweit erleichtert das das Ganze? Ein Kämpfer sein hilft auf jeden Fall ungemein, vor allem hier auf diesen kürzeren Distanzen, weil da ist es halt auch so, dass man oft, wenn man dann wirklich an seine Grenzen geht in Bereichen läuft, wo halt einfach die Beine brennen, weil man da schon wirklich Laktat produziert. Das sind dann, Geschwindigkeiten sind relativ hoch im Vergleich zu wieder den längeren Distanzen, wo man eher clever sein muss. Kämpfer sein hilft immer und sich über so eine Schwelle hinüber hieven zu können und auch nicht aufzugeben, weil man eigentlich weiß, was man kann. Das hilft immer, aber umso länger die Distanz wird, umso cleverer muss ich sein, was so Pacing, also mich auch mal zu zügeln zu können, zum Beispiel auf dem Rad. Wenn ich jetzt einen Ironman mache und ich kann mich auf dem Rad nicht zügeln, dann wird das hinterher auf dem Marathon echt zäh und kann richtig in die Hose gehen, dann kann es da zum Wandertag werden, wie man dann sagt, wenn man nicht clever genug ist. Auf den kurzen Distanzen ist es oft all out, die ganze Zeit und da muss man dann kämpfen. Aber damit wir uns richtig verstehen, wenn wir jetzt wieder bei Anfängern sind, wir springen jetzt ein bisschen umher, aber versuchen natürlich für jeden ein bisschen das Thema abzudecken, es ist kein Beinbruch, auch mal ein paar Meter zu gehen. Auf gar keinen Fall. Also passiert. Und ich bin oft genug auch selber schon gegangen und gerade dann an die Verpflegungsstationen, also da, dass man denkt, gerade umso länger der Wettkampf wird, ob man da jetzt 20 Sekunden liegen lässt und dann lieber nochmal sich vernünftig wieder auffüllt mit Flüssigkeit und vielleicht auch Energie und dann weiterläuft. Also da bricht keinem einen Zacken aus der Krone. Da selbst den ganz großen, selbst, weiß ich nicht, Jan Frodeno, ich erinnere mich, als er seinen ersten Ironman gemacht hat in Frankfurt, wo er auch dauernd Gehpausen gemacht hat, weil er halt auch mal Krämpfe hatte. Hat er sich die rausgedehnt, ist er gegangen, ist dann weitergelaufen. Der wird dann halt trotzdem noch dritter in so einem Rennen. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Das ist dann vielleicht der Unterschied, aber ja. Aber trotzdem, da bricht keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man mal ein paar Meter geht. Jan Frodeno muss man sich ja jetzt vielleicht auch nicht zumindest für den Anfang als ultimatives Vorbild nehmen. Und auch er hatte schon seine tiefe Momente in Wettkämpfen. Da ist er vor zwei Jahren in Kona, da sich seinen Rücken so zugezogen hat. Nach dem Radfahren ist er halt dann auch den Marathon quasi nach Hause gewandert. Und auch der bringt es dann zu Ende. Und hat viel Respekt dafür bekommen, von allen. Und viel Respekt auch dafür bekommen, dass er auf dem Weg zum Beispiel Patrick Lange noch angefeuert hat und gute Worte mitgegeben hat. Einen echten Konkurrenten, das muss man natürlich auch sagen, wo es um viel Prestige geht, was das innerdeutsche Duell zum Beispiel da angeht. Aber natürlich auch ein Duell auf Weltklasse-Niveau in der Weltspitze. Ja, definitiv. Ich stelle mir das auch dann nicht einfach vor. Ich war noch nie in der Situation, ich werde auch nie in der Situation sein, um irgendeinen Titel in irgendeiner Art und Weise zu kämpfen. Aber dann, wenn man für sich selbst das Rennen abgeschrieben hat, dann trotzdem die anderen auch noch weiter zu pushen, ist natürlich auch eine gute Sache. Und wir sprechen davon, dass Weltklasse-Athleten wie Frodeno sich nicht eben nur zwei, drei Wochen auf so einen Wettkampf, da ist die ganze Saison darauf abgestimmt, eben zu diesem Highlight dann entsprechend Top-Niveau zu erreichen. Das aber nur ein kleiner Exkurs am Rande. Wir sind wieder auf der Laufstrecke. Wir sind in Düsseldorf beim T3. Ihr erkennt es oben rechts am großen Symbol. Ihr könnt gerne auch mal ins Netz gehen, T3 Triathlon mit der eigenen Seite vertreten. Dort zum Beispiel könnt ihr auch über die Namenssuche euren Liebsten, eurer Liebste, euren Kumpel, eure Kumpeline tracken im Sinne von eingeben und dann könnt ihr heute Nachmittag dort die Zeiten checken, falls ihr nicht direkt in Kontakt steht. Das ist möglich. Alle weiteren Infos dort auch oder eben über dtu-info.de die Seite der Deutschen Triathlon-Union. Auch dort gibt es jede Menge Infos, gerade auch, was die Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga angeht und die anstehenden Elite-Rennen der Damen und Herren. Wir sind immer noch bei den Zieleinläufen. Mittlerweile sollten die meisten über die Olympische Distanz im Ziel sein. je nachdem, wann sie gestartet sind, vielleicht auch noch nicht, aber die allermeisten, die jetzt ins Ziel kommen, sind sicherlich über die Sprintdistanz gestartet, zwischen 10 und 10.30 Uhr. Da müssen jetzt die Ersten langsam kommen, oder? Was haben wir? Wir haben, was haben wir denn jetzt? Dann sind die jetzt Stunde 15 gleich unterwegs, die letzten Jahre. Also die, da werden, ich sag mal, die Ersten von der letzten Startgruppe werden schon im Ziel sein. Da ist man gut, um eine Stunde rum ist man eigentlich dann fertig mit so einem Sprint. Genau, und die aus den ersten Startgruppen sind auf jeden Fall mehrheitlich dann jetzt auch in Richtung Ziel oder schon im Ziel angekommen. Ja. Wir übertragen auf jeden Fall noch den ganzen Nachmittag für euch natürlich dann auch die anstehenden Elite-Rennen. machen aber jetzt eine kurze Pause und hören uns gleich wieder aus Düsseldorf. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bittburger 0,0 So gut kann Erfrischung schmecken. Isotonisch, vitaminhaltig und mit 0,0% Alkohol. Und deshalb bitte ein Bitt. Zurück in Düsseldorf T3 Triathlon. Ihr schaut den Livestream bei La Rasch. Wir sind noch bis zum Schluss hier in Düsseldorf für euch am Start. Soll heißen, wir freuen uns natürlich vor allem auch auf den Start in der Bittburger in der Bittburger 0,0%. Triathlon-Bundesliga. Damen und Herren Elite am Start für eure Nachmittagsplanung. Wir wiederholen das gerne, damit ihr uns auf keinen Fall laufen geht und in Richtung Badesee abbiegt. 13 Uhr die Damen am Start und ab 14.30 Uhr dann die Herren. Das Ganze natürlich auch mit ordentlich deutscher Beteiligung, aber auch internationalen Spitzenläuferinnen und Läufern und Athleten ganz generell. Nicht nur im Laufbereich, auch auf der Radstrecke erwarten wir uns jede Menge Action und Jan, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, diese Schwimmstrecke hier im Rheinbecken. Gerade auch bei dem Wasserstand, den wir jetzt haben. Das ist fast drei Meter höher als vergangenes Jahr, wo wir diesen Rekordsommer und dann entsprechend auch Wassernotstand hatten. Das ist schon geil, man ist schon nah dran. Ja, das ist schon echt ziemlich cool auch zum Zugucken, definitiv, weil gerade wenn man sich dann da auf die Brücke stellt und man kann halt direkt eigentlich von oben auf das Schwimmfeld gucken und gerade wenn es dann die schnelleren Jungs und Mädels da am Start sind, sieht man, was die für Meter machen im Wasser und man hat fast das Gefühl, man kann die berühren. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Abstand ist wirklich bis auf wenige Meter dran. In Hamburg ist das ja auch zum Beispiel sehr cool gelöst, aber hier in Düsseldorf kommt da schon nah dran zumindest. Ja, das ist ja immer schon ungewöhnlich, wenn man so von oben einfach aufs Schwimmen drauf gucken kann von so einer Brücke runter und die halt dann nicht gefühlt 50 Meter über der Wasseroberfläche sondern eher drei, vier Meter nur. Wir blicken weiter auf die Laufstrecke, sind nochmal mit unserem Motorrad unterwegs. Wir sind auch sehr froh, dass wir in dieser Form natürlich die Wettkämpfe hier übertragen können. Diese Eindrücke von der Strecke natürlich ganz anderes Videomaterial, als wenn wir nur die fest installierten Kameras im Zielbereich hätten. Hier befinden wir uns direkt auf dem Rückweg, also vom Rheinturm weg, genau hier hin in Richtung Ziel, haben Sie es kurz gesehen. Genau, da ist das Ziel. Das ist unsere Krankamera, die wir hier direkt quasi über unserer Kommentatorenkabine, die im Zweifel können wir da gleich auch nochmal drauf hinschwenken. Vorne rechts ist so ein grauer Kasten, da sitzen der Jan und ich gleich oder jetzt schon die ganze Zeit drin. Nicht zu verwechseln mit dem Kasten, den man da jetzt sieht, dann ist es nebenan die Toilette. Ja, genau. Da sitzen wir nicht, versprochen. Ein weiter. Ja, genau. Aber genau hier geht es dann eben in Richtung Ziel hoch und zur linken jetzt, wenn wir hier auf dieses Bild blicken, dann die Laufstrecke auch genau jetzt, wunderbar, können wir es erkennen, unten links führt dann eben auch die Laufstrecke raus, weg vom Ziel. Das ist für die Läufer, die es eben noch nicht hinter sich haben. Genau, wenn man dann auf die letzte Runde gegangen ist, dann hat man die Ehre dann vorher abzubiegen. Ja, genau. Da sehen wir, wie die Strecke sich splittet und wenn man noch weiterlaufen muss, dann muss man da eben auf der zweiten Spur, sag ich mal, hinter den Gittern herlaufen und seine Runden drehen, bis man denn dann das Privileg hat, ins Ziel abzubiegen. Und das ist dann natürlich immer, egal bei welchem Rennen, ein toller Moment. Und da erinnere ich mich auch wirklich an viele tolle Momente. Hier ist die Zielgerade jetzt nicht so riesig lang, sondern es ist ein kurzer Bereich, den man abbiegt, aber trotzdem, wenn man dann so abbiegt und das ist irgendwas, was man sich lange vorgenommen hat, wo man vielleicht auch viel darauf trainiert hat, wo man sich in ein oder anderen Fällen überwinden musste und am Ball bleiben, dann kann das ein sehr emotionaler Moment werden, dann da abzubiegen, weil man dann weiß, man so jetzt, jetzt kann halt auch nichts mehr passieren. Und jetzt kann ich auch ins Ziel stolpern, kriechen, rumpeln, was auch immer. Und da werden dann auch manchmal die Augen ein bisschen feucht. Ja, weil das ist dann quasi so der Genussteil der Strecke. Ja, genau. Für den einen oder anderen. Für andere ist ja die gesamte Strecke dann ein Genuss. Wobei man sich da auch eigentlich ja vor Augen halten sollte, dass das ganze Rennen eigentlich ein Genuss ist, weil letztendlich ist die Arbeit vor dem Zielschuss so gesehen ja schon getan. Denn die wirkliche Herausforderung im Ganzen ist ja nicht, an dem einen Tag dann jetzt mal zwei, drei, vier Stunden was zu machen, sondern über Wochen oder Monate davor einfach am Ball zu bleiben und immer wieder trainieren zu gehen, was zu tun, sich fit zu halten, noch fitter zu werden, um dann am Tag das Ganze hier in Angriff nehmen zu können. Und dann ist es eigentlich nur Belohnung und so ein bisschen, das hilft mir oder halbt mir immer dieser Gedanke so, du bist hier, um dich selbst zu belohnen und die Arbeit hast du schon gemacht. Ja. Ein sehr interessanter Aspekt. Wenn es bei dir vielleicht bald soweit ist, kannst du dann ja nochmal berichten, wie das so ging. Im Zweifel muss ich auf die andere Taktik umschwenken, die du heute schon mal aufgezeigt hast. Wie war das? Carbon statt... Carbon statt Kondition. Ja, genau. So, falls ihr euch ein bisschen später reingeklickt habt, hier in unserem Livestream über LaRache T3 Triathlon in Düsseldorf, in Düsseldorf. Wir sind hier auf der Laufstrecke. Die Radstrecke ist unterschiedlich, weil wir zwei hier haben im Angebot. Die eine biegt ein bisschen früher ab, so, dass wir die Elite-Läure oder Elite-Athlet-Tinnen und Athletinnen später dann auf der Radstrecke viermal zu sehen bekommen, weil sie eine vier-ründige 5-Kilometer-Schleife eben absolvieren. Es gibt aber auch eine lange 20-Kilometer-Schleife, die noch rausführt in Richtung Messe. Auch da sind noch einige Radfahrerinnen und Radfahrer aktuell unterwegs, die dann gleich zu Läuferinnen und Läufern werden. Und dann laufen sie entsprechend hier genau das, was wir jetzt begleiten mit dem Motorrad unten am Rhein entlang, aus dem Rheinbecken und aus dem Medienhafen sind diese Athleten jetzt schon raus. Die sind jetzt tatsächlich unten schon fast auf Höhe Altstadt angekommen und dann geht es eben rechts zurück wieder in Richtung Rheinturm und Medienhafen. Das ist auch der Part, der jetzt bei dem Wetter dann so ein bisschen fies ist, weil da hat man halt jetzt, sage ich mal, für so 500, 600, 700 Meter wirklich kein einzigen Fleckchen Schatten, wo man dann durch die pralle Sonne muss. Und vor allem hinten hat man natürlich so ein bisschen die Altbier-Oase im Blick. Also wenn man noch 300 Meter weiter gerade auslaufen würde, kommen dann die ganzen Kasematten, sagen die Düsseldorfer, so heißt das, das heißt, die ganzen Orte, an denen man sich entspannt mit einem Bierchen hinsetzen kann, direkt am Rhein, sehr schön, gerade natürlich im Sommer. Auf der Radschrecke haben wir den Grillgeruch, hier auf der Laufstrecke muss man sich damit auseinandersetzen, dass man Bier kriegt. Versuchungen, auch hier beim T3. Das macht Lust auf Ziel und dann sich selbst ein bisschen zu belohnen, weil das gehört dann ja auch definitiv dazu. Übrigens besonders fies ist es, wenn man dann auf der Laufstrecke ist und man ist in so einer vollkommen schattenfreien Zone und man wird sich vielleicht denken, man wird sich über Rückenwind freuen, aber da ist Rückenwind immer absolut ätzend, weil dann steht man so im Nichts. Man bewegt sich ja selbst nach vorn und wenn der Wind dann ungefähr noch die Geschwindigkeit hat, mit der man läuft, dann ist man da in der Sonne so gefühlt in der kompletten Windstille und dann fängt die Suppe so richtig an zu laufen und das wird dann immer so richtig unangenehm und also ist auch Rückenwind nicht immer unbedingt angenehm. Wenn wir jetzt hier diesen Läufer im Blau sehen, den wir jetzt schon einige hundert Meter, vielleicht sogar über einen Kilometer begleitet haben, der jetzt aus dem Bild rausgelaufen ist, der ist ja jetzt gleich im Ziel. Was macht der dann? Also wenn ich R wäre, dann würde ich mich schon auf den Kuchen freuen. Nein, aber Stichwort Nachbereitung. Also wie bereitet man, wenn man jetzt meinetwegen auch über die Olympische Distanz im Ziel ist und schon ein bisschen was geleistet hat? Also es kommt natürlich darauf an, was man da jetzt so vorhat. Also in erster Linie würde ich sagen, erstmal freut man sich auf was Kaltes zu trinken oder überhaupt was zu trinken und überhaupt erstmal die Flüssigkeitsspeicher wieder voll machen. Dann gibt es in der Regel immer Obst im Zielbereich, so ein bisschen wieder Speicher auffüllen und wenn man jetzt bemüht ist, sag ich mal, die Regeneration vielleicht möglichst schnell wieder anzustoßen und jetzt nicht sagt, okay, das war jetzt hier mein erster und einziger Triathlon, jetzt bin ich durch damit, sondern man will vielleicht dann möglichst schnell wieder fit sein. Es ist halt nur, ich gucke, dass man ein bisschen Eiweiß zu sich nimmt, gucke, dass man da die Speicher wieder aufhüllt, dem Körper die Möglichkeit gibt, halt Wiederherstellungsprozesse in Gang zu bringen, dass man sich vernünftig ernährt danach. Man sieht es jetzt bei Profis dann oft, dass die irgendwelche vorbereiteten Shakes haben, wenn sie dann richtig im Ziel sind und für nach dem Rennen, um sich so ein bisschen aufzubereiten, kann Gregor später noch mehr zu erzählen. hier unser Profis, der hier schon fleißig am Vorbereiten ist. Er macht sich schon Notizen zum Bundesliga-Rennen der Damen. Ja, genau. Und nein, aber da ist natürlich so die Nachbereitung spielt natürlich eine große Rolle, wenn man vor allem jetzt möchte, dass man möglichst schnell wieder am Start ist und sich vielleicht auch wirklich im Rennen dann so richtig an seine Grenzen gegangen ist. Dann macht es vielleicht Sinn auch in den Tagen nachher schon wieder anzufangen, sich gleich zu bewegen. Ich gehe gerne dann viel spazieren, sogar noch am Renntag selbst, einfach um so ein bisschen die Beine in Bewegung zu halten, da auch da ein bisschen die Durchblutung aufrecht zu erhalten. Das hilft auf jeden Fall. Und dann, klar, kann man mal in die Sauna gehen nachher oder auch mal aufs Rad, denn vielleicht will man nicht direkt wieder die Erschütterungsbelastung vom Laufen, die dann doch für den Körper recht anstrengend sein kann, aber aufs Rad kann man eigentlich immer gehen und sich ein bisschen bewegen und ansonsten aber auch sich einfach mal was Leckeres gönnen am Buffet seiner Wahl. Dafür bin ich prädestiniert. Ja, sehr schön. Das ist schön zu hören. Kurz vor zwölf in Düsseldorf, hierzulande sagt man Mahlzeit allerseits und zwölf Uhr ist auch das Stichwort. Dann öffnet der Check-In für die Bundesliga-Elite-Damen, die sich auf ihren Start um 13 Uhr vorbereiten. Haben noch ein bisschen Zeit, haben bis dahin auch noch jede Menge im Programm für euch, jede Menge Insights, gerade natürlich auch zu den anstehenden Elite-Rennen, das ein oder andere Interview und dann eben auch gleich einen echten Experten aus der Profiszene für euch am Start. Gregor Buchholz macht sich hier schon fleißig Notizen. Bei uns hier in der Sauna. Bei uns in der Sauna, ja. Apropos regenerative Maßnahmen, wir haben das hier vorverlegt. Absolut. Fehlt jetzt hier nur noch der Limettenaufguss, dann wäre dieser Raum im perfekten Ambiente für uns gehalten. Der T3-Triathlon aus Düsseldorf. Ihr schaut den Livestream und wir schauen hier auf den Zielbereich. Und falls ihr euch später reingeklickt habt, hier gibt es nicht nur, wie dieser Athlet hier vorne in der Bildmitte leicht nach rechts versetzt, das isotonische Galtgetränk in Form eines alkoholfreien Bierchens im Ziel. Nein, hier gibt es auch für Zuschauer und für Kurzerschlossene, also wenn ihr hier aus der Gegend kommt, könnt ihr auch gerne euch auf den Drahtesel schwingen und in den Düsseldorfer Medienhafen fahren. Hier gibt es eine Triathlonmesse direkt auf der Landtagswiese vorm NRW-Landtag, direkt am Ziel. Es gibt die Möglichkeit, alle Starterinnen und Starter gleich mehrfach am Streckenrand, auch in den unterschiedlichen Disziplinen zu sehen. Natürlich spektakulär im Rheinbecken, an der Radstrecke, gerade auch, das haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, bei den Bundesliga-Damen und Herren, an dieser kurzen Schleife, wo, selbst wenn ihr euch nicht von der Stelle bewegt, sicher ist, dass jeder Athlet und jede Athletin viermal an euch vorbeisaust. Also, das wird schon spektakulär und auch bei der Laufstrecke habt ihr die Möglichkeit, das Renngeschehen an der Spitze oder auch dahinter hautnah zu erleben. Und jetzt sehen wir ja auch, wie etliche Athleten ins Ziel laufen, teilweise ins Ziel sprinten und da vielleicht auch nochmal der Tipp an alle, die vielleicht mal so ein Triathlon als Hobbyathlet in Angriff nehmen wollen. Ich würde mir den Sprint eigentlich da sparen, denn man verkürzt sich so ein bisschen damit seinen Zielmoment und vielleicht auch den Moment, auf den man sich sehr lange gefreut hat. Das heißt, macht euch da doch nicht am Ende noch den großen Stress, wenn es eh nicht um eine finale Platzierung geht, sondern schaut mal links und rechts, wer da so am Streckenrand steht. Vielleicht steht da die Familie, die Ehefrau, der Ehemann, was auch immer und setzt ein Lächeln auf und lasst es locker angehen auf den letzten Metern und nimmt das nochmal richtig mit und versprintet es nicht. Das ist schon eine tolle Bühne hier in Düsseldorf beim T3 Triathlon. K. auch für junge Athleten und Athletinnen. Und mit einer haben wir gesprochen. 13 Uhr, Start der Bundesliga Elite Damen und Franka Hänseleit kommt aus Köln vom Kölner Triathlon Team und mit ihr haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Inwiefern dieser T3 eine tolle Bühne ist für junge Athleten und Athletinnen. Hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Neben mir eine sehr junge Athletin, Franka Hänseleit. Du bist hier, startest für das KDT-Team für Köln. Seit wann bist du hier für das Team unterwegs? Also jetzt seit letztem Jahr. Das ist jetzt meine zweite Bundesliga-Saison. Zweite Bundesliga-Saison. Und das wie viele Bundesliga-Rennen? Also letztes Jahr waren es drei Stück und dieses Jahr das erste. Also genau. Das heißt, du hast Kreichgau ausgelassen, ja? Ja, Kreichgau hat sich mit der EM überschnitten und genau, da war ich natürlich in Holland unterwegs und konnte dann leider nicht in Kreichgau sein. Du hast dich dafür für die Union-EM qualifiziert. Wie hast du dort abgeschnitten? Das Rennen lief wirklich gut für mich. Also ich bin Achte im Einzel geworden und dann natürlich war ein großes Highlight. Am Sonntag war die Team Relay und dort haben wir dann die Goldmedaille geholt. Auch eine tolle Leistung gewesen. Wie waren dann nochmal die Teammitglieder da, mit denen du da gelaufen bist? Ja, also natürlich was Besonderes, ich durfte mit meinem Bruder dort starten. Also es war so, der Jonas Osterholt war noch dabei und die Katharina Möller und ich wohnte dort als Erste gestartet. Dann kam der Jonas Osterholt, dann die Katharina und den Schlussläufer hat dann meinen Bruder gemacht. Und wie waren die anderen Nationen platziert? Vor wen habt ihr da gewohnt? Also Ungarn war auf dem dritten Platz und Großbritannien auf dem zweiten, genau. Also toller Erfolg und wenn wir jetzt hier auf das Wochenende blicken, was ist hier deine Marschrichtung? Du bist ja schon ein bisschen Bundesliga erfahren. Was traust du dir dazu? Ja, also für mich ist so die Bundesliga schon immer ein großes Highlight mit den Erwachsenen und den großen schon Erfahrenden noch da zusammen zu starten. Und es kommt natürlich immer stark aufs Starterfeld drauf an, wie gut es besetzt ist. Aber ja, nachdem ich letztes Jahr auch zwei Top-Ten-Platzierungen hatte, was wirklich gut gelaufen ist, wäre es natürlich schon ja, ein großes Ziel auch wieder dann morgen ein großes Jahr so Top-Ten zu machen. Du bist letztes Jahr auch hier schon gestartet? Nein. Also es ist dein erstes Mal hier. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst noch gar nicht auf der Radstrecke, aber hast du dir schon mal so die Laufstrecke und sowas angeschaut? Oder steht das jetzt noch auf dem Programm? Also es steht jetzt auf jeden Fall noch auf dem Programm. Ich habe es letztes Jahr noch TV mitverfolgt, haben wir ein bisschen die Strecke angeschaut und so Teile, natürlich so Ausschnitte gesehen. Aber wie es jetzt so wirklich ja aussieht, muss ich jetzt noch schauen. Und wem traust du da morgen oder was werden so die größten Konkurrentinnen am Morgen sein? Wen schätzt du da noch richtig stark ein? Also ich habe auch natürlich gesehen, es sind auch andere Nachwuchsathletinnen da, die auf jeden Fall natürlich fit sein werden, weil nächste Woche auch die Deutsche Meisterschaft stattfindet. Und das ist ja dann so die Form muss jetzt stimmen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mich noch nicht so ganz mit der Startliste befasst, also weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wer alles dabei ist. Aber gut, ich denke spätestens morgen wirst du das dann wissen und dann freuen wir uns morgen einfach auf deinen Start und auf das Rennen. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bis dahin und für dein Team und wir sehen uns dann sicherlich im Ziel und vorher natürlich auf der Strecke. Vielen Dank für das Interview. Zurück in Düsseldorf, zurück beim T3 Triathlon. An meiner Seite immer noch Jan Peiniger. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr ein bisschen in der Szene, gerade im Netz unterwegs seid. Pushing Limits, sein Blog im Netz. Und wir blicken hier auf den Zielbereich und auf ein kleines Gruppenfoto der angesprochenen Stockheim-Team-Düsseldorf-Staffel. In der Mitte der Mann, der alle überragt, das ist Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst, der sich gute Chancen ausrechnet, Tokio 2020 am Start zu sein. Heute ist er gelaufen zu seiner linken Carla Stockheim von der Firma Stockheim, die eben dieses Team, in dem Alex Walkenhorst ist, aber auch viele Hockeyspielerinnen, Fechter, Tischtennisspieler, Rollstuhltischtennisspieler. Was haben wir noch? Leichtathleten. 400 Meter Hürden, Dreisprung. Also jede Menge Leute und die beiden waren heute mit einer Vertreterin des Deutsch-Japanischen Wirtschaftsforums am Start und haben es offensichtlich gut ins Ziel geschafft. Und der alte Poser Alex Walkenhorst zieht jetzt nochmal sein T-Shirt aus. Nicht ganz. Zumindest das obere T-Shirt. Da kann ich auch noch was zu erzählen und zwar ist es... Zur Pose Alex Walkenhorst. Ja, nicht zur Pose Alex Walkenhorst, sei ihm gegönnt. Und wer es sich leisten kann, kann es nichts leisten. Nee, aber zum Thema T-Shirt ausziehen und zwar ist es auch so, dass es man entdecken könnte, bei der Hitze kann man dann vielleicht einfach ohne Shirt laufen. Das ist aber nicht gestattet. Ja, das stimmt. Man muss eine Oberkörperbekleidung tragen. Man darf, man kann leicht Bauch freitragen. Geht dieser Borat-Badeanzug eigentlich? Ich glaube, die Brustfahrten müssen bedeckt sein oder so und man hat ja noch den Reißverschluss. Jetzt kann man sich vielleicht drüber streiten, ob das als geschlossenes Kleidungsstück durchgeht oder nicht, dieser Borat-Anzug. Aber wenn du deinen ersten Triathlon-Angriff nimmst, kannst du das ja mal testen und mal gucken, was die Wettkampfordnung da hergibt. Das überlege ich mir noch. Das überlege ich mir noch. Aber auf jeden Fall darf man nicht oberkörperfrei laufen und in der Regel darf man auch den Reißverschluss nur bis zu einer bestimmten Höhe öffnen. Ich glaube nicht, man darf nicht über den Bauchnappel oder so, aber so tief bin ich jetzt auch nicht drin. Ich weiß nur, nackig ist nicht. Sagt Jan Peiniger von Pushing Limits. Vielleicht können wir mal kurz einen Exkurs ins Netz auf deine Seite wagen. Pushing Limits, für wen sprichst du da an und was ist auf dieser Seite zu finden? Also das ist ja mittlerweile, bin das ja nicht nur ich, sondern seit jetzt zwei Jahren mache ich das gemeinsam mit dem Niklas Bock, auch Triathlet und wir machen das jetzt mittlerweile hauptberuflich sozusagen und kümmern uns da eigentlich um alles Mögliche, schwerpunktmäßig Triathlon, aber eben auch Austauschsport im Ganzen. Wir sind, oder das ist zumindest so mein Part, ich bin da gerne so ein bisschen nerdiger unterwegs, kümmere mich um viele Technologiethemen, aber auch Optimierung, eher so die ambitionierten Dinge, aber auch sonst querbeet. Wir haben weiß nicht, auch so eine kleine Einsteigerserie, wo wir so ein bisschen auch darüber schreiben, das, was wir heute hier so ein bisschen besprochen haben, das ist auch, es muss nicht kompliziert sein, kann auch einfach sein, ansonsten gibt es da auch immer wieder Einblicke in unseren Trainingsalltag und der Gregor zum Beispiel, der jetzt gleich kommt, der schreibt auch bei uns Blogs und beschäftigt dich da eben mit der kurzen Szenen und da den Profileuten und da ist er wirklich so richtig tief drin und richtig gut und ja, so haben wir eigentlich ein relativ breites Spektrum rund um Ausdauersport, sage ich mal, auch im Ganzen, ein bisschen zu Krafttraining und Ernährung und all so ein Kram. Ja, gehört ja alles mit dazu. Klickt euch einfach mal rein, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, auch gerne sonst heute Abend, weil jetzt schaut ihr natürlich hier den Livestream bei LaRache. Wir übertragen noch bis etwa 15.30 Uhr, gleich dann, wie angesprochen, machen wir einen kleinen Expertenwechsel. Jetzt noch mit Jan, der Blick hier auf die, letzten sind es noch nicht, aber weiteren Zieleinläufe mehrheitlich jetzt eigentlich fast nur noch über die Sprintdistanz und falls ihr später reingeklickt habt und nicht so zu Hause seid, Sprintdistanz bedeutet 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer radeln und 5 Kilometer laufen und genau das ist auch die Distanz, über die es dann gleich beim Elite-Rennen an den Start geht. Nicht nur in Düsseldorf wird heute ein Triathlon veranstaltet. Es gibt auch ein Weltcup-Rennen noch hier in Europa, also hier ist jede Menge los, die Szene sowieso generell richtig im Kommen. Man kann sagen, Triathlon wird gehypt. Ist das auch etwas, was du tatsächlich feststellst? Definitiv. Die Startfelder werden auch größer und größer. Es gibt immer mehr und mehr Wettkämpfe. Dann haben wir natürlich klar die ganz großen Eventveranstalter, auch die da weltweit die Events organisieren und es wird definitiv mehr. Das ist sicherlich eine richtig gute Sache für den Sport an sich und ich finde, das ist auch ein super interessanter Sport, ein sehr vielfältiger Sport und den man halt sowohl mit überschaubarem Aufwand praktizieren kann, als auch im kompletten Overkill und so ist irgendwie so ein bisschen was für jeden dabei und das bringt natürlich aber auch ab und zu neue Herausforderungen mit sich, was halt dann auch die Bewältigung von größeren Starterfeldern angeht oder halt auch den Anspruch, den dann die Athleten mitbringen an so eine Veranstaltung und das ist ja immer noch ein bisschen spezieller beim Triathlon, wenn man es jetzt mal zum Beispiel mit einer reinen Laufveranstaltung vergleicht. Allein das Thema Schwimmen, die Sicherheit da zu gewährleisten mit Wasserrettung, Tauchern, Überwachung und auch zu gucken, dass dann alle wirklich gut aus dem Wasser rauskommen, dann nichts passiert. Das ist natürlich immer so ein Ding, wo man halt nicht so viel Zugriffsmöglichkeiten hat, wie jetzt auf dem Rad und auf dem Laufen, wenn mal jemand umkippt oder so. Und bei einer Radstrecke müssen ja auch andere Distanzen, sag ich mal, abgesperrt werden, als das jetzt bei einem klassischen Lauf ist. Das macht es mir so vor Anscheinungen vor allem auch noch ein bisschen schwieriger, die halt irgendwie in Großstädten stattfinden zu lassen, weil welche Großstadt sagt denn, wenn man ja klar, sperr doch mal eben für eine Stadt hier für einen Tag unsere Hauptverkehrsstraße, gar kein Thema. Und da sind wir froh, dass Düsseldorf dann hier auch sagt, ja klar. Düsseldorf macht es, nennt sich auch stolz und wie ich finde, zu Recht Sportstadt Düsseldorf. Wir haben es angesprochen. Der Triathlon nur eine von vielen Großveranstaltungen hier in der Stadt. Vergangene Woche hier die Fecht-Europameisterschaften in den Messerhallen. Dort fand auch schon die Tischtennis-WM statt. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, eine Großveranstaltung hier in den Düsseldorfer Messerhallen zu besuchen, ist wirklich imposant, weil diese Hallen sich einfach auftürmen und natürlich dann auch mit vielen Zuschauern gut gefüllt werden können. Das macht richtig Spaß. Es gab allein, ich glaube, acht Hauptfechtbahnen in dieser Woche. Also das ist schon ganz cool. Und es gibt natürlich auch große Draußenveranstaltungen, den Metro-Marathon, der mittlerweile auch deutschlandweit natürlich bekannt ist für seine schnellen Zeiten und auch immer wieder Austragungsort der Deutschen Meisterschaften sowie in diesem Jahr. Triathlon, der T3, neunte Auflage, mehr als 20.000 Zuschauer auch heute wieder am Streckenrand. Allerdings muss man sagen, die Deutschen Meisterschaften, Einzelmeisterschaften finden nicht hier in der Stadt in diesem Jahr statt. Das war in der Vergangenheit auch schon anders, sondern die sind dann beim Saisonfinale in Berlin Anfang August an der Reihe. Genau, das wechselt ja auch immer mal durch, welcher Wettkampf da mal dann die Meisterschaften austragen darf. Da kann man sich drum bewerben und da ist, glaube ich, auch klar, dass man nicht unbedingt in Serie die immer vergibt. Aber es ist trotzdem dann immer wieder schön. Wir sehen ja jetzt auch immer wieder vereinzelt, kommt mal wieder einer ins Ziel, aber ich glaube, so langsam ist dann wahrscheinlich auch so der Zeitpunkt erreicht, wo jetzt nur noch wenige Athleten auf der Strecke sind und irgendwann sind sie dann alle durch. Wir hatten natürlich auch viele Staffeln am Start. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich unterschiedlich von Veranstaltungen zu veranstaltungen geregelt. Staffel bedeutet nicht immer, dass drei Athleten am Start sein müssen, es können auch zwei sein. Genau, es können auch zwei sein. Ich habe schon von Leuten gehört, die alleine in eine Staffel sind. Nein, zwei im Sinne von, da wird sich abgewechselt, einer fährt Rad und der jeweils andere Part übernimmt dann das Schwimmen, hat dann ein bisschen Pause und steigt dann auch wieder an. Genau, theoretisch, man kann es sogar wechseln, eigentlich dann wie man will. Man könnte theoretisch auch schwimmen und Rad fahren, dann macht man halt den ersten Wechsel ganz normal, wie man ihn als Triathlet machen würde und dann wechselt man sich dann vom Laufen ab. Je nachdem, was der Veranstalter da auch erlaubt an Modi. Da gibt es die Staffel kein irgendwie genormtes Wettkampf- oder Rennformat ist, halt, dass da jeder Veranstalter so ein bisschen so, wie er das für richtig hält. Das ist auch sonst vielleicht mal ein gutes Schnubberformat, wenn man sich nicht das Ganze zuhört, aber vielleicht mal das Erlebnis als Event schon mal mitkriegen will und vielleicht schon mal so ein bisschen gucken und vielleicht ein bisschen ein paar Ängste in Anführungsstrichen abbauen, dann macht man vielleicht mal eine Staffel und sucht sich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Läufer ist und schwimmt einen Radfahrer. Oder sucht sich nur einen Schwimmer und macht dann ein Duatlon. Ja, genau. Und dann macht man es einfach mal und dann stuppert man mal rein, stellt fest, oh, ist vielleicht ganz cool und dann macht man es beim nächsten Mal dann ganz... 12.15 Uhr mittlerweile, heißt eine Dreiviertelstunde bis zum Start der Bundesliga Damen hier beim T3 in Düsseldorf. Wir berichten nach wie vor mit vollem Schweißeinsatz aus einer stickigen, kleinen Kabine, die genau hier neben dem Zieleinlauf in Düsseldorf vor dem Düsseldorfer Landtag aufgebaut worden ist. Gerade eben, als wir das Interview eingespielt haben, war ich auch mal kurz draußen unterm schattigen Baum und habe mir mal so die Läuferinnen und Läufer, die hier ins Ziel eingelaufen sind, ein bisschen näher angeschaut. Die waren teilweise schon richtig fertig, weil die Sonne knallt tatsächlich, du hast es eben erwähnt, vor allem natürlich auf der Laufstrecke richtig rein. Ja, da sollte man wirklich gucken, dass man seine Rübe so ein bisschen im Schatten hält und wenn es mit einer Käppi ist, also so einfach nur mit dem Nackenkopf hier laufen, das kann sicherlich schon dann drücken und wenn man dann im Ziel ist und sich vielleicht auch nicht so gut eingecreben hat, dann kann es schon sein, dass man da mal ein bisschen kurz mit dem Kreislauf zu tun hat. So, der Tipp von Jan Peiniger verweise noch einmal gerne auf seinen Blog im Netz Pushing Limits und da gibt es mehr Tipps, die auch über den Hinweis eine Kopfbedeckung sei gut. So, guck mal, so kann man sich auch freuen. Genau, da wird sich richtig gefreut, so gehört sich das, das finde ich gut. Da kommen direkt auch noch die Nächsten hinterher. Sieht auch noch Staffel aus, jetzt anhand das Outfit zu urteilen. Die tragen jetzt komplette Laufoutfits. Ich vermute mal, dass sie sich nicht komplett so umgezogen haben, sondern dann wahrscheinlich den Laufpaddel in einer Staffel übernommen haben. Hier rechts werden noch Fotos gemacht vor der Zielkulisse mit Medaille. Geht uns hier nichts. Ja, und wenn das hier der D-Zug-Teil dieser Veranstaltung war, dann schalten wir gleich auf ICE-Tempo um, denn natürlich wird ein frappierender Unterschied zu erkennen sein. Kann man das, also ist das wirklich so vergleichbar, D-Zug und ICE? Weil wir sprechen gleich über eine andere Sportart, wenn man so will. Ja, genau. Eigentlich sprechen wir über eine andere Sportart. Das hat relativ, außer dass man sich in denselben Elementen und auf denselben, ungefähr selben Gerätschaften fortbewegt, hat das nicht viel miteinander zu tun. Das eine ist jetzt halt hier das Rennen, was eigentlich jeder für sich macht, der Hobbyathlet. Freizeit. Freizeit, genau. Auch klar. Ambitionierter Freizeitsport. Genau, selbst wenn es sehr ambitioniert ist, oft dann natürlich noch nicht so ambitioniert, wie es die Profis tun. Aber ansonsten ist man halt eigentlich hier für sich unterwegs, um sich selbst zu zeigen, was man kann und da über sich hinaus zu wachsen. Und im Profirennen oder im Ligarennen geht es natürlich dann um den direkten Vergleich. Da geht es um Platzierung. Da wird er dann eben in Gruppen gefahren, da wird um die Position gefeitet, da geht es wirklich um Sekunden. Und das läuft von daher halt auch ganz anders ab, weil es gar nicht so drauf aus ist, dass man sich jetzt einfach so einteilt, wie man alleine einfach sein persönlich schnellstes Rennen machen könnte, sondern das natürlich dann von taktischen Komponenten lebt und man abwägen muss, wo macht man vielleicht was, wo traut man sich was, wo kann man vielleicht dranbleiben oder noch Akzente setzen. Das hat eine komplett andere Charakteristik als das, was wir bisher jetzt gesehen haben. Wo wirst du denn gleich das Rennen mitverfolgen? Ich nehme an, dass du nicht hier aus dem Container stolperst, dein Handy anwirfst und den Livestream anmachst, auch wenn das natürlich sehr empfehlenswert wäre. Ich würde jetzt gleich mal gucken, dass ich mir ein schaddinges Plätzchen suche, wenn ich mir vielleicht noch was Kaltes zu trinken hole. Denn auch unsere Getränke hier drin sind ja mittlerweile auf schöner Temperatur, sage ich mal. Hier steht zwar das ein oder andere Bierchen, aber es ist wahrscheinlich mittlerweile relativ warm. Deswegen kaufe ich mir mal was Kaltes zu trinken und suche mir ein schattiges Plätzchen, um dann mal zu schauen, was da so abgeliefert wird. Ja, wenn du an einem schönen Eiskaffee vorbeikommst, kannst du gerne mal hier eine Rutsche vorbeibringen, denn das Grapefood, alkoholfrei hier drin, hat tatsächlich fast kochende Temperatur. So, wir machen uns langsam bereit für die Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga und wir machen uns auch bereit für einen kleinen Expertenwechsel. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir übertragen ja schon seit kurz nach 10 hier bei LaRage den T3 Triathlon aus Düsseldorf. An meiner Seite war für die vergangenen mehr als zwei Stunden Jan Peiniger noch einmal der Hinweis, klickt euch gerne rein in seinen Blog, den er mit vielen anderen zusammen betreibt im Netz Pushing Limits, wenn ihr weitere Insights zum Thema Triathlon eben euch im Netz reinziehen wollt. Jan, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, du findest ein schönes schattiges Plätzchen. Mir hat es ein bisschen viel Spaß gemacht, auf jeden Fall war das das erste Mal, hat aber richtig Spaß gemacht, muss ich sagen und von daher, ja, danke dafür und Gregor steht ja schon parat und auch von dem kriegt er was bei uns zu lesen, deswegen aber auch im eigenen Podcast zu hören, deswegen sozusagen smoother Übergang und da habt ihr auf jeden Fall den besten Berater, Kommentator jetzt für die Profi-Jungs und Mädels. Genau, einen deutschen Meister über die Sprintdistanz, amtierender deutscher Meister bist du aber nicht, Gregor, oder? Dafür liegt meine Karriere schon zu lange zurück. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Einspieler und dann sind wir soweit und vollziehen hier hinter den Kulissen für euch kurz den Expertenwechsel. Gleich geht es also weiter und dann nähern wir uns mit großen Sause-Schritten dem Elite-Rennen in der Damen-Bundesliga. Bis gleich. Bitburger 0,0 offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga wünscht erfrischende Unterhaltung. Die Formel 1 des Triathlons ist zurück. Die erste Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga mit dem Saisonauftakt im Kraichgau. Das Damenrennen mit insgesamt 15 top-motivierten Mannschaften bei perfekten äußeren Bedingungen. 25 Grad Lufttemperatur und die Herausforderungen sind in der Bundesliga 750 Meter schwimmen. Das die Titelverteidiger aus Buschütten. Dann 20 Kilometer Rad fahren und zum Abschluss 5 Kilometer laufen. Auf geht's! Kein Fehlstart und es kommt auf die berühmten Kleinigkeiten an. Schon in der ersten Disziplin man will raus aus dem Getümmel um hier im knapp 20 Grad warmen Wasser dann möglichst freie Sicht auf das Geschehen zu haben. Auch hier gibt's ja so eine Art Wasserschatten. Man spart ein bisschen Kräfte, wenn man hinter einer Konkurrentin schwimmt. Und ganz vorne wieder die roten Jerseys vom Titelverteidiger aus Buschütten. Sie haben die letzten Jahre diesen Wettbewerb dominiert. Und sie haben mit Emma Jeffcoat hier im Bild eine Lady, die einst ja für Lemko startete und nun für Buschütten hier gleich um den Sieg mitkämpfen möchte. Guter Wechsel. Als erstes kann sie mit aufs Rad gehen und direkt im Schlepptau dann auch ihre Kolleginnen wie Nathalie von Keworden. Insgesamt ja müssen von den vier jeweils im Team befindlichen Damen die ersten drei mit einer guten Platzierung rein. Die werden nämlich gezählt und daraus resultiert dann die Tabelle für die Bundesliga. vier mal fünf Kilometer auf diesem Hochgeschwindigkeitskurs und sofort können sich drei Damen absetzen. Mit dabei auch Lea Duchamp, ihr Bruder Felix Duchamp ist ja bei den Herren mit dabei und dieses Trio funktioniert gut. Windschatten fahren ja erlaubt in der Bundesliga, aber die Verfolgerinnen, sie kommen nicht näher ran, auch nicht auf der zweiten, auch nicht auf der dritten Runde und so gehen die drei geschlossen in die Wechselzone und auch hier heißt es Helm ab, schnell in die Laufschuhe rein, das Ganze dauert sechs, sieben Sekunden und dann geht es auf die erste von insgesamt vier Laufrunden jeweils gut 1,2 Kilometer. Die Verfolger mit einer guten Minute Rückstand auf dem Weg in die Wechselzone, da sind die schnellsten Längstunden auf der Laufstrecke unterwegs. Eine gute Minute ist viel bei fünf Kilometern und das wissen auch die Mädels aus Buschhütten, also Jeffcoat Körboden und auch Amy Chararon 29 Jahre alt war im Vorjahr 2. in Tübingen und beim Saisonfinale 4. insgesamt 2. in der Einzelwertung der abgelaufenen Saison also Buschhütten setzt dir die ersten Zeichen, aber das ist eine interessante Teilnehmerin. Lisa Terzsch 20 Jahre jung hat drei Jahre überhaupt kein Triathlon bestritten, gleich mehr zu ihr, vorher gucken wir auf die Top 3 also mit knappem Vorteil gewinnt Emma Jeffcoat vor Nathalie Van Köhboden und Amy Charai ist auf dem Weg Richtung Platz 3 und das wäre eine Premiere zum ersten Mal drei Damen aus Buschhütten auf dem Podium und genau so kommt es aber zurück zu Lisa Terzsch starke Läuferin die Lust am Triathlon ist wieder da und das Comeback ist eindrucksvoll also der vierte Platz ein echter Fingerzeig auch an die Konkurrenz hier ist mit ihr zu rechnen hören wir mal rein was die Siegerin zu sagen hat ach das war ein tolles Rennen ich habe ja mit Nathalie auch zusammen trainiert und so haben wir uns einen Plan gemacht für dieses Rennen wollten beim Schwimmen direkt Vollgas geben um dann eine Lücke zu den Konkurrentinnen zu schaffen das hat hingehauen auch beim Radfahren war es klasse und ich bin wirklich stolz mein erster Bundesligaerfolg das Schwimmen war leider nicht so gut das Radfahren bin ich dann einfach in der ersten großen Gruppe mitgefahren und das Laufen habe ich dann das weiß ich das ist meine Stärke da habe ich nochmal versucht alles zu geben und für mich ist einfach so jede Disziplin ist ein neues Rennen und ich versuche mit frischen Einstellungen reinzugehen nicht oh jetzt bin ich hinter denen zurück eine Minute 30 sondern okay jetzt kommt es Laufen jetzt fängt es nochmal von vorne an und es hat dann gut geklappt tolles Rennen von ihr sie will auch Richtung Olympia denken dürfen wir schauen derweil mal auf die Top 10 und sehen drei Sekunden Vorsprung für Emma Jeffcoat dreimal Brüschhütten na klar sie gewinnen haushoch dieses Auftaktrennen und damit sind sie auch der alte und neue Tabellenführer auch nach dem ersten Rennen der Triathlonsaison 2019 es geht weiter am 23. Juni dann mit dem Rennen in Düsseldorf danach noch Tübingen und der Saisonabschluss den gibt es dann Anfang August in Berlin ja und heute ist es tatsächlich schon soweit Stopp 2 in der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga hier ist Düsseldorf hier ist der T3 Triathlon und kurzer Blick auf die Uhr lang ist nicht mehr 35 Minuten bis zum Start bei den Elite Damen fliegender Wechsel auch hier in der Kommentatorenkabine Jan Peiniger ist auf dem Weg um sich was Kaltes trinken zu holen und ein schattiges Plätzchen um genau dieses Rennen anzuschauen wohlverdient muss man sagen wohlverdient und diese sonore Stimme die euch jetzt die nächsten knapp drei Stunden begleiten wird hier an meiner Seite durch die Rennen in der Bundesliga Damen und Herren das ist Gregor Buchholz der deutsche Meister über die Sprintdistanz im Jahre 2015 das ist richtig das ist richtig und mittlerweile einer der sich im Bundesliga geschehen natürlich auskennt wie kaum ein Zweiter wir haben das eben gesehen Lisa Terzsch ist leider nicht am Start Start heute in Adwerpen vierte vierte im Kreichgau wir haben ja gerade den Rückblick gesehen ja sie junge Nachwuchshoffnung der deutschen Triathlon-Union das war schon eine Geschichte in Kreichgau also Wahnsinn vierter Platz und das nach drei Jahren ohne einen einzigen Triathlon-Start ja sie war ja jetzt längere Zeit auch in den USA hatte dort ein Stipendium bekommen hat sich länger dem Laufsport gewidmet aber wie sie ja selbst im Interview gesagt hat so der ganze Reiz macht für sich dann doch der Triathlon aus und es war schon ein ziemlich beeindruckendes Comeback was es ja gegeben hat deutlich schnellste Laufzeit ja ich bin sehr gespannt sie ist ja jetzt dieses Wochenende beim Weltcup in Antwerpen im Start genauso wie zum Beispiel also wir haben da viele deutsche Mädels an der Startlinie auch Laura Lindemann so unser Topstar mit der 1 am Start den drücken wir natürlich da auch die Daumen ein Busch-Hüttener Podium in Kreichgau alle ersten drei Plätze das war eine Ansage wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer auf die Startliste schauen und gucken und dann auch sehen dass sag ich mal der erste zweite und dritte Rang nicht komplett hier in Düsseldorf vertreten ist aber wenn wir über die Favoritenlage bei den Damen sprechen gibt es da überhaupt einen Weg der an Buschütten vorbeiführt? das wird auch dieses Mal glaube ich sehr sehr schwierig also Buschütten ist hier wieder klar also wirklich ganz klar in der Favoritenrolle wieder doch recht hochwertige internationale Besetzung dennoch ist Witten nicht zu unterschätzen gerade Marlene Gomez-Islinger hat sich auch in Kreichgau sehr gut verkauft mit dem sechsten Platz und ja in der Triathlon-Bundesliga müssen halt bei den Damen wirklich drei Athleten ins Ziel kommen das ist auch schon in Kreichgau nicht Allmannschaften drei von vier das ist auch in Kreichgau nicht Allmannschaften gelungen und daher kann der Favorit immer noch zu Fall gebracht werden denn auch das haben wir bei den ersten Rennen bei Damen und Herren gesehen es gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten sich selbst aus dem Rennen zu nehmen ungewollt oder gewollt Stichwort Stürze auf dem Rad oder natürlich auch Verletzungen all das ist möglich und all das wird uns auch heute Nachmittag hoffentlich nicht so viel begleiten ansonsten stellt sich natürlich die Frage wir haben natürlich nicht nur die Mannschaftswertung sondern auch die Einzelwertung wer ist dort für dich Favorit ich nehme an jetzt werden wieder einige Buschüttener Namen fallen Ja also wir haben ja gesehen Siegerin von Kreichgau war Emma Jepkot und sie ist aus meiner Sicht auch ganz klar die Favoritin wird das Rennen schnell machen von Anfang an sie ist eine starke Schwimmerin wird versuchen mit einer kleinen Gruppe auf dem Rad wegzukommen und wenn ihr das gelingt dann hat sie auf jeden Fall die Power da auf dem Rad wegzukommen also das Rennen zu gewinnen sie hat letztes Jahr zwei Weltcup-Siege unter sich verbuchen können und ja man kann auch ein Bundesliga-Rennen gewinnen allerdings hat sie auch im eigenen Team große Konkurrenz alleine Jula Ilistratova aus der Ukraine die eine schwächere Schwimmerin aber dafür eine umso stärkere Läuferin ist daher ja muss es ist interessant wie sich alleine auch im Team Buschütten die Team-Taktik entwickelt weil du hast für beide Rennszenarien beide Athleten und ja ich sag mal die restlichen Mannschaften versuchen durch ja hochwertige sehr schnelle Athletinnen wie zum Beispiel Deborah Lynch aus Naseeland Startelfertreter in Potsdam ihre Chance irgendwo zu ergreifen vielleicht dem Renn ihr Stempel aufzudrücken und dann den Großen ein Schnippchen zu schlagen ja gehen wir vielleicht einmal ins Detail weil das natürlich ganz interessant ist es war natürlich schon eine Geschichte dass das Podium komplett in Buschüttener Hand war in Kreichgau jetzt ist die Zweiplatzierte vom Rennen in Kreichgau nicht am Start Nathalie von Kervörden auch eine Australierin und auch die Drittplatzierte Emi Scharai Scharai ein Name beim Scrabble wird zur Höchstpunktzahl bekommen die Franzosin ist auch nicht mit am Start und trotzdem sprichst du von Buschütten von einem klasse internationalen Aufgebot wer ist dafür nachgerückt also man muss dazu sagen dass Emma Jeffco zum Beispiel erst gar nicht aufgestellt war sie kommt als Ersatz für Nathalie Wankow-Würden die Zweiplatzierte aus Kreichgau Wankow-Würden hat sich leider im Training verletzt und kann daher nicht starten und ich habe mich noch mit dem Teamleiter Rainer Jung unterhalten noch kurz vorher und er hat mir noch schwitzend erzählt dass er es noch geschafft hat die Emma Jeffco hierher zu kommen das ist immer für die sportlichen Leute auch immer eine riesen eine riesen Aufregung nochmal vom Rennen die Starterliste nochmal da voll zu bekommen aber also wohl dem der so einen Ersatz organisieren kann man muss sagen natürlich da ist Klagen auf wirklich allerhöchsten Niveau und ja aber der Ersatz ist wirklich hochwertig wir haben Anna Maria Mazzetti diesmal neu dabei Italienerin auch schon eine sehr sehr lange erfahrene Athletin schon sehr lange im Weltcup und auch im BTS geschehen dabei also in der World Triathlon Series was ja im internationalen Triathlon so die höchste Ebene ist und sehr erfahren Julia Ilistrato war auch schon jahrzehntelange Erfahrung muss man schon fast sagen daher lassen sich die Ausfälle wie Vancoe Burden aus beschüttender Sicht wirklich sehr gut verkraften das alles ab 13 Uhr dann für euch natürlich hier im Livestream wir sind unterwegs mit einer Motorradkamera wir haben eine Drohne im Einsatz und wir haben auch hier eine Krankamera rund um den Zielbereich für euch im Einsatz und versuchen hier haben wir die Krankamera direkt versuchen dann das Geschehen natürlich so gut wie möglich abzudecken wir haben mit Gregor einen echten Experten der die Sportlerinnen und Sportler aus dem FF kennt also von daher freut euch drauf spread the news wir freuen uns über jeden der sich reinklickt und falls ihr aus der Gegend kommt kommt vorbei nach Düsseldorf kommt jetzt noch an die Strecke ihr bekommt jede Menge geboten denn vielleicht Gregor du kennst natürlich auch diverse Locations kennst die entsprechenden Startorte kennst das entsprechende Ambiente aus eigener Erfahrung auf der Strecke neben der Strecke was macht aus deiner Sicht den Reiz hier in Düsseldorf aus? also der Reiz in Düsseldorf hier ist ja ganz klar was für die Sportler vielleicht auch gerade sportlich sehr anspruchsvoll ist diese verwinkelte Strecke ist natürlich für die Zuschauer umso genialer weil wenn du dir ein, zwei clevere Spots aussuchst dann siehst du die Athleten beim Laufen zum Beispiel einfach mal viermal in einer Runde vorbeilaufen und um das Rennen zu verfolgen ja ist Düsseldorf wirklich eigentlich einzigartig 1A wir kommen gleich noch auf die Besonderheiten dieser Strecke vielleicht auch auf die Schlüsselstellen an denen es sich lohnt besonders gut hinzuschauen gerade natürlich den ich glaube das wird eine also korrigiere mich wenn ich falsch liege aber gerade der Start ins Radrennen wird natürlich eine neuralgische Stelle der über den Ausgang des Rennens schon mitentscheiden könnte oder? ja absolut also generell in der Bundesliga sind ja die Schlüsselstellen gerade die Wechsel der Ausstieg aus dem Schwimmen und der Sprung auf das Fahrrad und der ist auch hier gerade in Düsseldorf nochmal wirklich speziell muss man sagen es geht ja erstmal diese lange Treppe hoch das ist schon mal auf die Brücke genau auf die Brücke das ist schon mal für die Athleten auch sonst sehr ungewohnt das gibt es nicht so häufig und auch der Weg zur Wechselzone ist wirklich sehr sehr lang also da bin ich mal gespannt ob das noch irgendwelche Rennentscheidungen bringt und da kann man wirklich viel gewinnen aber auch echt viel verlieren man muss ja auch dazu sagen Jan hat das heute Morgen erklärt klar wir sprechen hier über Profis aber trotzdem gibt es natürlich da immer einen Unterschied wie gut man das verpackt diese paar Meter aus dem Wasser raus bis tatsächlich man am Rad angekommen ist da gibt es auch tatsächlich Sekunden die man gewinnen oder verlieren kann ja also der Wechsel gerade auf der Kurzdistanz auf der Olympischen Distanz ist die vierte Disziplin und super entscheidend man muss sich ja vorstellen man ist beim Schwimmen in der Waage rechten das Blut ist in den Arm und allein dann hoch zu kommen ich denke mal der Japaniker wird bestimmt auch schon die Qualen beschrieben haben im Wettkampf bei den Athleten das Laktat steht dem wirklich bis Oberwasser Unterlippe und sich dann aufzurichten dann diese Treppe hochrennen und dann ich sag mal der Weg bis zu den Fahrrädern sind vielleicht 400 Meter das ist eine ganze Ecke und wer in der Lage ist nach dem Schwimmen schnell umzuswitchen und wirklich schnell in die Wechselzone zu kommen der kann echt den Sprung nennen wenn es knapp wird in die erste Gruppe oder halt eben auch nicht schaffen und erste Gruppe auf dem Rad ja oder nein das ist so einer der ganz großen Vorentscheidungen die auf der Konsistanz so eine Rolle spielen denn falls ihr euch nicht so auskennt im Triathlon oder vielleicht nur die ganz großen Events wie Kona Hawaii euch anschaut in der Triathlon Bundesliga ist Windschattenfahren erlaubt insofern ist es besonders wichtig in der ersten Gruppe mit dabei zu sein dass der Hintergrund zu dem was Gregor gerade für euch bildhaft skizziert hat wir haben natürlich nicht nur die Damen am Start ab 13 Uhr auch für eure weitere Planung ab 14.30 Uhr dann das Elite-Rennen der Herren und auch dort sprechen wir über den zweiten Stopp denn natürlich haben auch die Herren in Kreichgau ihren ersten Saisonstopp absolviert und auch da war es spannend und auch da jubelte am Ende ein Mann in Rot und den bekommen wir heute auch zu sehen Bitburger 0,0 offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga wünscht erfrischende Unterhaltung wir freuen uns auf den Saisonauftakt in der ersten Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga das Rennen im Kreichgau mit insgesamt 80 Startern in der Herren Konkurrenz bedeutet 16 Mannschaften die sich freuen auf das erste von insgesamt vier Rennen 750 Meter schwimmen dann 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen das die Herausforderungen vor dem Start Spektakuläre Bilder für die Formel 1 des Triathlons so wird die Bundesliga ja genannt und bei gut 20 Grad also der Auftakt hier im Wasser aber manchmal ist viel zu wenig Wasser für viel zu viele Schwimmer mit da nur Linus Stimmel vom Buschhüttener Team ist davon völlig unbeeindruckt und wir gucken noch mal in den Start rein oben da sehen wir da ist ein Fehlstart mit dabei und das ahnten die Kampfrichter Auflösung dann gleich in der ersten Wechselzone Linus Stimmel der Schnellste kann hier entspannt wechseln aber insgesamt drei aus dem Saarland müssen hier zehn Sekunden extra in der Wechselzone abstehen denn die Kampfrichter haben genau jene Strafe erlassen bitter insgesamt vier Athleten die also diese Strafe bekommen aber kann das vielleicht sogar motivierend sein die Auflösung dann auf der ersten Radrunde plötzlich ist das Team Saar vorne mit dabei die zehn Sekunden schnell wieder aufgeholt und der große Pult der Athleten geht geschlossen auf die ersten fünf Kilometer und mittendrin in diesem Feld ja auch ein Superstar nämlich Richard Murray Olympia Vierter hier vorne sehen wir ihn mit dem roten Dress er einer der über so viel Erfahrung verfügt und er ist einer der schnellsten dann nach der zweiten Disziplin wenn es heißt wieder rein in die Boxengasse und möglichst schnell von einem Fahrradfahrer zu einem Läufer werden wir gucken mal zu bei Richard Murray hatte leichte Verletzungsprobleme gehabt in der Saisonvorbereitung aber jetzt rechtzeitig zu diesem Auftakt hier im Kreichgau ist er wieder fit hat das Rennen schon dreimal gewinnen können und auch die Saarländer haben sich gut geschlagen trotz der Strafe aber auf dem Radkurs gab es auch nochmal einen Sturz und auch die Kampfrichter haben da nochmal genau hingeschaut und haben wieder Vergehen geahndet also wieder gibt es auch Zeitstrafen die auf der Laufstrecke dann verbüßt werden müssen tolle Bilder und viele viele Zuschauer hier beim Auftakt die Bundesliga rockt und die Frage schafft Richard Murray die schnellste Laufzeit sein Ziel ist es hier wieder zu gewinnen die Konkurrenz versucht sich an ihm aber er läuft aufschnitt 15 Minuten für diese 5 Kilometer und dann die Penalties also die Strafen ausgesprochen unter anderem auch gegen Felix Duchamp aber sein Teamkollege der ist auf Goldkurs und tatsächlich Richard Murray kommt als erster in die Zielgerade in der Theorie der Favorit und auch in der Praxis gewinnt er überlegen am Ende vor John Gore Lehmann der Junioren Weltmeister 2018 mit einer starken Vorstellung und Valentin Berz holt Bronze hören wir mal rein beim Sieger wow also das war alles andere als leicht denn die erste Runde beim Laufen die war glaube ich entscheidend da habe ich einfach mal ein bisschen Gas gegeben ich habe erst ein gutes Schwimmen gehabt aber ich kann da immer nicht nach vorne so richtig gucken wusste gar nicht wo bin ich bin in die Wechselzone reingelaufen hab gesehen da sind viele Fahrräder das ist schon mal gutes Zeichen und auf dem Fahrrad habe ich mich da wirklich gut gefühlt bin gleich mit nach vorne gegangen und dann wollten wir eigentlich so einen Ausreißversuch machen aber irgendwie hat das nicht hingehauen aber egal es hat gereicht ja dritter Platz Podium in der Bundesliga ist immer top mein Schwimmen war richtig gut ich bin glaube ich als Vierter aus dem Wasser hatte dann aber leider eine Zeitstrafe aber das Feld war dann sofort zusammen und dann war nicht viel zu machen auf dem Rad gegen Ende hat der Richard Murray dann immer attackiert dann wird es richtig hektisch dann hat es richtig Glück dass ich nicht gestürzt bin ich habe es hinter mir noch rasseln hören dann habe ich schon gedacht fuck habe ich erstmal die Schlücke wieder schließen müssen und beim zweiten Wechsel war ich dann ein bisschen weiter hinten konnte dann aber gut vorlaufen und im Endspurt dann das dritte Platz holen Trotz Zeitstrafe aufs Podium das verdient ein extra Lob für Valentin Wernst der also hinter Richard Murray und John Goylehmann hier den dritten Platz holt und wir gucken auf die Resultate vom Saisonauftakt hier im Kreichgau das also die Top 10 Richard Murray mit gut 30 Sekunden Vorsprung er will ja auch in Tokio dann für Furore sorgen bei Olympia 2020 und was die Mannschaften angeht es wird spannend Potsdam hat schon angekündigt vor der Saison wir wollen Burschütten ärgern sie knapp auf dem zweiten Rang vor den Jungs aus dem Saarland das ist der Auftakt wir freuen uns auf weitere tolle Rennen dann in Düsseldorf Tübingen und Berlin Tja und dieser 23. Juni ist heute zweiter Stopp der Bitburger 0,0 Teatron Bundesliga ihr schaut den Livestream bei LaRache vom T3 in Düsseldorf und gleich geht's los dann aber nicht mit den Herren der Schöpfung sondern mit den Damen weiter an meiner Seite Gregor Buchholz deutscher Meister über die Sprintdistanz im Jahr 2015 gewesen und ein absoluter Experte was das Bundesliga-Geschehen angeht wenn wir über die Männer kurz sprechen auch dort muss man sagen ist natürlich was die Starterliste angeht ein bisschen Umschlag drum gewesen es gibt heute einfach unglaublich viel Triathlon in Europa und nicht alle die im Kreichbau am Start waren sind heute auch hier in Düsseldorf am Start ja da hast du recht wie gesagt der Weltcup in Antwerpen was wir schon erwähnt haben ist am Start wir haben außerdem den Grand Prix in Dunkirk die Franzosen haben im Prinzip was bei uns die Bundesliga ist ist bei denen der Grand Prix auch eine Rennserienveranstaltung mit großer Tradition dennoch lohnt sich der Blick auf die Starterliste denn wir haben auf jeden Fall Weltklasse also vor allem mit Richard Murray Justus Nischlag Weltklasseathleten am Start aber auch wirklich sehr interessante Newcomer wie Ruben Zepunke also das Männerrennen da freue ich mich schon richtig drauf das wird glaube ich trotzdem richtig interessant über Ruben Zepunke den Local Hero weil er hier aus Düsseldorf kommt auch wenn er heute für Köln startet weil Düsseldorf kein Bundesliga-Team am Start hat sprechen wir sicherlich später nochmal Justus Nischlag ist natürlich auch ein interessanter Mann den wir später sehen werden und weil es höchstwahrscheinlich nach dem Damenrennen zeitlich ein bisschen huddelig und ein bisschen schnell alles über die Bühne geht und wir dann urplötzlich schon im Herrenrennen hängen würde ich vorschlagen dass wir uns ein Interview was wir mit Justus geführt haben doch jetzt schon reinziehen denn jetzt haben wir ja noch die Zeit ist noch ein gutes Viertelstündchen bis es dann um 13 Uhr losgeht mit den Damen deswegen Film ab für das Interview mit Justus wenn die Regie soweit ist können wir das schon starten oder sieht so aus machen wir doch einfach Herzlich Willkommen aus Düsseldorf neben mir Justus Nischlag freut mich total dass das endlich mal klappt dass wir gemeinsam ein Interview führen können wir haben schon immer mal per Facebook und so weiter geschrieben und da hast du mal einen kleinen Beitrag bei uns gemacht das ist schon eine Weile zurück liegt schon eine Weile zurück aber jetzt endlich mal live und wahrhaftig mit richtigem Gesicht vor mir sehr schön ich freue mich Hi Wir sind hier in Düsseldorf morgen findet das Bundesliga-Rennen hier statt du bist ganz unerwartet auf der Startliste erschienen jetzt in den letzten Wochen wie kommt es? Ja wir hatten ein bisschen Personalmangel bei uns im Team und dann habe ich ganz laut hier gerufen und da wurde ich halt gefragt ob ich nicht einspringen könnte und dann habe ich mit meinem Coach gesprochen und dann haben wir entschieden dass wir das schon noch hier unterbringen können und auf dem Weg nach Hamburg sozusagen als intensive Trainingseinheit mitnehmen Hörst du da so ein bisschen raus du nimmst das hier aus dem vollen Training mit? Ja durchaus das ist alles so abgesprochen ich habe die Woche noch gut trainiert und auch heute noch gutes Trainingspensum absolviert von daher schauen wir mal wie die Beine morgen sind aber ganz so schlimm wird es sicher nicht werden Ja ich meine du bist hier schon mehrfache Sieger gerade bei Bundesliga-Rennen morgen ist auch mit Richard Murray da ein guter Läufer oder guter Athlet mit am Start da ist vielleicht doch auch das Ziel da heimlich sich gut zu battlen und sich einfach gut zu duellieren Ja da müssen wir mal schauen wie der Rennverlauf dann aussieht wie das vielleicht vorne in der Gruppe geht aber ansonsten glaube ich dass die Beine nicht ganz so frisch sind um da ganz vorne mitlaufen zu können aber wichtig ist ja dass wir dann am Ende des Tages mit dem Team oben stehen und da haben wir ja auf jeden Fall noch ein paar gute Leute mit dabei und ja dann schauen wir mal wo ich mich da noch so mit platzieren kann im vorderen Feld aber trotzdem bin ich sensationell dass da wirklich auch so ein gutes internationales Starterfeld immer hier dabei ist jetzt hast du gerade gesagt du machst das aus dem vollen Training heraus mit Blick natürlich auf Hamburg was nimmst du dir da vor ist ein WTS-Rennen du hast jetzt gerade natürlich tolle Erfolge auch feiern können über den Weltcup aber ist nochmal ein Kaliber höher ja? ja durchaus ob jetzt WTS oder Weltcup klar die Weltcups waren jetzt auch teilweise gar nicht so schlecht besetzt aber WTS ist einfach die Leistungsdichte noch höher von daher kann man das so nicht 1 zu 1 vergleichen Ziel für Hamburg ist einfach auch wieder ein gutes Rennen ein stabiles Rennen abliefern das wird dann sicher nicht so im Endergebnis sich widerspiegeln wie jetzt in einem Weltcup aber ich bin ganz zuversichtlich mit dem Heimvorteil dass es doch auch ein ganz gutes Rennen wird ja was denkst du so von Taktik her also wenn man da nach Richtung Hamburg blickt wie wird sich das da gestalten? ja die haben ja vor ein paar Jahren die Radstrecke leider ein bisschen geändert und seitdem fahren die Felder eigentlich ganz gerne zusammen da habe ich natürlich was dagegen und ich hoffe und denke da gibt es auch noch ein paar andere Jungs die auch was dagegen haben von daher wird die Taktik sein einfach voll schwimmen und schauen dass vorne irgendwie ein Zug geht kommen wir jetzt nochmal auf den Tag hier in Düsseldorf nochmal zurück zum Bundesliga-Rennen wie nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit wie das so grundsätzlich so abläuft es sind ja viele Talente dabei da können immer gute Überraschungen passieren die man vielleicht vorher nicht so auf der Rechnung hatte was schätzt du da für das Rennen hier ein? ja Bundesliga ist immer so eine kleine Überraschungspackung welches Team da noch wen organisiert hat und gerade auch im Nachwuchs weil es ja ein Sprint einfach ist da kann sicher auch der ein oder andere junge Athlet mal die Großen ärgern und das ist eigentlich die coole Sache in der Bundesliga denke ich ja gerade wahnsinnig tolle junge Athleten die jetzt auch da aufstreben ein Wort vielleicht nochmal hast du den Hoben Zipuntke da so ein bisschen auf dem Radar? ne muss ich ganz ehrlich gestehen nein ja das ist so ein bisschen ein Quereinsteiger da war ein Heilbronn ein Dritter gewesen und ja jetzt ja dann sagt mir was der kann gut Rad fahren ne? ja ja und vielleicht geht da was er hat nur vorab im Interview schon gesagt dass er da sehr aggressiv und forsch angehen möchte gerade so er meinte die Kurven er kommt aus Düsseldorf die Kurven werden schon heiß angefahren da bin ich gespannt vielleicht erlebt man da auch vielleicht ein ungewöhnliches taktisches Rennen wo man versucht auf dem Rad schon ein bisschen was zu reißen ja jetzt wo du von ihm erzählst ich habe das Interview gelesen ja ist schon eine Weile her aber jetzt macht es doch Bling ja bin ich gespannt also so ein Athlet kann natürlich dann auch den ganzen Rennverlauf ein bisschen verändern wenn er halt sagt ist mir egal ich fahre auf dem Fahrrad hier gerade vor heimischer Kulisse erstmal alles auseinander oder zusammen und ja ich lasse mich überraschen ich bin gespannt ja dann nehmen wir das Wort einfach mit und freuen uns da morgen auf das Rennen und wünschen dir natürlich toi 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 dass alles gut klappt und gerade auch mit Hinblick auf die auf die nächsten Rennen und ja dass da alles gut funktioniert ja also vielen Dank für den Moment heute und dann bis morgen Dankeschön Ciao Justus Nieschlag im Gespräch mit LaRasch Reporter Alexander Pohle interessante Einblicke von ihm und wir nähern uns jetzt auch zeitlich mit Blick hier auf den NRW Landtag und den Zielbereich von unserer Krankamera hier direkt auf Zielhöhe langsam aber sicher dem Damenrennen in der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga und nach wie vor an meiner Seite Gregor Buchholz Experte für den Livestream wir übertragen auch das damit ihr direkt die Füße wieder in euer Planschbecken stellen könnt und euch ein isotonisches Galtgetränk an die Seite packt und dann euer mobiles Endgerät vor euch wir übertragen hier durch in Düsseldorf auch noch das Herrenrennen das um 14.30 Uhr an den Start geht und bei dem Justus Nieschlag dann eben auch ins Wasser springt aufs Rad und am Ende über die Laufstrecke für alle die sich nicht so auskennen Gregor das Streckenprofil hier in Düsseldorf es geht zunächst durchs Rheinbecken und wir sprechen über die Sprintdistanz können wir vielleicht nochmal für Leute die sich nicht so auskennen die Distanzen ein bisschen abchecken und vielleicht auch den Streckenverlauf weil gleich wenn das Rennen gestartet ist werden wir dafür nur noch wenig Augen haben also die Sprintdistanz an sich sind 57 Meter Schwimmen 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen das wird bei den Frauen so roundabout eine Stunde dabei brauchen bei den Männern etwas kürzer so 50 bis 55 Minuten und daran merkt man schon bis durch drei Disziplinen geteilt das geht kurz und knackig zur Sache das Schwimmen also die Strecke an sich ist sehr verwinkelt das ist so eines der großen Besonderheiten auch hier in Düsseldorf die Schwimmstrecke schwimmt sich ein bisschen wie so eine Schnecke man hat immer diese Rechtskurven dann geht die Treppe hoch auf dem Rad wahrscheinlich auch eine einmalige Möglichkeit für die Sportler wenn sie über den Rhein fahren über die Brücke fahren Alkniebrücke genau du bist sicher als Düsseldorfer hier kennst du dich ja hier besser aus und ja mäßig technisch würde ich die Radstrecke einschätzen also sie hat natürlich so einige 180 Grad Turns dabei das sind immer so Kurven und gerade auch so U-Turns also wo man quasi direkt die Richtung wechselt sind immer so die Knackpunkte wo auch die Athleten aufpassen müssen weil auch dieser Zieharmonika-Effekt da immer einsetzt das Feld sieht sich dort in Länge und wenn du da nicht aufpasst dann ja verpasst du möglicherweise die Situation und musst abreißen lassen und auch die Laufstrecke hat es in sich ich habe ja schon vorher gesagt sehr verwinkelt wunderschön hier durch den Park geht hoch und runter immer wieder anderer Untergrund dann müssen sie wach bleiben trotz der Hitze zur Schwimmstrecke gleich mehr wenn es in Richtung Start geht und auch wir das Ganze natürlich dann bildtechnisch dementsprechend abbilden noch sind wir im Zielbereich vielleicht erst einmal zur von Gregor angesprochenen Radstrecke du hast diese U-Turns angesprochen hat natürlich einen Hintergrund man hat es versucht zuschauerfreundlich zu lösen insofern als dass man nicht die große Schleife fährt wie die Hobby Freizeit und Amateurathleten heute Vormittag beispielsweise über die Olympische und die Sprintdistanz sondern wir fahren eine 5 Kilometer Schleife die wird dann dementsprechend um auf 20 zu kommen viermal absolviert und das führt dazu dass man eben auch als Zuschauer hier im Medienhafen immer wieder die Athleten an sich vorbei flitzen sieht und so natürlich das Renngeschehen im Auge behalten kann dabei geht es dann entsprechend los hier aus dem Medienhafen rüber direkt in Richtung Landtag am Rheinturm vorbei und dann direkt auf die Rheinkniebrücke und hinten am Kaiser Wilhelmring da waren wir heute Morgen auch schon mal mit der Motorradkammer unterwegs das heißt in Oberkassel direkt der U-Turn die Wände und direkt wieder über die Rheinkniebrücke so dass man direkt wieder hier in den Medienhafen abbiegt aber das werden wir auch später natürlich für euch im Blick behalten bei der Laufstrecke hat sich nichts getan im Vergleich zu heute Vormittag aus dem Handelshafen in Richtung Rheinturm Landtag am Apollo Theater direkt am Rhein wird gewendet und dann geht es wieder in den Medienhafen der erste Teil der Strecke noch leicht mit Schatten bedacht danach in der prallen Sonne und die Temperatur das ist natürlich auch ein Thema heute es man muss sagen hier herrscht schon eine Bullenhitze und im nächsten Tag soll es noch heißer werden welchen Einfluss hat das bei Profis die bis in die letzte Haarspitze austrimiert sind das ist ganz unterschiedlich es gibt Profis die kommen sehr gut damit klar es gibt natürlich Profis die stört das weniger auf der Sprintdistanz generell ist das jetzt noch okay also dafür sind die Temperaturen weil wir über eine Stunde sprechen weil wir über eine Stunde sprechen jetzt gut muss man sagen die sind natürlich am Limit es ist eine Stunde am Limit da mag es natürlich einige geben die unter diesen Temperaturen vielleicht nicht die 110% abrufen können sondern nur die 107 wie gesagt das ist möglich aber noch ist das machbar also es dürfte noch nicht die großen Auswirkungen auf das ein Geschehen haben vielleicht noch mal ein bisschen um das einzuordnen wir versuchen natürlich nicht nur die sagen wir mal Triathlon Freaks mitzunehmen die wirklich jeden Sportler und jeden Wettkampf mitverfolgen sondern auch die die sich vielleicht jetzt heute zum ersten Mal oder nicht so zum x-ten Mal eingeklickt haben wie funktioniert das in der Triathlon Bundesliga wir haben sowohl die Einzelwertung als auch die Mannschaftswertung nach welchen Kriterien kann man dort am Ende vorne landen genau also ich sag mal im Unterschied zu den meisten Triathlon Wettkämpfen ist die Triathlon Bundesliga ein Teamwettkampf er starten bei den Frauen vier Starterinnen bei den Männern fünf Starter natürlich ist es ein normaler Triathlon jeder macht einzeln sein Rennen und dann ist aber das Entscheidende dass im Falle der Frauen die ersten drei Athletinnen für die Teamwertung gezählt werden man macht das ganz einfach man nimmt einfach ihre Platzierung addiert sie zusammen und dann hat man die Platzziffer und das Team mit der niedrigsten Platzziffer hat sozusagen die Tageswertung gewonnen und bei den Männern sind es dann logischerweise die besten vier Athleten und dann diese Gesamtplatzierung die man dann pro Rennen erreicht geht in die Tabelle und wird dann aufaddiert genau der Tagessieger bekommt 20 Punkte der zweite 18 Punkte und so weiter und am Ende der Saison diese Saison haben wir vier Rennen gewinnt das Team das hier ist das zweite jetzt das ist das zweite genau und ja am Ende der Saison Team mit den meisten Punkten ist dann quasi deutscher Mannschaftsmeister Buschütten Titelverteidiger bei Damen und Herren und eigentlich immer Top-Favorit auf den ersten Platz letztes Jahr in Düsseldorf aber weder bei den Damen noch bei den Herren gewonnen was ist denn da los da war es auch so heiß hier ja vielleicht vielleicht haben wir ja eine Schwäche der Buschüttener herausgefunden wir wollen ja die Spannung hier auch ein bisschen müssen hier ein bisschen anheißen ja ich sag mal so das kann natürlich immer mal passieren man muss natürlich auch so sehen dass der wirklich jahrelange Erfolg der Buschüttener inzwischen die anderen Teams ja anstachelt und wenn Buschüttener nicht auf Platz 1 landet das ist natürlich diese Tage die werden natürlich hochgehalten auch von den anderen Teams und es gibt immer wieder Teams gerade Saarbrücken und auch Potsdam das sind ja in Deutschland auch so die Nachwuchs-Bundesstützpunkte die haben natürlich auch die Möglichkeit junge richtig schnelle Sportler mal aufzustellen wenn es halt mal passt und jetzt nicht vielleicht noch so ein Weltcup oder ein Europa Cup oder sowas ansteht und dann sind auch diese Teams wirklich ja knallharte Konkurrenz mit Buschütten und sind in der Lage auch Buschütten zu verdrängen Potsdam und Witten bei den Damen auf den Plätzen zumindest beim ersten Rennen wir haben es eben in der Zusammenfassung des ersten Saisonrennens aus Greichgau gesehen und natürlich auch die Frage hier an dich bei Potsdam haben wir zum Beispiel eben schon thematisiert Lisa Terzsch die jetzt Vierte in der Einzelbewertung war diesmal nicht am Start inwiefern ist Potsdam heute auch ein Anwärter auf einem Platz ganz vorne Potsdam ist gefährlich aber auch ich denke bitte verzeiht es mir liebe Potsdamer ich denke immer schwächer besetzt als im Greichgau liegt auch einfach daran dass ihre besten Athletinnen also in den angesprochenen Lisa Terzsch eine Laura Lindemann eine Nina Aym im Weltcup in Antwerpen am Start sind das heißt ja die ganz schnellen Pferde in der Mannschaft sind leider nicht am Start dennoch sehr interessant Olivia Matthias ist eine junge Britin die schon beim Weltcup in Madrid auf den sechsten Platz gelandet ist bei der Europameisterschaft in Wert dieses Jahr war sie in Top Ten das heißt sie haben schon noch einige Athleten mit genügend Klasse am Start und daher sind sie schon in der Lage auch die Großen zu ärgern wir waren jetzt schon kurz mit unserer mobilen Kamera im Rheinbecken und das führt uns natürlich zur Schwimmstrecke gleich der Start vielleicht nochmal für alle die sich jetzt reinklicken denn das Zuschauer und ja Klickinteresse wird sicherlich jetzt etwas größer sein denn wir starten in wenigen Minuten hier in Düsseldorf mit dem T3 Triathlon wir sind mittlerweile bei den Elite Rennen angekommen und die Damen haben natürlich das Vorrecht und werden gleich sich ins Becken stürzen und wir werden das gleich für euch auch versuchen mit unserer mobilen Kamera natürlich bildhaft aufzubereiten ist insofern interessant als das dort vor pickepackevollen Zuschauerrängen quasi gestartet wird dort wird oben wenn man so will direkt vom Rheinbecken reingeschaut vom Rand ins Becken rein der Wasserstand deutlich höher als in den Vorjahren hier sieht man das das heißt man ist mittlerweile drei Meter näher dran als im Vorjahr ganz einfach dadurch dass der Wasserstand höher ist und die Damen springen gleich ins Wasser werden zu Bild rechten losschwimmen wie Gott das eben erwähnt und jetzt geht es auch schon los genau ja das ist jetzt wirklich mit einer der entscheidenden Phasen im Rennen gerade jetzt gilt es für die schnellen Schwimmer Wasser gut zu machen ich sag mal nicht Boden gut zu machen und sich schnell an die Spitze zu setzen und für die schwächeren Schwimmerinnen die müssen jetzt versuchen die schnellen Füße zu erwischen denn man kann ja im Wasserschatten Kräfte sparen das heißt langsame Schwimmer können sich versuchen so ein bisschen von den schnelleren ziehen zu lassen aber diese Plätze sind umkämpft wir haben hier um die 60 Athletinnen die gleichzeitig ins Wasser springen und noch sehen wir es ist alles schon breit aber irgendwann wollen wir alle um die erste Boje rum alle wollen nach rechts und dann wird es verdammt verdammt eng und spätestens dort da wird die ein oder andere Athletin auf jeden Fall Wasser schlucken und da ist Durchsetzen angewesagt das heißt wir sehen es formieren sich jetzt hier fast so zwei Pfeilspitzen und die rechts haben wenn man so will den einfachen Start weil sie einfach nur geradeaus auf die erste Boje zu zu halten und dann geht es rechts und dann in dieser Schneckenform wie du gesagt hast das heißt unsere Kamera beobachtet das Geschehen jetzt von der Brücke unter der geht es durch genau und dann aus Sicht der Athleten rechts und nochmal rechts genau und was wir ganz schön sehen ich denke mal auch wir konnten es nicht ganz so gut sehen aber ich sag mal für uns rechts auf dem Baton links standen ja die Favoriten die Buschüttner zum Beispiel und die machen auch halt links den Zug auf ich schätze da wird sicherlich vorne Emma Jeffcoat mit das Tempo machen und man sieht auch ganz schön dass natürlich alle versuchen es bildet sich wie so eine Pyramide alle wollen in den Wasserschatten hinein und ja möglichst weit vorne um die erste Boje kommen denn je weiter vorne du um die erste Boje kommst umso weniger Stress hast du einfach du hast es eben angesprochen wir sprechen über 750 Meter Schwimmen wobei das jetzt die längste Strecke gerade raus ist und dann haben wir immer häufiger Bojen weil sich Schnecken mäßig immer weiter zuläuft bis wir am Ende tatsächlich dort wo unser Kameramann jetzt auf der Brücke steht oben aus dem Wasser heraus kommen und aus Sicht der Athleten links aus Sicht des Bildes jetzt rechts weg zur Wechselzone zu halten werden inwieweit werden die Zeiten wie aussehen bei den Damen wie lange brauchen diese Damen für 750 Meter hängt natürlich davon ab wie genau die Strecke ist generell brauchen sie für die Schwimmstrecke so um die 10 Minuten die Männer so meistens eine Minute schneller so in dem Rahmen das hängt natürlich ja es ist wahrscheinlich es können 47 Meter sein es können 77 Meter sein das hängt immer ein bisschen davon ab aber so in dem Rahmen 10 Minuten das ist so die Zeitskala an der sie sich bewegen um uns einen Überblick zu verschaffen oder machen wir vielleicht gleich wenn die Athleten aus dem Wasser kommen wir sehen es gibt noch eine zweite Gruppe die hier einen eigenen Zug aufgemacht hat ja das ist ich will nicht sagen untypisch ich würde vielleicht an der Stelle von der Athletin die den zweiten Zug aufgemacht hat vielleicht eher Wasserschatten suchen sie hat natürlich den Vorteil sie geht jetzt den ganzen Stress aus dem Weg sagt sich okay ich investiere die Kraft selbst vorne zu schwimmen und habe dafür aber einfach weniger geprügel muss mich mit weniger Athleten auseinandersetzen und der große Vorteil für sie ist jetzt auch gerade sie entscheidet sich bewusst für die rechte Seite denn es geht dann nachher rechts rum sie spekuliert auch ganz klar darauf nachher den kürzeren Weg zu haben und die sagen halt innen an der Boje vorbeizuschwimmen wo der Weg am kürzesten ist unser Kameramann wechselt jetzt mal kurz die Seite auf der Lido Brücke wo auch jede Menge los ist die meisten Zuschauer halten sich eben am Rand des Rheinbeckens auf und eben nicht nur auf der Brücke und jetzt können wir vielleicht wieder direkt schauen wie sich eben diese beiden Pfeilspitzen weiter annähern da haben wir es denn jetzt wird langsam rübergezogen ganz gerade können sie nicht schwimmen ein bisschen nach links müssen sie schon noch weg damit sie eben rechts rumkommen um die Boje da muss links rum geschwommen werden genau also wir schauen jetzt quasi direkt auf die erste Boje rauf da müssen sie sie müssen die Boje quasi links umrunden rechts also die rechte Schulter also sie müssen quasi links vorbei und dann rechts ab für die Boje links vorbei genau wir verstehen uns genau so Emma Jeffcoat hatte die schnellste Schwimmzeit im Kraichgau deswegen erwarten wir sie zumindest vorne mit dabei das traue ich ihr diesmal wieder zu und man hat es vorher auch sehen können oder man sieht es jetzt hier dass es für die Athleten vorne deutlich entspannter ist um die erste Boje rumzuschwimmen je weiter nach hinten es geht umso breiter wird das Ganze und ja das erste Mal wo es um die Boje geht ist auch erfahrungsgemäß immer so der Punkt wo sie vielleicht oder mal so die Lücke auftun kann einfach weil ein Athletin muss abstoppen weil die Athletin vorher noch nicht so schnell um die Boje gekommen ist und kann halt nicht so ihren Rhythmus weiterschwimmen das holst du auch nicht mehr auf auf der kurzen Strecke das kann schon gehen man muss man muss sich vorstellen dass diese Schwimmen für ich sag mal wer ein Hobby-Tathlet ist der kennt das man möchte möglichst gleichmäßig die Schwimmstrecke bewältigen das ist hier oftmals ganz anders man knallt die ersten 100 Meter an als gäbe es kein Morgen um sich so gut wie möglich zu platzieren und dann gibt es halt immer wieder die Situation man hat jemanden der einen stört mit dem man sich verhakt dann tut sich mal eine Lücke auf und man muss mal wieder einen Zwischenkick machen um halt wieder eine Lücke zu schließen aber Zwischenkick ist jetzt auch hier das Stichwort denn da vorne wird jetzt nochmal richtig Knallgas gegeben ja Emma Jeffcoat die zeigt ihre ganze Klasse ist halt auch wirklich international also auf Web-Niveau eine starke Schwimmerin daher ganz klar dass sie hier ihre stärkste Disziplin voll geltend macht und sie ist auch wirklich eine sehr starke Radfahrerin und ihre Taktik ist ganz klar jetzt hier wegzukommen wir sprechen hier natürlich noch über Abstände im Sekundenbereich sowas kann sich natürlich dann auch das haben wir eben schon mit Gregor thematisiert in der Wechselzone alles wieder verändern weil es eben eine sehr lang gezogene Wechselzone im weitesten Sinne ist beziehungsweise der Weg bis zum Rad bis zu 400 Meter betragen kann und da sprechen wir dann natürlich schon über eine relevante Strecke wo sich Zeitunterschiede verändern oder minimieren können nur damit wir den Überblick behalten Buschütten erkennt man die Athletin ganz klar am roten Dress genau wen müssen wir noch im Blick haben worauf können wir auf welche Farbkombinationen können wir uns vielleicht noch ein bisschen einstellen nur damit wir wissen von wem wir dann später sprechen nicht jetzt namentlich sondern einfach nur um ein bisschen die Teams im Augen zu behalten wichtig ist es auf jeden Fall den grünen Dress im Blick zu behalten das sind die jungen Talente aus Potsdam außerdem wichtig zu behalten ist das Team Witten was glaube im schwarzen Dress startet und wenn wir mal wieder die Spitze sehen dann können wir auch erkennen oder wir haben vorhin gesehen dass hinter dem roten Dress wir ein grünes Dress haben die Nummer 33 also quasi an Position 3 schwimmen das ist eine Potsdam und das ist die angesprochene Olivia Matthias die Britin die läuferisch wirklich sehr stark einzuschätzen ist wie gesagt dieses Jahr schon Weltcup-Podium Top 10 bei der EM dass sie zum Beispiel mitkommen wird einer Emma Jeffcott nicht gefallen denn in dieser Konstellation vorne mit dabei ist sie auch eine die ja die man für den Tagessieg auf jeden Fall mit im Blick behalten muss und insofern ist zum Beispiel auch Potsdam im grünen Dress sehr gut im Spiel wollte ich nicht ins Schwitzen bringen mit der Frage ich muss ganz ehrlich sagen so alle genau alle Einteiler ja da schwimme ich wirklich ein bisschen wer ist genau muss ich das kriegen wir auf jeden Fall noch aufgedröselt für euch hier also Buschüttender seid ihr auf jeden Fall mit Rot schon mal gut unterwegs und wisst wenn jemand in Rot vorneweg unterwegs ist dann sprechen wir tatsächlich auch über einen favorisierten Starter oder eine favorisierte Starterin in diesem Fall wieder geht es links an der Boje vorbei in einer Rechtskurve und da sehen wir das was Gregor eben angesprochen hat wenn du jetzt in bist hast du einfach den Vorteil dass du sofern vor dir kein Stau entsteht gut rumkommst und außen musst du dich entsprechend positionieren und wir haben auch schon gesehen die erste Lücke im Feld gerade schwimmen sie im Prinzip ja um die Boje rum und dann sehen wir genau da wo die Boje ist da wird es gerade etwas dünn und da haben wir etwas Wasser dazwischen bevor die nächste Athletin kommt da ist das Feld auf jeden Fall schon gerissen und das ist dann schon ein Anzeichen ja dass das zwei verschiedene Gruppen auf dem Rad werden die sich dann später gegenseitig verfolgen werden und man sieht auch einfach dass das Tempo was Emma Jeffcott vorne anschlägt sehr sehr hoch ist wir haben vorher wir haben vorne im Prinzip nur eine Einerreihe also ich sag mal je breiter die Pyramide ist je breiter das Feld ist beim Schwimmen umso langsamer ist es das ist hier jetzt in der Form nicht gegeben sondern ja vorne ist ein hohes Tempo gesetzt und da ist schon eine kleine Lücke so nach sechs sieben Athletinnen ein bisschen Wasser erkennbar ja das Schwimmen wird schnell und umso höher ist die Bedeutung jetzt im Wechsel also so eine kleine Lücke wie wir sie jetzt immer mal haben die kann jetzt in diesem Wechsel in diesem Langwechsel den wir haben größer werden oder eben auch kleiner die angesprochene Schnecke ist schon fast bewältigt jetzt geht es geradeaus zu auf die Lido Brücke das heißt aus dem Wasser raus das Blut hängt in den Armen der Körper möchte am liebsten nach vorne fallen und sucht fast Bodenkontakt aber bei den Profis um die es sich hier handelt unser Kameran macht jetzt hier den Weg über die angesprochene Lido Brücke und wir sind dann gleich wieder da so jetzt macht er nämlich ein paar Meter ja man muss sagen unser Kameramann der hat jetzt auch ein paar sportliche Meter die er zurücklegen muss er war vorher für die Schwimmstrecke verantwortlich und ist dann später auch ja der Kameramann auf dem Motorrad wenn ich das so richtig verstanden habe ohne jetzt Quatsch erzählen zu wollen so aber jetzt wird es spannend denn jetzt kommen die ersten Athletinnen raus und dann diese Brücke hoch und das ist Emma Jeffcoat vorne weg das ist Emma Jeffcoat dann haben wir Olivia Matthias hinten dran auf jeden Fall Anna Maria Mazzetti die zweite Buschhütterin und nach ihr ist eine große Lücke ja das heißt fünf vorne weg danach wieder eine Potsdamerin und jetzt sieht man jetzt geht es Schlag auf Schlag jetzt wird die Gruppe auf jeden Fall schon größer und jetzt ist die Frage jetzt kommen erst mal 400 Meter bis zum Wechselzone in den die Athleten wirklich Gas geben müssen so schnell wie möglich auf das Rad kommen müssen um die Gruppe zu bekommen um vielleicht den Sprung noch in die nächste Gruppe zu schaffen um dann eine gute Position fürs Radfahren zu haben jetzt das erste Mal wirklich ich sag mal jetzt mal die zweite Gruppe ist durch und jetzt kommt die erste größere Gruppe das heißt die Mannschaften die hier vertreten sind die Athletinnen die müssen sich dann zusammenfinden und werden dann schon jetzt einen größeren Rückstand ja aufarbeiten müssen man sieht die Qualen also man sieht es ist wirklich nicht einfach nach dem Schwimmen es ist wirklich es ist wirklich Laktat überall und dann muss da diese Treppe hoch das habe ich auch mal gemacht also 2015 die Deutschen Meisterschaften die waren ja auch hier und ja das das tut wirklich weh wir sehen dass hier schon ordentlich was los ist wir haben eben mit dem Veranstalter sprechen können über 20.000 Zuschauer im Vorjahr es soll gerade hinten am Ende der Laufstrecke pickepacke voll sein und ersten Schätzungen zufolge haben wir wohl rund 40.000 Zuschauer bis zu 40.000 Zuschauer in diesem Jahr hier mit am Start also das ist wirklich eine beeindruckende Zahl und spricht für die Strahlkraft dieser Sportart und diese Sport-Events ihr schaut bei LaRache den Livestream des T3 Triathlons und wir sind mittendrin im Geschehen in der Damen Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga später noch die Herren ab 14.30 Uhr Emma Jebcoat die Siegerin des ersten Rennens im Kraichgau als erste aus dem Wasser geschlüpft und wir sind dann gleich zurück auf der Radstrecke das werden sie sicherlich schon sein ja genau aber lassen unseren Kameramann jetzt mal kurz ein bisschen sprinten und wir legen einen kurzen Werbebreak ein bis gleich ein bisschen sprinten Bis zum nächsten Mal. 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 interessant, weil da mehrere Welten, sage ich mal so, aufeinandertreffen. Also wir haben zum einen natürlich Weltklasseathleten, wie eine Emma Jeffcoat, eine Anna Rehman Zett, die eine Iris Strato war. Und wir haben natürlich Athleten, also wir reden natürlich immer von Profis, aber der große Teil der Athleten betreibt das zwar leistungssportlich, aber geht trotzdem nebenbei studieren oder arbeiten und betreibt großen Aufwand in der Freizeit, um diese Leistung zu zeigen. Und ein wichtiger Baustein, für die die Rennen sind, auch deswegen, damit der Nachwuchs einfach mal unter dieser Atmosphäre Erfahrung schnuppern kann und sehr hochwertige Rennen machen kann. Also unsere jüngste Athletin im Vergleich, also wir haben auf der einen Seite eine Emma Jeffcoat, die schon Weltcup-Siege quasi hinter sich hat. Auf der anderen Seite ist unsere jüngste Starterin in diesem Feld gerade einmal 16 Jahre alt, startet für Tübingen. Und ihr erster Bundesliga-Start, soweit ich dir richtig informiert bin. Und man muss ja sagen, mit 16 Jahren ist sie jetzt gerade in die A-Jung gekommen. Das heißt, es ist auch das erste Jahr, dass sie die Sprintdistanz macht. Bis letztes Jahr hat sie quasi noch die Hälfte der Distanz gemacht. Ich denke mal, die wird heute auch mit einem sehr hohen Puls ins Wasser gesprungen sein. Längere Strecke denn natürlich mit dieser Konkurrenz. Aber das ist halt das Tolle auch gerade an der Bundesliga und der Grund, warum diese Bundesliga auch so wichtig ist, um halt solchen Athleten die Möglichkeit zu geben, in diesen Bedingungen, auch wenn wir sie jetzt gerade leider nicht sehen können, zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln. Und daher eine sehr, sehr wichtige Stütze der Bundesliga für den deutschen Leistungssport und Triathlon. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben nach wie vor kein Bild von der Strecke, wie ihr deutlich erkennen könnt. Wir selbst sitzen hier auch quasi abgeschnitten von allen Informationen in unserer Moderations-Container-Kabine. Wir wissen, dass Emma Jeffcoat vom Team aus Buschütten als Erste aus dem Wasser gekommen ist, ein enorm hohes Tempo angeschlagen hat und die Gruppe schon gesprengt hat, sodass sich vorne fünf Damen abgesetzt hatten. Genau. Denn es wäre natürlich interessant zu wissen, inwiefern sie vielleicht gestellt worden sind oder sich halt wirklich hätten absetzen können. Die Bedingungen waren gut. Anaria Mazzetti war die zweite beschüttene Athletin, die sicher dabei war. Und auch sie, eine starke Läuferin, sehr, sehr erfahrene Athletin. Schon sehr viele Trainer auch in ihrer Laufbahn schon gehabt. In sehr vielen internationalen Trainingsgruppen hat sie schon trainiert. Von australischen Trainern bis jetzt trainiert sie unter Joe Filiol, der jetzt auch Cheftrainer der Italiener ist. Eigentlich ein Kanadier und hat auch eine sehr populäre Trainingsgruppe, in der zum Beispiel auch der dreifache Weltmeister Mario Mola trainiert. Und daher hat es auf jeden Fall vorne sehr viel Power und auch sehr viel Erfahrung gegeben. Ich kann euch sagen, dass unser Motorrad unterwegs ist und dass die Verbindung jetzt tatsächlich steht und wir jetzt uns auf die Suche nach den Athletinnen begeben. So, da haben wir doch tatsächlich Bild. Sehr, sehr schön. Und das spielt uns natürlich jetzt in die Karten, dass wir uns auf einem kleinen Rundkurs bewegen. Fünf Kilometer, das heißt, die Damen der Schöpfung kommen hier auf jeden Fall noch vorbei und dann werden wir gleich vorne mit dabei sein. Ihr schaut den T3 Triathlon aus Düsseldorf. Neunte Auflage hier im Livestream bei LaRage. Wir haben später auch noch das Herrenrenrennen aus der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga für euch am Start. Unser Motorrad fährt jetzt hier durch den Medienhafen über einen kleinen Umweg, direkt hoffentlich auch zur Spitze. Und genau, ich wollte sagen, es ist auf der Suche nach schwortlichen Mädels. Ich habe mir gerade erklären lassen, also mich ist es jetzt technisch auch eher ein Neuland, dass auf dem Weg, also wo der Kameramann zum Motorrad gelaufen ist, anscheinend dann doch zu viel gewackelt hat und in der Buchse, wo die ganzen SIM-Karten sitzen, dann sich dann doch in Kontakt gelöst hat und dadurch keine Verbindung vorhanden war. Aber wie wir sehen, das Problem ist jetzt gelöst. So, und jetzt geht es entlang der Strecke. Das ist auch tatsächlich die Strecke, die dann eben gefahren wird. So, und wenn wir jetzt hier gleich in Fahrtrichtung links abbiegen, dann kommt man auf die Rheinkniebrücke. Einmal hier in der großen Schleife außenrum. Okay, jetzt fährt er einmal auf die Brücke drauf. Ist alles sehr verwinkelt, auch für Autofahrer kann ich berichten, im Düsseldorfer Medienhafen. Das haben wir gerade gesehen, Schienen, die über die Straße gehen. Das ist immer so ein Gefahrpunkt, wo Athleten aufpassen müssen, weil da kann es sich natürlich mit dem Rennrad immer leicht einfädeln und zum Sturz kommen. Ging jetzt noch, weil sie doch ziemlich im rechten Winkel die Straße gekreuzt haben. Aber ja, das sind so diese Stellen, an denen man aufpassen muss. In diesem Tempo fahren die Damen natürlich nicht, das ist klar. Unser Motorrad holt jetzt im Sauseflug auf und hier sehen wir eine erste Gruppe. Die Frage ist natürlich, ist das die Spitze? Scheint nicht so zu sein. Wahrscheinlich nicht. Denn unser Motorrad war... Ich denke auch dafür war die Gruppe zu groß. Ich schätze mal, das waren so um die 20 Athletinnen. Wir sehen gegenüber auch noch eine. Das ist natürlich jetzt das Tückische an diesem Rundkurs. So, aber was wir wissen, dass die Damen auf der zweiten Radrunde sich jetzt befinden, auf der zweiten von vier. Das heißt, sie hängen aktuell irgendwo zwischen Kilometer fünf und Kilometer zehn. Und das ist auch, ich sag mal, ein Zeitpunkt meistens, da hat sich so eine gewisse Grenzsituation eingestellt. Nach der ersten Radrunde haben sich dann die Gruppen gefunden und die Athletinnen haben es entweder noch in die vordere oder leider in die hintere Gruppe geschafft. Aber... Oder müssen halt... Ganz alleine, ja. Alleine. Aber ich habe zumindest jetzt ein bisschen Informationsfluss und habe jetzt vernommen, dass es tatsächlich so ist, dass es diese fünfköpfige Spitzengruppe gibt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Busch-Hüttnerin Mazzetti dort das Tempo macht. Wir werden gleich überprüfen, inwiefern das Fake News oder eben dann doch die richtige Information war. Aber das ist die Information, die jetzt hier gerade bei uns im Container angekommen ist. Dann ist diese Gruppe auch nicht die Spitzengruppe, denn die ist dafür auch zu groß. Da scheint es sich eher um eine Verfolgergruppe zu handeln. Wir sehen hier Potsdam. Macht Tempo. Ja, okay. Aber die beiden Athletinnen da vorne ist ein Zeichen dafür, dass es nicht so rund läuft, wie sie gerne hätten. Wahrscheinlich haben die beiden da vorne kurz Tempo gemacht. Aber die Nachführarbeit hat nicht so richtig geklappt. Eine Athletin, die vielleicht nicht so motiviert ist, Tempo zu machen, lässt dann eine Führung aus und schon entsteht eine Lücke, die quasi einer Athletin hinten zufahren muss. Und das ist für die Gruppenzusammenarbeit immer mega schlecht. Da geht der Rhythmus verloren. Da müssen wieder Lücken geschlossen werden. Und für die Nachführarbeit möchte man so richtig schönen belgischen Kreisel haben. Aber dafür hat man auch gesehen, ist diese Gruppe leider zu groß. Da sind immer zu viele Athleten dabei, die sich lieber verstecken möchten. Und dann läuft das Ganze nicht so richtig rund. Und dann läuft leider auch die Verfolgung nicht so richtig rund. Das heißt, für die fünf vorne, fünf Athletinnen, das ist eine richtig gute Zahl für eine Gruppe, um wegzufahren. Weil das sind relativ wenige, die sind sich einig. Da kannst du dich auch als einzelne Athletin nicht so richtig verstecken. Wenn du das tust, dann werden die anderen vier schon die Visiten lesen. Insofern sehe ich da wirklich sehr, sehr hohe Chancen für die Fünfergruppe. Und wir sehen ja auch jetzt hier... Das sieht nach einem großen Vorsprung aus. Ja. Das ist tatsächlich so. Wir kennen das von der Tour de France im Sommer. Auch dort natürlich immer die Interessen der einzelnen Gruppen entscheiden für Nachführarbeit etc. Das scheint mir die zweite Gruppe zu sein. Ja. Und dann sind wir jetzt auf der Suche nach der ersten Gruppe. Und da wird natürlich wahrscheinlich der Abstand auch nicht so groß sein. Denn diese Gruppe scheint etwas funktionstüchtiger. Aber bei der Tour de France sprechen wir natürlich meist über Etappen, die über 180 Kilometer gehen. Hier haben wir nur 20 Kilometer. Und hier ist Uneinigkeit in der Gruppe schon nach kurzer Zeit wirklich entscheidend. Du musst dir wirklich sehr schnell einig sein. Du hast nicht lange Zeit. Also die Raddisziplin, die dauert so um die halbe Stunde. Und danach ist das Ganze schon wieder vorbei. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich noch groß zu eiligen oder abzusprechen oder so. Das muss dann... Also da müssen sich die Athletinnen wirklich sehr schnell einig sein, sehr schnell die Initiative ergreifen. Und man sieht auch wirklich daran, wie schnell das Schwimmen war. Dass wir wirklich viele kleine Gruppen anhaben an Athletinnen, die ja doch im relativ großen Abstand zueinander sich verfolgen. Das ist leider auch für uns relativ schwer zu erkennen, wer genau da drin sitzt. Ansonsten wäre das natürlich interessant. So, 43 Sekunden Vorsprung hat die fünfköpfige Gruppe, in der sich Jeffcoat und Mazzetti befinden. Das ist eine ganze Menge. Ja. Mit 43 Sekunden auf fünf Metern. Also die Britin Olivia Matthias ist auch noch mit in der Gruppe. Anja Weber soll auch noch mit drin sein. Die Athletin aus Griesheim. Wer die fünfte ist, werden wir dann hoffentlich gleich entdecken. Warum sind die wieder große Abstände? Ja, aber die werden wir jetzt gleich eingeholt haben. Denn jetzt gibt das Motorrad nochmal richtig Knallgas. Und jetzt werden wir sie gleich hier auf der Rheinkniebrücke höchstwahrscheinlich überholen können. Da ist es auch schön breit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da sind wir. So, hat ein bisschen gedauert. Wir bitten, das zu entschuldigen. Ihr habt von Gregor gerade gehört, was das Problem war mit den SIM-Karten. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall diese fünfköpfige Gruppe. Und jetzt sehen wir sie nicht mehr. Jetzt waren wir gerade da. Aber jetzt bauen wir die Verbindung nochmal auf. Und dann sind wir da. Da sind die fünf. Vorne beschütten, ganz hinten beschütten. Jetzt geht es nochmal raus aus dem Sattel. Und das ist quasi genau diese Spitzkehre, von der wir eben gesprochen haben. Da sind sie dann einmal drüben in Oberkassel. Rüber und rein. Das heißt, um nochmal zu ordnen. Wir hatten jetzt vorne Jeffcoat aus Beschütten. Mazzetti aus Beschütten. Graham aus Darmstadt. Olivia Matthias aus Potsdam. Wer ist die fünfte Athletin? Das habe ich jetzt gar nicht mehr gehört. Anja Weber. Anja Weber. Aus Griesheim. Aus Griesheim. Ja, wie gesagt. Fünfergruppe. Eine perfekte Größe für eine harmonische Zusammenarbeit. Und wie wir sehen. Wir sehen Buschütten sehr viel Initiative ergreifen. Das ist natürlich für Buschütten mit zwei Athletinnen an der Spitze eine perfekte Ausgangssituation. Wir haben ja gehört, drei Athletinnen gehen in die Wertung ein. Und wenn du von fünf Athletinnen in der Ausreißergruppe zwei Athletinnen hast, dann ist das schon mal... Muss man nicht so gut rechnen können. Das ist nicht so schlecht. Nein, das sieht sehr gut aus. Außerdem hinten in der Gruppe dahinter sitzt Julia Ilyas Stratova, die auch als gute Läuferin bekannt ist. Insofern sind die da sehr gut aufgestellt. Für den Tagessieg, denke ich mal, wird das spannend. Oder meiner Meinung nach ein spannender Dreikampf zwischen Jeffcoat, Mazzetti und Olivia Matthias. Graham, muss ich sagen, aus Neuseeland, für mich ein relativ unbeschriebenes Blatt, ohne jetzt so nah treten zu wollen. Wir haben aber einige junge Neuseeländerinnen hier am Start, auch für Potsdam, Deborah Lynch, die 99er Jahrgang, also wirklich noch sehr jung. Und man muss immer, ich finde das immer faszinierend, die Neuseeländer, die kommen ja sozusagen... Der Triathlon-Kalender, der richtet sich ja nach dem europäischen Sommer. Die kommen quasi im April oder Mai rüber für einen ganzen Sommer und machen dann hier Rennen, um dann letztendlich ihr Geld zu verdienen. Und gerade in dem jungen Alter, ja, finde ich das immer faszinierend, wie die quasi rüberziehen und dann im Sommer hier Ding durchziehen. Wenn wir gleich wieder ein bisschen näher dran sind nach dieser Rampe, bei der unser Motorrad die Vorgabe hat, ein bisschen Abstand zu lassen, damit es dort keine Unfallgefahr gibt. Können wir ja die fünf auch nochmal ein bisschen näher benennen, sodass auch für jeden klar ist, wenn wir hier die Namen nennen, wer gemeint ist. Also die beiden Buschütternerinnen in Rot, vorne und hinten. Wenn wir noch ein bisschen näher dran sind, können wir vielleicht auch gleich sagen, wer wer ist. Kriegst du die drei dazwischen hin? Vorne drückt gerade Emma Jeffcoat auf die Pedale. Das kann sie sehr gut. Sie ist eine sehr, sehr starke Radfahrerin. Hat auch dieses Jahr schon sehr, sehr gute Rennen gehabt. Fünfte beim Weltcup im Moolaba. Sie hat in Abu Dhabi das Team Mixed Relay, was ja jetzt in Turke zum ersten Mal olympisch ist, weil sie in der australischen Mannschaft die gewonnen hat. Ansonsten haben wir jetzt Führungswechsel. Jetzt ist Matthias aus Großbritannien in Führung. Die Briten, muss man echt sagen, die haben in den letzten Jahren wirklich viel richtig gemacht. Die haben gerade bei den Frauen eine super, super starke Mannschaft, extrem viele Nachwuchstalente. Und Matthias ist auf jeden Fall auch eine von ihr. Wie ich schon gesagt habe, hat auch schon im Weltcup in Madrid überzeugt mit dem sechsten Platz. Das wäre auch sehr ordentlich. Achter Platz bei den Europameisterschaften in Wert. Dann haben wir drin Anna-Maria Mazzetti aus Busch-Hütten. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr erfahren Athletin. Und auch schon dieses Jahr eigentlich ganz ordentlich unterwegs. Sechster Platz beim Weltcup im Moolaba. War bisher ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Und in der World Triathlon Series, was ja so die höchste internationale Triathlon-Liga ist, gab es einen sechzehnten Platz in Yokohama. Und eine Top 20 im WTS-Rennen. Ja, das ist schon was. Dritte Runde absolviert. Wir sind wieder direkt vor den Gary-Bauten. Das sind hier da hinten. Wir sehen es silberglänzen. Diese wirklich markanten und toll architektonisch konzipierten Gebäude. Mit krummen Fenstern, mit schräger und verwinkelter Bauweise. Also, wenn ihr mal nach Düsseldorf kommt, auf jeden Fall den Medienhafen da vorbeigehen. Auch über die Lido-Brücke, wo es aus dem Wasser rausgeht, hin zu den Flossis. Diesen fast wie Aliens gestalteten, menschenähnlichen Skulpturen, die an einer Hotel-Außenfassade hochklettern und sich mit fast Froschhänden an das Gebäude haften. Ist wirklich ein Knaller. Es gibt dazu richtig tolle Restaurants hier im Medienhafen. Dafür haben die Sportlerinnen keine Augen. Aber vielleicht dann heute Abend auf ein Siegergetränk und einen kleinen Imbiss. So, dann bleiben noch zwei Athletinnen, die wir zu identifizieren haben. Anja Weber und die Sportkameradin Graham, die jetzt beide vorne weg sind. Aber beide, auch im dunklen Einteiler, fällt uns schwer, natürlich aus dieser Distanz das zu machen. Also, eine ist vorne und eine hängt jetzt an Position 4. Ganz hinten mit dem grellgelben Helm, das ist Olivia Matthias. Oder Matthias? Wir müssen uns jetzt mal einigen, ne, Gregor? Spricht man das schön britisch aus? Olivia Matthias? Matthias. Sagen wir Matthias. Sie ist ja auch mit Tyres unterwegs gerade, auf zwei Rädern. Ja. Und jetzt geht es wieder rauf auf die Rheinkniebrücke. Ein vorletztes Mal, denn kaum sind sie drüber, müssen sie ja direkt wieder zurück. So, vorne die beiden Buschütterinnen, die jetzt aufs Tempo drücken. Anja Weber, ja eine junge Schweizerin, müsste noch im Juniorenalter sein. Also, wir sehen hier wirklich sehr, sehr viele Junioren, sogar jugendliche Staaten. Da sieht man einfach, das ist für den Nachwuchs national wie auch international immer eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um Erfahrung zu sammeln. Und für sie natürlich jetzt auch eine klasse Sache, hier in der Spitzengruppe dabei zu sein. Offensichtlich eine starke Schwimmerin. Und man sieht ganz deutlich die erfahrenen Athleten. Die nehmen so ein bisschen das Heft in die Hand. Und, ja. Mazzetti hinten. Mazzetti gerade vorne. Jeffcoat fährt gerade vorbei. Ja, genau. Jetzt kommt Harry Graham. Genau. Also Mazzetti jetzt an zwei, Jeffcoat jetzt gerade für den Moment an eins. Jeffcoat hat dieses türkisene Rad. Und, ich sag mal, es ist jetzt kein perfekter belgischer Kreise. Also, die beiden Beschüttnerinnen. Müssen schon ein bisschen mehr leisten. Die leisten schon mehr, aber das machen sie auch bewusst. Also, das ist auch gut investiert in die Zukunft, sag ich mal. Ich denke mal auch, ja, mit Teil ist es ja mal vielleicht so diejenige, die den anderen gefährlich werden könnte. Aber ansonsten. Aber die ruht sich schon ein ganzes Weilchen da hinten an letzter Stelle auf. Ja, ein paar Mal geht sie schon durch. Aber ich denke, zur allergrößten Not werden die beiden Beschüttnerinnen schon kommunizieren und sagen, ey, jetzt geh auch mal nach vorne. Aber man muss halt sagen, das sind gerade Mazzetti und Jeffcoat sind wirklich Athletinnen, die im Weltcup und auch in der WTS schon zu Hause sind. Und die haben dann auch wirklich die Power, das durchzuziehen. Und gerade wenn wir eine, Matthias haben, wenn wir einen Beweber haben, die sind noch deutlich jünger. Da kann man vielleicht noch so ein bisschen, wie sagt man, den Welpenschutz gelten lassen. Und jetzt geht es wieder die Brücke hinauf. Und dann wird ein letztes Mal dort vermutlich mit leichter Brise von der Seite nochmal geradeaus geballert, dann runter. Und dann geht es auch schon in die Wechselzone und zum abschließenden Lauf über fünf Kilometer. Man sieht, es harmoniert relativ gut. Also auch die jüngeren Athleten übernehmen immer wieder Führung. Und ja, das ist die Gruppe, bei der die Zusammenarbeit am besten funktioniert. Auch einfach, weil sie im Prinzip diese perfekte Größe hat. Und wir können jetzt doch ziemlich lange nach hinten schauen. Und wir sehen noch keine Verfolgergruppe. Das heißt, diese fünf Athletinnen werden mit einem sarten Vorsprung auf die Laufstrecke gehen. Und da auch wohl nicht mehr eingeholt, weil man kann davon ausgehen, da sprechen wir jetzt schon von einer Minute. Oliver Matthias ist jetzt in Führung, habe ich mich eben vertan. Hat nicht den grellgelben Helm, sondern diesen bläulichen Helm. Also jetzt vorne rechts lässt sich jetzt langsam zurückfallen. Korrekt? Ja. Man könnte sagen, die grellgelben Schuhe. Ja. Ja, das machen sie gut. Also gerade auf der Brücke, wo eine Zusammenarbeit wichtig ist, wo man auch mal geradeaus fahren kann. Aber Zusammenarbeit ist das Stichwort. Also, sorry, dass ich unterbreche. Dass es beim Radfahren funktioniert, ist das eine. Inwiefern haben die beiden Buschhüttenerinnen einen Vorteil, dass sie auch, sage ich mal, als Teamkolleginnen beim Laufen in dieser Gruppe mit dabei sein werden? Kann man das ausspielen? Ist das sowieso egal, weil Laufen dann jeder auf sich alleine gestellt ist? Ja, beim Laufen wird, ich sage mal, die Möglichkeiten fürs Team etwas schwächer. Du kannst natürlich so ein bisschen auch gerade mental davon profitieren, wenn du quasi hinter jemandem herläufst und dich vielleicht noch etwas mehr strecken. Aber an sich muss im Laufen, jeder muss für sich selbst durch. Wenn einer aus dem anderen Team attackieren sollte, dann wird es schwer, im Team zu agieren. Da muss jeder Selbstsinn daran. Aber auf dem Rad ist am meisten zu machen und das machen sie sehr gut. Und ich sehe auch schon, Matthias öffnet die Schuhe. Man hat es schon gesehen, sie hat im Prinzip eine Schnalle, einen Klettverschluss geöffnet. Das heißt, sie macht sich jetzt schon sehr, sehr früh fertig für den zweiten Wechsel. Was ja sehr schnell geht, es werden die Klettverschlüsse geöffnet. Und meistens dann schon stellt man sich dann barfuß auf die Radschuhe und springt dann eigentlich, ich sage jetzt nicht aus voller Fahrt, aber doch noch relativ schnell ab. Es ist auch nicht mehr weit, es sind jetzt noch wenige hundert Meter. Weitestgehend geradeaus, dann eine leichte Rechtskurve, abschließende Linkskurve und schwupps ist man da. Der Vorteil für die fünf ist jetzt, die haben in dieser Phase natürlich sehr wenig Stress. Wenn du eine Gruppe hast von 20 oder mehr Athletinnen, dann möchte natürlich jede vorne absteigen. Denn je weiter hinten du absteigst, umso mehr Rückstand oder mit mehr Rückstand gehst du natürlich in die Wechselzone und mehr Rückstand gehst du natürlich auch auf die Laufstrecke. Und du möchtest dich schon gleich von Anfang an mit fünf oder zehn Sekunden Rückstand auf die Laufstrecke gehen. Weil das geht nachher so eng zur Sache, das sind einfach so Sekunden. Wenn du die einsparen kannst, dann sparst du die gerne ein. Aber wie wir sehen, die Straße, die Breite der Straße ist natürlich begrenzt. Von daher kann es da auch mal durchaus eng werden, wenn es eine große Gruppe gibt. Und da haben unsere fünf Kandidatinnen vorne natürlich jetzt einen Riesenvorteil, dass sie jetzt wirklich relativ entspannt die Wechsel angehen können. Jetzt sehen wir das, was Gregor angesprochen hat. Zack, auf der Matte und schwupps. So. Die favorisierten Athletinnen haben natürlich das Rad schon direkt vorne eingehangen. Aber Matthias geht als... Sehr guter Wechsel von Matthias, aber auch von den Buschüttnerinnen. Da hat sich... So, und Graham ist, glaube ich, die, die jetzt... Das ist schwer zu sehen. Möglicherweise ein paar Meter gut machen muss. Ja. Ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen. Ich weiß jetzt nicht genau, ihre Laufstärke. Ja, aber sie hatte Startnummer 53, war dann etwas weiter hinten mit dem Rad. Musste etwas weiter durchschieben. Und das ist natürlich jetzt auch eine entscheidende Phase, weil du musst jetzt wirklich sehr schnell in den Rhythmus kommen. Wir haben vorher Disziplin, gerade das Radfahren. Das ist an sich eigentlich eher sehr unrhythmisch. Aber sie ist noch dran. Also sind alle fünf noch beinahe? Alle fünf. Ja. Wie gesagt, das ist der große Vorteil einer kleinen Gruppe. Du kannst halt auch nicht so viel verlieren. Ja. Auch wenn es mal etwas länger dauert, mal um die in die Schuhe zu schlüpfen. Das passiert auch dem Besten, dass da irgendwie, ja, die Finger und die Füße sind nass und dann geht das irgendwie nicht so richtig rein. Die haben ja alle im Prinzip so elastische Schuhbänder. Da bindet keiner irgendwie eine Schleife oder so. Das wär's noch. Und dann kriegst du den Doppelknot nicht raus. Stell dir das mal vor. Und Emma Jeffcoat macht direkt auf vorne das Tempo. Also noch einmal für euch zur Übersicht. Ganz vorne Emma Jeffcoat, die Siegerin aus dem Kraichgau. Direkt dahinter, auch für Busch-Hütten am Start, ihre Teamkollegin Anna-Maria Mazzetti. Dann haben wir, ist jetzt natürlich schwer zu erkennen, auf dieser sehr engen Strecke, direkt hinter dem WDR-Studio Düsseldorf. Aber man sieht auf jeden Fall, die sind noch so weit zusammen. Ja. Das müsste dahinter, glaube ich, Anja Weber sein, oder? Und dann, jetzt tut sich nämlich schon eine Lücke auf. Ja. Graham hinten fällt weg. Ja, dritte ist Matthias, vierte Anja Weber. Weber oder Graham? Eine ist hinten rausgefallen. Ich kann das jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so richtig erkennen. 50-50-Chance hinten. Aber die ersten drei haben wir safe. Die ersten drei sind safe. Jeffcoat, Mazzetti und Matthias. Ja. Und ich denke mal, das werden dann auch schlussendlich die drei gefährlichen Athleten sein. Und, ähm, ja. Jeffcoat, selbstbewusst in Führung. Mazzetti, auch gut drauf. Fläuferisch sind sie beiden eigentlich fast ebenbürtig einzuordnen. Und es sieht fast so aus, als würde Matthias so ein bisschen reißen lassen. Ja. Fünf, sechs Meter sind das schon. Das ist natürlich auch immer, ja, auf jeden Fall, das elastische Band, wie man so schön sagt, äh, das dehnt sich schon sehr weit. Und irgendwann ist es, äh, einfach zu weit und dann reißt das. Ja. Ähm, in dieser Phase ist es für sie jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie weiterhin versucht, den Rücken, äh, oder die roten Rücken der Beschütterin zu fixieren. Und vielleicht eine Schwächephase zu überwinden und, äh, ja, den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen. Aber man sieht das jetzt. Also wir sind jetzt hier direkt am Fuße des Rheinturms, der links von euch im Bild auftauchen könnte. Und an dieser Stelle ist es eben, sind es sehr, sehr enge Wege, sind es viele kleine Kehren. Das wird gleich, wenn wir ein bisschen rauskommen in Richtung Apollo-Varieté-Theater, dann wird es etwas breiter. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Du hast auch, man sieht es, äh, dieses Kopfsteinpflaster am Boden. Also du hast einen sehr, ja, unrhythmischen Boden, wenn man es so sagen kann. Also da muss man aufpassen. Da hast du immer wieder Licht und Schatten und so. Ähm, da sollte man auf jeden Fall konzentriert bleiben. Und Emma Jeffcoat ist auf dem besten Wege, auch ihre Teamkameraden abzuhängen. Auf jeden Fall ist da schon eine kleine Lücke zwischen Mazzetti und Jeffcoat. Wenn es Mazzetti gut gehen würde, dann würde sie nicht mit diesem Abstand hinterherlaufen. Jeffcoat, die Australierin, bestes Schwimmergebnis im Kreichgau. Erste aus dem Wasser auch heute. Erster Platz am Ende im Kreichgau. Und aktuell auch in Führung, auch wenn es ihre Teamkollegin Mazzetti schafft, das elastische Band für den Moment noch zu halten. Dahinter Olivia Matthias. Das ist mittlerweile kein Band mehr, sondern ein Bandfetzen. Zwei Bandfetzen. Eins vorne und eins bei ihr hinten. Schwer vorstellbar, dass sie das auf diesen kurzen fünf Kilometern noch einmal hinbekommt, sich da ranzusaugen. Aber dennoch, denke ich mal, für Matthias kann man auf jeden Fall sagen, der dritte Platz, auf den sie sich jetzt schon recht früh einpendelt, ein sehr, sehr gutes Ergebnis und auch ein sehr wertvolles Ergebnis für Potsdam. Weil man darf ja nicht vergessen, am Ende geht es um die Teamwertung. Und natürlich haben wir jetzt gerade Buschütten in einer super luxuriösen Situation mit zwei Athletinnen vorne. Wir wissen jetzt leider nicht genau, wie es jetzt in den Gruppen dahinter aussieht. Aber wir gehen mal davon aus, dass auch in der zweiten Gruppe Buschütten vertreten ist. Zum Beispiel mit einer Julia Elestratova. Und auch die wird ihre Stärken wirklich erst beim Laufen ausspielen. Das heißt, wir rechnen jetzt mal mit Platz 1 für Buschütten und danach kann es aber spannend werden mit Potsdam, mit Griesheim, mit Witten. Und ich sage mal, für die sportlichen Leiter der Bundesliga und für die Mannschaftsergebnisse spielt sich der Kampf etwas weiter hinten ab, wo die Athleten mit den etwas höheren Platzziffern kommen. Aber gerade da kann man auch wirklich Platzziffern gut machen oder auch verlieren. Und da geht es wirklich sehr, sehr eng zur Sache. Also wir haben in Greichgau die Situation gehabt, zwischen Platz 4 und Platz 9 in der Tageswertung der Mannschaften lagen gerade unter 10 Platzziffern. Also das ist wirklich gar nichts. Da reicht es, wenn eine Athletin einen etwas besseren oder schlechteren Tag hat. Und ja, dann entscheidet sich für ein Team, bist du auf Platz 4 oder Platz 9. Insofern, ja, haben wir auf jeden Fall weiter hinten für die Zuschauer, auch gerade in Düsseldorf, einen bitteren Kampf um die Plätze. Die Damen befinden sich jetzt schon auf dem Rückweg. Geht super schnell, ne? Deswegen heißt das Sprint-Rialon. Ja, genau. Wände hinten unter der, oder hinter der Oberkasseler Brücke einmal rum ums Apollo Varieté. Wenn ihr nach Düsseldorf kommt, lohnt sich auch ein Abstecher dahin, vielleicht mal an einem Abend. Und Emma Jeffcoat lässt nichts anbrechen. Kommt mal, Zetti, nochmal ran. Ist möglich. Auf jeden Fall. Also, sie ist auf keinen Fall gebrochen. Sie hat auf jeden Fall, was ich gesagt habe, sie fixiert Jeffcoat. Und sie hat das wirklich im Gedanken zu sagen, der Abstand darf nicht zu groß werden. Und selbst jetzt noch. Klar, sie profitiert nicht ganz, aber sie hat im Prinzip diesen Hilfspunkt vor sich. Und versucht sich jetzt quasi so, ja, daran voranzuziehen. Aber es sind schon zwei Absperrungslängen. Ja, aber das ist auf keinen Fall gegessen. Also, wenn das so bleibt, ich sage mal, bis zum letzten Kilometer, dann ist bei diesem Abstand noch alles offen. Dann entscheidet da wirklich der Kopf. Und auch so ein bisschen das Sprotvermögen. Und dann würde ich Mazzetti auf keinen Fall unterschätzen. Aber wir sind schon auf dem letzten Kilometer, Gregor. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn es ist nicht mehr weit. Auf jeden Fall legen die beiden ein sehr gutes Tempo vor. Ja. Also der Platz, der Abstand ist Platz drei. Sind jetzt auch schon auf Höhe der Wechselzone vom Rad zum Laufen. Jetzt geht es wieder vorbei an den Garybauten. Und dann einmal rum und runter in Richtung Landtagswiese und Zieleinlauf. Genau, dann geht es auch nochmal an diesen Schwimmstart vorbei, ne? Genau. Und dann laufen sie eigentlich schon ins Ziel, ja. So, Olivia Matthias ist nicht mehr zu sehen. Naja, wir sehen sie so ganz hinten bei den Bäumen ist sie, aber der Abstand ist safe. Ja, du hast aber auch Adleraugen. Adleraugen. Aber der Abstand ist safe. Also wir wissen noch nicht, was Platz eins und Platz zwei ist. Dafür ist das vorne noch zu eng. Ich denke, Matthias macht auf jeden Fall Platz drei klar. Und jetzt sind Jeffcott und ihre Teamkollegin tatsächlich fast Hacke an Fußspitze. Ja, die hat wirklich die Schwächephase überwunden, ist mental stark geblieben und wenn man jetzt wieder ranläuft, dann gibt es mental auch einen richtigen Push. Weil dann weiß man, okay, wenn man diese eine schwere Situation überlebt hat, dann denkt man sich so, jetzt lass ich mir eigentlich mal die Butter vom Brot nehmen. So, letzte Linkskurve und dann, beziehungsweise gibt es natürlich nochmal eine Linkskurve am Ende auf die Zielgerade. Aber jetzt geht es schnurstracks in Richtung Zieleinlauf. Da haben wir auch eine feste Kamera für euch, natürlich. So, da mussten wir jetzt die Läuferan durchlaufen. Jetzt fahren wir natürlich so schnell wir können hinterher. Also Jeffcott oder Marzetti. Marzetti nicht im Start gewesen im Kraichgau. War, glaube ich, in Kallari am Start. Ist natürlich für Athletinnen immer ein super dichter Saisonplan. Wir stehen ja dann auch 2019. Es ist noch ein Jahr bis 2020. Tokio die Olympischen Spiele. Und als internationaler Athlet hast du da immer die Verpflichtung, Punkte zu sammeln für das Olympic Ranking, um sozusagen für deine Nation einen Olympischen Startplatz zu sichern. Und ja. Oh. Und wir sehen, Marzetti dreht das Ganze um und übernimmt ihrerseits die Führung und setzt Jeffcott unter Druck. Auf jeden Fall sind die internationalen Athleten dazu angehalten, diese ITU-Punkte zu gewinnen und sind dann auch wirklich international von Kontinent zu Kontinent unterwegs. Also die sammeln wirklich ihr Bonus-Meilenkonto. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich war eben ein bisschen vorschnell. Das war der vorletzte Kilometer. Aber jetzt sind wir auf dem letzten Kilometer, ganz sicher. Und wir sehen, Marzetti hat das Ganze umgedreht. Ja. Und man sieht jetzt auch, also sie hat jetzt wirklich nochmal einen Gang hochgeschaltet. Und... Und hier im Ziel macht man sich auch schon bereit. Das könnt ihr noch nicht sehen. Da sind wir schon so weit, dass auch... ...jeder den Blick jetzt... ...die leichte Rampe runterrichtet. Und Jeffcott ist abgehängt. Ja, man mag Emma, Jeffcott vielleicht zugutehalten, dass sie relativ spontan sich für diesen Start bereit erklärt hat. Das heißt, ich denke, sie wird dieses Rennen auf jeden Fall... Also Marzetti bestimmt auch. Das machen die meisten Top-Athleten. Aber sie hat es auf jeden Fall aus vollem Training herausgenommen. Und wird alles andere als frisch in dieses Rennen gegangen sein. Und ist halt, naja, ich sag mal, als Luxus-Ersatzathletin für Natalie Van Coverten hier an den Start gegangen. Und macht ihre Aufgabe ja für das Team trotzdem gut. Ich sag mal, dem sportlichen Leiter aus Beschütten wird es ziemlich egal sein, ob man Jeffcott oder Marzetti vorne gewinnt. Auf jeden Fall bedeutet das Platz 1 und 2 für das Team Beschütten. Und das schon den so gut wie sicheren Tagessieg, wenn es mit der dritten Athletin nicht alles schief gehen sollte. Sie haben ja noch zwei weitere am Start. Eine davon muss es dann richten. So, und jetzt wird sie wissen, dass sie es so gut wie sicher hat. Und jetzt wird der Abstand auch schon sehr, sehr deutlich. Genau, und jetzt... Jetzt geht es aber nochmal hoch, denn es ist nochmal ein bisschen bergan. Genau, und jetzt kann sie gleich abbiegen. Und jetzt hört sie auch schon das Publikum. Ja, ich denke mal, das ist schon ein Fingerzeit von Marzetti. Wie gesagt, sie hat schon recht solide Leistungen dieses Jahr gezeigt. Aber auch wenn es natürlich... Das ist natürlich jetzt kein Weltcup oder so. Aber die Leistung, die sie jetzt hier präsentiert, auch wie sie jetzt gerade eine Emma Jeffcott stehen lässt, wenn ich das mal so sagen darf, da wird sie sich freuen. Das ist auch für sie eine Leistung, mit der sie sehr, sehr zufrieden sein wird im Ziel. Überrundungen beim Laufen sind übrigens okay. Auf dem Rad geht das nicht. Das sind ja zwei Runden, die dort gelaufen werden. Genau, zweieinhalb Kilometern. Und wir haben ja gesehen, die Abstände sind sehr groß. Vorne wurde sehr viel Gas gegeben. Wenn man natürlich schon so eine Minute oder teilweise mehr auf die Laufstrecke geht, bei zweieinhalb Kilometern, da kann das schon mal passieren. Auf dem Rad würde das natürlich eine Diskonifikation bedeuten, weil das ginge nicht. Aber das sind jetzt... Also mal vorsichtig formuliert, 50 Meter. Ja, das wird sehr deutlich. Malzetti knautscht auch. Also sie gibt hier wirklich alles. Jetzt wird sie sich aber mal umgedreht. Das war, glaube ich, das erste Mal. Ja, man sagt ja immer so, nach hinten umsehen, ein Zeichen von Schwäche. Aber du möchtest natürlich trotzdem irgendwo so ein bisschen wissen, wo du stehst. Und dann, ja, das ist aber eine klare Sache. Jetzt wird nochmal die Brille gerichtet. So, und sie ist schon am Landtag. Und jetzt geht's links weg. Rauf zum Ziel. Da ist sie. Und Siegerin von Düsseldorf am T3 Triathlon in der Triathlon-Bundesliga. Anna-Maria-Mazzetti. Auf jeden Fall für sie ein sehr, sehr großer Erfolg. Emma Jeffkoth. Eine sehr wichtige Stütze für das Busch-Hüttener-Team. Platz 1 in Kraichgau. Platz 2 hier in Düsseldorf. Doppelsieg für Busch-Hütten. Aber diesmal, vermutlich, werden sie nicht das, nein, werden sie nicht das Podium komplett in eigener Hand haben. Platz 3. Geht an das Potsdamer-Team. Für Olivia Mettels. So sieht's aus. Und wer hat's schon früh prognostiziert? Der Gregor. Ich hab ja schon geschwitzt, weil ich mich schon so oft Experte genannt. Wenn ich das jetzt noch falsch gesagt hätte. So, vierter Platz. Oh, da kommt schon... Harry Graham. Harry Graham hat sich gut gehalten. Guter vierter Platz. Und Julia Stratufer, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Läuferin, hat den vierten Platz geholt. Auf Platz 5 ist es dann Nina Heidemann für das Team aus Vierenheim. Und dann zwei Kölnerinnen. Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Eva Daniels aus Luxemburg für das Bonner Team. Wenn ich vermisse, ist es Anja Weber. Ja, die hat gelitten anscheinend auf dem Rad. Und wie man sieht, es wird wirklich bis zum letzten Meter gefeitet. Denn wir sind jetzt gerade in den Platzierungen, wo es wichtig wird für die Mannschaftsplatzierung. Und da zählt wirklich jeder Platz. Gerade die dritte Athletin ist für die Wertung sehr, sehr wichtig. Wie man halt so sagt, der letzte Mann im Team zählt. Der kann das ganze Ding noch reißen. Die letzte Frau im Team. Die letzte Frau, Entschuldigung. Da hast du natürlich recht. Ihr schaut den Livestream. Via LaRache. T3 Triathlon aus Düsseldorf. Wir sind beim Elite-Rennen der Damen in der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Und waren Zeuge des Sieges von Anna Maria Mazzetti, der Italienerin vom Team aus Busch-Hütten, vor eurer Teamkollegin, vor Emma Jeffcoat und Oliver Matthias, der Britin vom Team aus Potsdam. Über die Mannschaftswertung, zumindest über den Sieg, müssen wir uns keine Gedanken machen, wenn es um Platz 1 geht. Denn Busch-Hütten... Hier sieht man auch richtiger Armrempler. ...auf Rang 4 auch noch vertreten gewesen. Also der Team-Sieg geht klar an das Team aus dem Siegerland, ist das, glaube ich. Richtig. Ansonsten, die Potsdamer Mädels waren gut platziert. Die Kölner Athleten, gerade mit Franka Hanseleit, die Jugendmeisterin aus dem letzten Jahr, letztes Jahr auch 30. der Junioren-EM, haben einige gute Platzierungen erreicht. Und dann wird sich zeigen, wie das sich in der Mannschaftswertung ausspielt. Wichtig für euch in jedem Fall. Wenn ihr jetzt denkt, yo, habe ich gesehen, super, T3 Triathlon mache ich aus und lege mich jetzt mal auf die Couch und pennen eine Runde. Nee, ist nicht. 14.30 Uhr geht es hier gleich auch direkt mit dem nächsten Rennen los. Wir haben jetzt gleich noch die Siegerehrung und sehen hier noch weitere Athletinnen, die ins Ziel kommen. 14.30 Uhr dann Start bei den Bundesliga-Herren. Also, dran geblieben. Und dann ab 15.30 Uhr entlassen wir euch in den sonnigen Nachmittag. Vor euch am Mikrofon mein Experte. Er hört das richtig gern, wenn ich ihn so nenne. Gregor Buchholz, deutscher Meister über die Sprintdistanz im Jahre 2015 gewesen. Mein Name ist Jan Wochner. Und wenn ihr weitere Infos rund um diese Veranstaltung haben wollt, triathlon-bundesliga.de, dtu-info.de oder über die Seite des Veranstalters beim T3 Triathlon. Auch dort könnt ihr alle Ergebnislisten in Kürze checken. Wird jetzt gleich weitergehen mit einer kleinen Flower-Ceremony hier direkt im Startzielbereich. Wichtig auch noch der Hinweis, dass die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr nicht hier in Düsseldorf ausgetragen wird, sondern beim Bundesliga-Finale in Berlin Anfang August. Genau, Anfang August in einem besonderen Format, genannt die Finals, in dem sich ja mehrere Sportarten zusammenschließen und im Rahmen der Finals ihre Deutschen Meisterschaften austragen. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine coole Sache, um einfach dabei zu sein und das zu verfolgen. Gerade für den Triathlon wird es eine spannende Sache, da ja auch Patrick Lange, unser Doppel-Hawaii-Sieger und Rekordhalter auf Hawaii, ja angekündigt hat, dass er für das Darmstädter-Team an den Start gehen möchte. Das heißt, das wird auch eine richtig spannende Option, wenn quasi unser Langdistanz-Ass sich auch mal wieder auf den kürzeren Wettkämpfen blicken lässt. Das hat er ja schon eigentlich schon vor langer Zeit gemacht. Wir sind ja gleich hier, Patrick und ich. Und ich bin schon viele Rennen mit ihm in der Bundesliga gestartet, aber das ist schon ein paar Jahre her und das wird spannend zu sehen, wer sich dort wieder schlägt auf den kurzen Strecken. Da kann man dann schon bei ihm fast nicht mehr von Sprint sprechen, sondern von Ultrasprint. Ja. Ja, das geht natürlich extrem auseinander. Das heißt, beides Triathlon, aber wir haben allein eine Wettkampfbelastung. Die eine dauert eine Stunde, die andere dauert acht Stunden. Und da sind natürlich, da kommen natürlich viele unterschiedliche, ja, Stärken und Schwächen zum Tragen. Kann man nur im weitesten Sinne von der gleichen Sportart sprechen? Im weitesten Sinne, ja. Es ist natürlich beides Triathlon, beides Schwimmen, Radfahren, Laufen, aber um auf beiden Konzerten gleichzeitig spielen zu können, das gelingt nur den anderen wenigsten, oder besser gesagt gar keinen. Man muss sich schon spezialisieren, um eine Distanz wirklich gut zu machen. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was kann wer besser. Gute Schwimmer und gute Läufer sind natürlich eher auf den kürzeren Distanzen zu Hause. Athleten mit einer Radstärke traditionell natürlich auf den längeren Strecken. Und ja. Und oftmals spielt ja auch das Alte eine Rolle. Die klassische Entwicklung eines Athleten geht ja über die Sprintdistanz und Olympische Distanz und Ironman geht es eigentlich also ab dem Alter 30 so richtig los. Aber zweifelsohne wird sie mit diesem Rennen wirklich sehr zufrieden gewesen sein. Richtig. Und auch für eine Athletin, die jetzt international schon auf jeden Fall Erfahrung hat, ist das immer, wenn so etwas klappt, das ist auch immer so ein bisschen so ein Test, so ein Trainingstest für die wichtigeren Wettkämpfe, sage ich jetzt mal. Und wenn der so gut klappt, dann gehst du abends schon auf jeden Fall zufrieden ins Bett. Und sie hat ja eben schon auf der Strecke den Ton angegeben. Das stimmt. So, Vorbereitung für die Flower Ceremony. Wir sehen schon, da werden die Pappwände aufgestellt. Wenn das zeitlich aufgeht, werden wir das natürlich versuchen, noch mitzunehmen. Sollte das zeitlich eng werden, schalten wir direkt wieder rüber ins Rheinbecken und nehmen den Start der Männer mit. Können wir ja vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick wagen. Wir sprechen hier natürlich vor allen Dingen über einen Mann und der kommt aus Südafrika. Genau. Richard Murray. Ohne Frage der Topstar in diesem Feld. Ist auch schon... Und wir reden hier über Top-Topstar. Also Vierter der Olympischen Spiele gewesen. Ja. schon mehrere WTS-Rennen gewonnen. Also auf allerhöchste Ebene siegreich. Und für die Bundesliga natürlich immer grandios, so einen Athleten am Start zu haben. Auch regelmäßig am Start zu haben. Busch Hütten auch bei den Männern. Der klare Favorit. Muss man so anerkennen, ja. Also mit Richard Murray. Auch mit Justus Nieschlag. Den darf ich nicht vergessen. Der gerade auf deutscher Seite dieses Jahr ja generell ein Top-Jahr hat. schon einen Weltcup-Sieg in Madrid. Und auch drei Weltcup-Podium hintereinander dieses Jahr. Der hat richtig was drauf. Und ich denke mal, der ist auch heiß fürs Rennen. Auch wie wir natürlich schon gehört haben. Er nimmt das aus dem vollen Training mit. Das ist klar. Murray nimmt es auch, glaube ich. Murray auch. Also das muss man sagen, das ist bei allen gleich. Die Jungs auf diesem Niveau, die haben das natürlich auch drauf. Und für die sind... Die nehmen das aus dem vollen Training, um sich auch natürlich auf die WTS und Weltcup-Rennen vorzubereiten. Dann haben wir den Vorjahressieger am Start für Potsdam. Jürich van Echtum, der Niederländer, der 2016 Junioren-Weltmeister geworden ist. Genau. Ein sehr interessanter Mann. Der kann übrigens gut mit Hitze. Der ist Junioren-Weltmeister geworden, damals in Korsumil 2016. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, wo Joni Brownie kollabiert ist in der Hitze und von Alistair Brownie im Ziel getragen wurde. Das war genau dieses Rennen, also das Elite-Rennen. Und das zeigt, okay, Jürich van Echtum kann mit der Hitze umgehen. Man muss aber dazu sagen, er ist ein etwas schwächerer Schwimmer und wird zu tun haben, mit den Schnellsten mitzukommen. Und ja, da bleibt es spannend abzuwarten, ob er auf dem Rad die Lücke schließen kann, um seine Laufstärke aufzuspielen. Denn die Laufstärke, die hat er auf jeden Fall. Ja, liebe Kollegen in der Regie, vielleicht könnt ihr die Funkkamera mal uns draufgeben. Funktioniert leider für den Moment nicht. Also Flower Ceremony ist gerade über die Bühne gegangen. Und jetzt richten wir den Blick eben aufs Männerrennen. Ansonsten mit dabei Maximilian Sperr, der auch für Buschütten startet. hat 2018 ebenfalls schon Weltcup-Bazierungen um die Top 20 rum erreicht. Ich denke mal, wird in der Buschüttener Rangorder so den vierten Platz einnehmen. Und aus der Stadt Domendornik aus Slowenien zum ersten Mal für Buschütten am Start. Und international eher ein unbeschriebenes Blatt. Und über einen Mann müssen wir gleich noch in aller Ruhe sprechen. Das ist dann Ruben Zepuntke. Ja. Aber lass uns gleich darüber sprechen. Ansonsten können wir sagen, Buschütten hat bei den Herren gewonnen, die Teamwertung im ersten Rennen in Greichgau vor Potsdam und dem Team Saar, Münster und Riesbeck dann auf den Plätzen. Chongor Lehmann, der Ungar, ist hier, der für Witten am Start ist heute nicht mit dabei. Der war der schnellste Schwimmer, der dann auch das Ziel zumindest erreicht hat im Greichgau. Aber der Ungar ist nicht mit dabei. Wie gesagt, auch bei den Männern ein anderes Teilnehmerfeld als noch im Greichgau. auch bei den Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drei Triathlon. Ihr schaut den Livestream auf und wir LaRasche und wir haben uns jetzt mal ein kühles Getränk besorgt und tatsächlich die Ergebnislisten. Und können euch jetzt tatsächlich auch mal die Ergebnisse des Damen-Elite-Bundesliga-Rennens durchgeben. Sieg für Anna-Maria Mazzetti aus Beschütten mit einer Endzeit von 62 Minuten 14 und 11 Sekunden hinter ihr dann ihre Teamkollegin Emma Jeffcoat vor Olivia Matthias, die eine Stunde zwei und 50 Sekunden gebraucht hat. Hat für die Gesamtwertung folgenden Ausgang und das ist tatsächlich sehr interessant. Denn trotz des dritten Platzes von Olivia Matthias ist Potsdam nur, muss man sagen, Vierter geworden. Ja, nur ist natürlich hart gesagt. Ich glaube, für ein Potsdamer Team, was vielleicht so mit der zweiten Garde am Start ist. Ja, ja, sowas nicht gemeint im Sinne von, ich hatte nach dem dritten Platz schon mehr für möglich gehalten. Mir war das natürlich klar, Olivia Matthias hat natürlich dafür gesorgt, dass Potsdam Vier im Bild war. Aber wir sehen ganz klar, wir haben im Anschluss Debbie Lynch als zweite Potsdam auf Platz 17, die dritte Potsdam auf Platz 20. Und wie wir gesagt haben, gerade Platz 2 und 3 im Team, das sind die Athletinnen, die wirklich denn die wertvollen Punkte fürs Team liefern. Und wenn wir denn da uns Köln anschauen, dann sehen wir Platz 7 für die beste Kölner Starterin, Milian Agnew, eine junge Neuseeländerin, die die Hoffnungen des sportlichen Leiters aus Köln bestätigt hat. In Kraichgau war sie, glaube ich, noch 21. Da meinte er, da hat der Jetlag noch sie ein bisschen zurückgehalten. Jetzt hat sie ihren Job sehr gut gemacht unter die Top 10. Und der zweite Platz ging an unsere Nachwuchsathletin aus Deutschland, Franka Hanseleit, mit Platz 8. Und mit zwei Athletinnen unter die Top 10 kommst du auch insgesamt im Team weit nach vorne. Dazu Sophie Rohr auf Platz 16, bedeutet Platz 2 für das Team aus Köln. 31 Platzpunkte. Zum Vergleich, Buschütten hat er 8, 1, 2 und 5. Ja, und dritter Platz für das Team aus Bonn. Genau, Eva Daniels aus Luxemburg, beste Starterin auf Platz 10. Das war super ausgerechnet, 10, 11 und 15. Ja, das ist das halt, was ich meine. Also klar ist es natürlich für Buschütten die Topstars zu haben, aber für eine super Teamleistung, mit der du auch aufs Podium kommen kannst, brauchst du halt drei starke Athletinnen. Darmstadt, fünfter, angeführt von Eric Graham aus Neuseeland, die vierte wurde. Auf den Plätzen nur der Vollständigkeit halber München, Platz 6, Griesheim 7, dann Krefeld 8 und Vierenheim 9. Wir sehen, dass es zwischen Platz 2 und 4 eigentlich relativ eng zur Sache ging. Aber wir haben schon die Bilder von den Herren, die sich aufstellen. Und auch hier sehen wir Buschütten ganz links an der Mauer. Es ist natürlich, wenn du auf dem Pontoon stehst, in der Bundesliga ist es natürlich eingeteilt. Da müssen die Teams zusammenstehen, haben ihren Platz. Ansonsten ist es natürlich immer von Vorteil, wenn du eher außen stehst. Denn in der Mitte hast du natürlich, es ist unübersichtlicher, du musst dich mit den ganzen anderen Athleten irgendwie auseinandersetzen. Und wenn du außen bist, dann hast du wenigstens auf der einen Seite etwas Platz um dich herum und kannst etwas freier schwimmen, als wenn du wirklich mittendrin bist. Ich würde sagen, wir machen für den Moment mal einen Haken hinter das Damenrennen und konzentrieren uns jetzt voll auf die Männer. Auch für sie gilt Sprintdistanz, 57 Meter gleich im Rheinbecken. Das Ganze vor dieser imposanten Kulisse, denn hinter dieser Mauer, die sich dort hinter den Athleten auftürmt, oder oben auf der Mauer, erstmal tausende Zuschauer. Des Weiteren, so imposante Gebäude wie die Gerribauten oder der Rheinturm. Und dahinter auch dann der Landtag hier im Zielbereich. Und nach den 750 Metern geht es dann die Lido-Brücke gleich hoch. Es wird wieder die gleiche Strecke geschwommen wie bei den Damen, also wieder in Schneckenform, links an der Mauer entlang. Dann eine Rechtskurve, nachdem die Sportler schon unter der Brücke durch sind. Dann wieder in die entgegengesetzte Richtung, unter die Brücke. Und dann werden die Rechtskurven immer enger, bis man am Ende am Aufgang hoch zur Lido-Brücke sich befindet. Buschütten ist der Favorit und der Favorit auf den Einzelsieg heißt Richard Murray. Und jetzt können wir tatsächlich mal dann auch gleich, wenn die Athleten im Wasser sind, über Ruben Zepuntke sprechen. Über den sprechen hier alle in Düsseldorf, wenn es um Triathlon geht. Denn der Junge kommt aus der Stadt und Ruben Zepuntke ist tatsächlich einer, der Radprofi war. Das große Ziel hatte Tour de France statt hier in der Stadt. 2017 hat er nicht geschafft, obwohl er für so wirklich prominente Teams wie das Rabobank-Team oder Sunweb gefahren ist. Dann hat er seine Karriere beendet und steht jetzt für Köln am Start. Ironie des Schicksals. Es ist Ruben Zepuntke auf jeden Fall, ich sag mal so, der Durchstarter der frühen Saison. Er hat zum ersten Mal beim Triathlon im Buschütten von sich reden machen, in dem er einen starken dritten Platz belegt hat, hinter einem Jan Frodeno. Und dort ist er auch zum Beispiel eine ganze Ecke schneller gefahren als Jan Frodeno. Zweiter, dritter Platz kam damals bei der Challenge Heilbronn, in dem er sogar schneller geschwommen ist als Sebastian Kindl. Achtung, jetzt geht's los. Startpistole schon vorne. 14.29 Uhr. Und bitte. Ein schöner, klarer Start. Ein Frühstart würde bedeuten, dass der Athlet in der Werkstattzone eine 15-sekündige Zeitstrafe abzusitzen hat. Das hatten wir in Kreichgaun, das hat das Rennen ganz schön durcheinandergewirbelt. Ja, 15 Sekunden bei dem Niveau auf der Kürze der Strecke, das ist, ja, da kann das Rennen gelaufen sein, ja. Das will keiner haben, aber das hatten wir jetzt hier nicht. Das war ein schöner, klarer Start. Und, ja, wir sehen jetzt die heiße Phase, in der die Däten versuchen, sich so gut wie möglich zu positionieren. Und wo wir halt so sehen, wie sich so einzelne Speerspitzen bilden und die denn, ja, in der ersten Boje aufeinandertreffen werden. Ein sehr guter Schwimmer, ja, Justus Nieschlag, der im Gegensatz, oder der sich vielleicht sogar von Richard Murray absetzen möchte in der ersten Disziplin. Und, ja, am liebsten auch in einer kleineren Gruppe auf dem Rad davon kommen möchte. Und, ja, in diesem Fall bin ich wirklich extrem gespannt, wie Ruben Zeppunke das Schwimmen überlebt. Ich habe mich noch vorhin mit ihm unterhalten, er schwimmt jetzt vielleicht seit ein oder anderthalb Jahren. Ja. Das ist an sich schon sehr, sehr kurz. Denn kommt hinzu, ich konnte es selbst kaum glauben, er erzählt mir, er schwimmt ungefähr zehn Kilometer die Woche. Das ist so gut wie nichts. Man muss auch dazu sagen, der Junge stand bei 18 Laufkilometern pro Woche im Schnitt im Jahr 2018. Wenn wir das mal mit dem Pensum anderer vergleichen, auch gespuckt. Ja, er hat natürlich schon viele Trainingsstunden durch den Radsport hinter sich. Aber gerade das Schwimmen ist natürlich die technisch anspruchsvollste Disziplin. Da ist das Wasserfühl ganz stark gefragt. Und wenn du im Schwimmen, der normale Triadet, wo du das kennst, die meisten Triadeten sagen, meine schwächste Disziplin ist das Schwimmen. Wenn man das nicht als Jugendlicher oder als Kind gelernt hat und wie damals im Schwimmclub war, dann fällt es einem später echt sehr schwer, auf diesem Niveau das Schwimmen zu erlernen. Insofern hat er schon da riesen Fortschritt gemacht. Ich vermute aber, dass es in dieser Liga eher schwieriger werden wird. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Interessant wird ja dann auch zu sehen sein, wie er das Radrennen angeht. Weil er für den Radteil angekündigt hat, alles rauszublasen, was er hat. Also keine Kompromisse und auch keine Rücksicht darauf, dass er später noch dann ein Laufteil zu absolvieren hat. Aber er hat gesagt... Ja, das kann er natürlich, ja. Ja, er hat gesagt, hallo, was habe ich zu verlieren? Und vor allem, ich habe hier eine Tour de France in meiner Heimatstadt verpasst. Jetzt habe ich die Möglichkeit für Köln, netterweise, an den Start zu gehen, in der Bundesliga. Und quasi auf dem Rad durch meine Stadt, teilweise sogar auch noch an der Tour de France-Strecke von 2017 vorbei. Und er wolle einfach eine Show abliefern. Die Frage ist natürlich, ob er jemanden in seinem Windschatten abhängen kann. Wir sehen hier gerade in Führung die Nummer 46. Das ist der Timo Hakenjus für das Team HEP. Und das ist keine große Überraschung. Das ist ein wirklich sehr, sehr starker Schwimmer. Und ja, hat es geschafft, sich von den Anathleten zu lösen. Man sieht es, oder man hat es gesehen, dass er keinen weiteren in seinem Wasserschatten hat. Und ist gerade nicht so gesehen. Er schwimmt quasi rechts von dieser erweiterten Spitzengruppe. Und ist schon fast an der Wende. Dahinter in dieser breit gefächerten Speerspitze ein Busch-Hüttner-Athlet, ganz links. Da wird es sich höchstwahrscheinlich um Justus Nieschlag handeln. Der auch auf internationalem Niveau einfach wirklich sehr gut schwimmt. Auch im Weltcup in Cagliari als Erster aus dem Wasser kam. Denn erst mal die erste halbe Radrunde alleine vorne das Tempo gemacht hat. Timo Hacknius hat Luxus pur, hat super viel Platz, kann ganz bequem um die erste Boje schwimmen. Unter den ersten fünf bis zehn Athleten geht es auch noch relativ gesittet zu. Aber wenn man dann quasi mal eine Frontalansicht, wie jetzt, auf die Boje hat, dann sieht man, das wird eng. Und wenn man dann etwas weiter Richtung Mauer ist, etwas weiter außen ist, dann hat man zum einen natürlich einen langen Weg. Und innen hat man natürlich umso mehr geprügel. Also da kann schon mal ordentlich ein Ellenbogen oder ein Fuß gegen die Schwimmbrade gehen. Und ja, das sind immer beeindruckende Bilder. Und für die Sportler, ja. Schau mal jetzt an. Das, äh, da geht's ab. Da gibt's im Ziel nochmal immer das ein oder andere Gespräch. So, äh, du hast mich damals, nö, nö, ich wurde ja selbst. Ein Geben und Nehmen. Und es sind dann Situationen wie diese, ähm, weil diese, ja, diese Rangkämpfe an den Bojen, die kosten einfach unglaublich viel Kraft. Ähm, das Schwimmen bei maximaler Leistung an sich ist ja schon hart genug. Und wenn das noch dazu kommt, dann sind das halt die Situationen, äh, ja, wo es dann laktartechnisch schwierig wird und wo sich dann die eine oder andere Lücke auftut. So, wir sind jetzt schon quasi wieder auf dem vorläufigen Rückweg. Zwei weitere Rechtskurven stehen aber noch ins Haus. Wir sprechen auch hier von Schwimmzeiten im einstelligen Minutenbereich. Ja, die Damen haben so roundabout, genau, um die elf Minuten gebraucht. Ich denke mal, die Männer werden so kurz nach zehn Minuten aus dem Wasser steigen. Mehr als zehn Minuten. Ich dachte vielleicht noch neun irgendwas. Ja, vielleicht neun 59. Ja, guck mal. Da hab ich ja keinen Mist erzählt. Ein Unterschied im Vergleich zum Damenrennen, was wir eben gesehen haben, das ist einmal schon en passant erwähnt, diesmal fünf Athleten pro Team am Start. Und die ersten vier gehen in die Vatoren. Genau. Gebe ich zu, ein etwas untypisches Bild in der ersten Bundesliga. Das wird höchstwahrscheinlich mit N-DNF enden. Und für den Kameramann wird es dann auch bald wieder stressig. Ja, aber ein letztes Mal heute. Dann hat er es geschafft. Ja. Den Wechsel auf das Motorrad. Aber wenn ich es richtig deute, geht er jetzt erstmal zum Ausstieg. Ja. Aber der Wechsel wird jetzt interessant. Also das Feld hat sich zwar ein bisschen auseinandergezogen, aber so wie ich das gesehen habe, war jetzt kein wirklich großer Riss drin. Klar hat sich Timon Hacknius etwas abgesetzt als Einzelstarter, aber er alleine... Da ist unser Kameramann hier. So, hat jetzt Gott sei Dank wenigstens den Kapuzenpulli ausgezogen, ne? Brauche jetzt doch das T-Shirt. Ja. Nee, doch. Boah, Timon Hacknius, der hat schon einen ganz schönen Vorsprung sich herausgeschwommen. Danach kommen zwei Athleten. Höchstwahrscheinlich... Ja, das sieht noch etwas mehr aus. Lassen wir uns schätzen, vielleicht sechs, sieben, acht Athleten. So schien es mir. Und danach nochmal, ja, eine Lücke, wenn man das so abschätzen kann, aus der Ferne. Das wäre natürlich für die Athleten, die vorne sind, wieder eine richtig gute Situation. Ah ja, das sind tatsächlich... Es sah für mich so aus, als wäre dann nochmal eine kleine Lücke, aber ja. Ich denke mal, Timon Hacknius, dem wäre es gut beraten, wenn... Er hat natürlich jetzt beim Wechsel viel Zeit, das ist ein Riesenvorteil. Er kann jetzt relativ, in Anführungszeichen, entspannt die Treppe hoch. Und alleine auf dem Rad würde ich es nicht versuchen, sondern ich würde schon warten, dass die Gruppe ihn hinter ihm einholt. Aber das sieht danach aus, als könnte wieder so eine Gruppe um die zehn Athleten wegkommen. Und das wäre natürlich für Athleten... Für uns ganz schön, ne? Das wäre eine spannende Situation. Vor allem wäre es ja entspannt zu sehen, wer es in diese Gruppe geschafft hat. Und ja, wie sich das auf das weitere Rennen auswirkt. Ob Justus Nieschlag zum Beispiel sich von seinen Teamkollegen Richard Murray absetzen konnte. Dann sehen wir natürlich, weil Richard Murray möchte natürlich auch das Rennen gewinnen. Klar. Dann wird in der Verfolgergruppe auf jeden Fall etwas passieren. Und wir haben natürlich noch die Ankündigung von Ruben Ziputke im Ohr. Er ist natürlich Faktor X, der natürlich da auch auf jeden Fall was auf dem Asphalt ballern wird. So, jetzt kriegen wir das Ganze ein bisschen besser aufgelöst. Und das ist Justus Nieschlag und Maximilian Schwetz. Keine Überraschung, auch Maximilian Schwetz. Ein sehr, sehr guter Schwimmer, war auch bei der WTS in Leeds am Start. Leider Magen-Darm-Probleme. Damals musste er leider aufgeben. Fürs Team Saar. Siebte im Vorjahr hier. Und jetzt ist schon eine Lücke. Das ist eine Gruppe von, ja, roundabout acht Athleten. Das müssen wir nachher mal zusammenzählen. Und denn, bevor jetzt die etwas größere Gruppe kommt, jetzt haben wir gerade gesehen Anton Schiffer für das Kölner Team. Ja, das wird spannend. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das bildet jetzt hier das große Hauptfeld. Das war Franz Löschke. Der jetzt hier für das Burschüttner Team im Hauptfeld vertreten ist. Ja, das war für den wahrscheinlich jetzt auch wieder eine kleine Schocktherapie, nach langer Zeit sich mal wieder diesen Geprügel zu stellen. Und man sieht die schmerzverzerrten Gesichter nach der Treppe. Und nach ungefähr anderthalb Minuten ist das Ganze vorbei. Wir haben jetzt gerade Athleten aus dem Berliner Triathlon Team gesehen, was eine sehr spannende Konstellation ist. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Berliner Triathlon Vereinen, die gesagt haben, alleine schaffen wir das nicht in die 1. Bundesliga, aber als Zusammenschluss auf jeden Fall. Also wir versuchen nochmal hier die Nummer zu erkennen. Sieht miteinander 7 aus. Und davor. Aber wir haben noch für euch nochmal die Übersicht. Oh, jetzt sind wir hier schon, geht es rüber zur Wechselzone. Das sind, wie gesagt, ein paar hundert Meter. So, und die ersten sind auf dem Rad unterwegs. Genau, jetzt die super intensive Phase. Jetzt muss die Gruppe gesichert werden. Das heißt, man springt erstmal aufs Rad mit Abfuß auf den Radschuhen und man geht erstmal gar nicht in die Radschuhe rein, sondern man drückt erstmal, was geht und versucht erstmal, ja, die Gruppe zu bekommen beziehungsweise genügend Tempo in die Gruppe zu bekommen. Und erst, wenn die Situation einigermaßen klar ist, dann werden erst die Füße in die Radschuhe genommen. So, und den Nachzügler aus dem Schwimmen haben wir mittlerweile auch identifiziert. Aus Münster, Stefan Streuk. Kann man natürlich jetzt spekulieren, was ihm widerfahren ist. Vielleicht einen Tritt abbekommen. Benommen gewesen. Wer weiß das schon, es ist müßig darüber zu spekulieren. Wir wissen es nicht, wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall ist sein Rückstand gewaltig, aber es scheint so, als wolle er den Wettkampf zu Ende bringen. Wir sind jetzt auf der Radstrecke, falls ihr euch jetzt erst reinklickt, für das Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga-Rennen der Herren. Es wird eine enge Schleife gefahren, fünf Kilometer lang, beginnt im Medienhafen zu Düsseldorf, hier beim T3 Triathlon, geht dann über eine ziemlich verwinkelte Startphase direkt rauf auf die Rheinkniebrücke. Die wird entlang geballert, rüber nach Oberkassel, ein wirklich schöner Stadtteil hier in der nordrhein-westränischen Landeshauptstadt. Das ist diese Rampe hoch und rauf auf die Brücke. Und da bekommen wir jetzt einen Eindruck von der Spitzengruppe. Und um das noch zu kompletieren, die Brücke wird dann noch einmal zurückgefahren. Jetzt sind wir tatsächlich auch bei der Spitze angelangt. Die Brücke zurückgefahren und dann geht es rechts runter nach dem kleinen Bogen von der Brücke und der Rampe runter wieder in Richtung Medienhafen. Fünf Kilometer sind absolviert. Viermal wird das gefahren, sodass wir eine Gesamtfahrradleistung von 20 Kilometern haben. Genau, wir haben es ja jetzt schon gesehen. Ist da noch einer vorne? Ja, ja, ich denke, wir werden noch einige. Hier haben wir, das ist ziemlich sicher die Spitze. Das ist Maximilian Spätz und Justus Nieschlag. Die beiden kennen sich aus dem FF, haben schon viele Trainingslager innerhalb mit dem deutschen Trianon-Kader absolviert. Und ja, das sind beides Athleten, die ein sehr, sehr hohes Interesse daran haben, auf dem Rad wegzukommen. Aber da sieht man mal, dass ein kleiner Vorsprung im Wasser nicht unbedingt lange Bestand haben muss. Nee, das nicht. Ist auch die Frage, wo... Wer war vorneweg? Timon Hackenjus. Der hat ja doch einen recht konfrontablen Vorsprung gehabt. Ja, deswegen dachte ich eben... Aber mir scheint es so, als wären die beiden und da muss man sagen, da sieht man die internationale Klasse und Erfahrung, die die beiden haben. Die haben auf dem Rad kurzen Prozess gemacht und ja. Ja, weil eben Timon Hackenjus vor diesen Verfolgern einen kleinen Vorsprung hatte. Deswegen dachte ich, er wäre dort in Führung gewesen. Aber er ist offensichtlich auf Rang drei und eben sah es ja auch so aus, als würde er dann eingeholt werden. Also, zweiköpfige Spitzengruppe und da ist schon ein ordentlicher Vorsprung und wir sind gerade mal auf der ersten Runde. Ja. Das ist das, was ich meinte. Das sind diese entscheidenden Situationen nach dem Schwimmen, zum Wechsel, aber auch die ersten Kilometer auf dem Rad. Wer die so richtig intensiv antreten kann und in dem Moment ist man immer noch dabei, in dieser Umgewöhnungsphase von der Waagerechnung, vom Schwimmen und auf einmal aufs Rad, auf einmal brauchst du die Beine, die du halt vorher eher weniger gebraucht hast. Da haben Athleten wie halt Justus oder Max, die haben da einfach die Erfahrung und die nutzen es dann eiskalt aus. Und jetzt ist es halt interessant, was machen sie jetzt? Ich sag mal, die beiden kennen sich, beide haben den Raddruck und ja, die würden schon gerne durchziehen, das macht einen Eindruck. Aber wie clever ist das jetzt, zu zweit die 20 Kilometer durchzuziehen? Oder wäre es denn nicht vielleicht doch lieber noch so, naja, wenigstens drei Athleten mehr zu haben, um ein paar Körner zu sparen? Das ist ja auch die Frage, weil wir haben ja eben schon gesehen, dass die beiden sich umgeschaut haben, versucht haben, die Lage einzuschätzen. Meinst du, es findet zwischen den beiden jetzt auch nochmal ein Austausch gleich statt? Ihnen hat es auf jeden Fall gegeben. Also die werden sich abgesprochen haben. Aber jetzt sieht es schon so aus, jetzt ziehen wir durch. Ja, weil letztendlich, du hast den Vorsprung und warum sollst du ihn jetzt hergeben? Und selbst wenn die anderen aufschließen sollten, dann mussten die dafür Arbeit investieren. Das heißt, den anderen tut es auf jeden Fall auch weh und sie haben das Selbstbewusstsein und das haben sie auch zu Recht, dass sie diese Radpower haben, um das Ganze auch durchzuziehen. Sie kennen sich, sie wissen genau, wie der andere in den Kurven reagiert, wie es mit seinen technischen Skills aussieht. Und ja, für Justus Nieschlag, wenn sie das durchbringen sollten, einen konfrontarben Vorsprung, dann kann das auf jeden Fall den Sieg bedeuten. Und ja, den möchte man immer sehr gerne mitnehmen. Und auch für Max Schwetz, der jetzt beim WTS-Rennen in Leeds leider aussteigen musste, aufgrund von einem Magen-Darm-Infekt, den er sich da irgendwie eingehandelt hat. Ja, ist das natürlich eine super Ausgangslage. So, jetzt geht es, nachdem Sie die Rampe runter sind, unter der Brücke einmal durch. Da sind wir jetzt. Und dann vorbei am Polizeigebäude. Und dann auf die zweite Runde. Man hat eigentlich gerade gesehen, wie Justus, so schien es mir, Justus, der hat im Prinzip so einen Wink mit den Ellenbogen gegeben. Ich glaube, es war meiner Meinung nach ein Zeichen, Max, gehen wir kurz in Führung. Aber ich glaube, dass der Max hinter dem Justus schon ein bisschen struggelt. Also Justus ist auch wirklich international inzwischen, muss man sagen, nicht nur ein guter Schwimmer, sondern auch wirklich ein sehr, sehr guter Radfahrer. Der auch hätte, sein Trainer ist ja Dano Rang, der auch der Trainer von Jan Frodeno ist und auch der Trainer von Bora Hansgrohe. Also sein Trainer hat eine Menge Radsport-Know-how. Und auch ich habe mich mit ihm über den Justus unterhalten. Und der meinte schon, mit Justus, das hätte auch ein sehr guter Radfahrer werden können. Der hat auch gerade diese Fähigkeiten, nach den Kurven schnell antreten. Das liegt ihm, das kann er. Und man sieht ja gerade, wie lang er eine Führung übernimmt. Der investiert da gerade ordentlich. Und Max wird ihm versuchen, so gut wie es geht, auszuhelfen. Aber muss jetzt auch teilweise echt schauen, dass er da einfach hinten dran bleibt. Über 30 Sekunden ist das Verfolgerquartett hinten dran. Angeführt von Tim Hockenius, dem schnellsten Schwimmer heute. Das heißt, vier hinten dran. Würde mich natürlich sehr interessieren, wer die anderen drei sind. Versuchen wir mal rauszufinden. Also über 30 Sekunden ist natürlich schon mal ein Wort. 30 Sekunden ist auf jeden Fall ein großer Abstand. Und wenn es eine Fliegergruppe ist, klar, das sind 50 Prozent mehr, als die vorne sind. Aber ja, es kommt immer darauf an, wen hast du in der Gruppe. Und ein Fahrer wie ein Justus Nischler kann gut und gerne zwei andere schwächere Fahrer ersetzen. Insofern, ja, sieht es bis jetzt wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Also wir versuchen das mal aufzudröseln. Marc Schwetz jetzt in Führung. Also die vier dahinter, wenn diese Liste, die uns hier gerade reingereicht worden ist, stimmt. Andreas Karlsson, Timo Hockenius, Marc Trautmann und Waldemar Solok aus München. Und dahinter erst dann eine Gruppe rund um Richard Murray, Jurek von Eckdome. Ruben Zepuntke mit der schnellsten Angangszeit und der schnellsten ersten Runde beim Radfahren. Allerdings auf Rang 31 nach Runde 1. Aber man sieht gar nicht, wie schneller als Justus Nischlack. Wir haben die erste Runde drei Sekunden. Wenn man weiß, wie Ruben Zepuntke auf dem Rad ballern kann, dann weiß man auch, wie schnell die beiden da vorne angeballert sind. Und so kommt natürlich dann auch der Vorsprung zustande. Und wenn ich mir die Vierergruppe vorne anschaue, Marc Trautmann, der für das saarländische Team startet, war in Greichgau mit am Start, kam da auf Platz 25. Ich vermute aber, dass sich diese Vierergruppe nicht lange halten wird. Denn danach kommen halt Athleten wie Richard Murray, wie Jurek von Eckdome. Aber die haben auf dem Rad auch eine ganze Menge Bums. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, die werden die Lücke zu den Vieren da vorne schließen. Und dann hängt es davon ab, ist die Gruppe zu groß, als dass sie halt weiter genügend Athleten finden, um die Nachführarbeit zu leisten. Das wäre natürlich für die zwei da vorne ein Traum. Oder versuchen vor allem Richard Murray und Jurek von Eckdome, die Lücke nach vorne zu verkleinern. Und das sollten sie auf jeden Fall tun, denn ansonsten ist der Sieg weg. So, jetzt auch mal Führungsarbeit von Schwedz. Und das braucht der Nischlag natürlich auch, dass er mal von ausruhen kann keine Rede sein, aber dass er mal Windschatten hat. Ja, das machen die beiden recht clever. Der Justus, der winkt dem Max immer nach vorne, wenn es mal etwas länger geradeaus geht, wenn Max sich da einbringen kann. Man muss halt sagen, der Justus, der ist halt wirklich auch technisch auf dem Rad sehr gut betrucht. Und der hämmer sehr gut in die Kurven hinein. Ich kann mich auch an ein Rennen hier in Düsseldorf erinnern, da sind wir zusammen gestartet. Der wollte ja noch um eine Kurve durchflutschen, hat es aber nicht mehr ganz geschafft, ist mit der Schulter ins Gitter gefahren. Also er nimmt auch die Risiken. Das heißt, er sagt sich in den schwierigen Strecken, hey, pass mal auf, wir sind schneller, wenn ich da vorne wegfahre und wenn ich da vorne das Tempo mache. Und du kannst mir helfen, wenn es etwas geradeaus geht. Tokyo 2020 hat er fest im Blick. Ja. Und ich denke mal, so wie es zurzeit läuft, sieht es auch nicht schlecht aus. Wobei wir natürlich mehrere Athleten haben, die dafür in Frage kommen. Zurzeit geht ja auch alles über die Teamqualifikation, das neue Teamrelay, was zum ersten Mal olympisch ist. Und ja, für ihn wird es wichtig, beim olympischen Test-Event in Tokio, welches im August stattfindet, zu zeigen, was er auf dem internationalen Parkett drauf hat. Eine direkte Qualifikation wäre eine Platzierung unter den ersten zwölf. Das ist für ihn möglich, muss aber nicht klappen. Also das ist schon eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit. Vor zwei Wochen war er in Leeds am Start, da ist er auf Platz 21 ins Ziel gekommen, was vielleicht solide war, aber ausbaufähig. Das heißt, daran sieht man Platz 12, da muss schon wirklich sehr, sehr viel klappen. Aber im Nachhinein gibt es ja noch weitere Chancen. Wenn er sich weiter so entwickelt, wie er es diese Saison getan hat, dann sieht es für 2020 auch schon sehr, sehr positiv aus. Man darf jetzt nicht direkt von Medaillen oder so ausgehen, aber so im Kampf vielleicht so um die ersten 15 oder so, da gehört er dann definitiv hin. Sagt unser Experte Gregor Buchholz, Deutscher Meister 2015 über die Sprintdistanz. Und hier in unserer zugegebenermaßen sehr stickigen Kommentatorenkabine direkt im Zielbereich. Ihr schaut den Livestream T3 Triathlon. Wir sind angekommen beim Elite-Herrenrenrennen in der Bundesliga, in der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga. Und wir sind jetzt am Ende der zweiten Runde. Und jetzt warten wir mal ab, wie lange es dauert. Ab diesem Zeitpunkt, bis der Zug dahinter ankommt. Ja, wir haben hier beide schön die Stoppuhr laufen. Ich wollte gerade sagen, es war dummer, ein Gedanke. Ja. Jetzt wieder etwas technischere Part. Jetzt kommt die Gruppe. Okay, und du hattest recht, es ist ein Zusammenschluss und das ist nicht mehr eine Vierergruppe, das ist eine Riesengruppe. Ja, das sind so Athleten, so um die 25 bis 30 Athleten. Und ja, das ist ein Pack für eine geordnete Verfolgung, ist das ein bisschen zu groß. Das heißt, die Favoriten, wie ein Richard Murray, wie ein Jorik von Ektem, die werden jetzt schauen, die müssen selbst in die Hand nehmen. Weil keiner der schwächeren Athleten wird das machen und wird sagen, wir fahren es nach vorne zu. Insofern, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Außerdem bekomme ich die Information rein, dass Ruben Zepuntke es im Alleingang versucht, auf die Gruppe zuzufahren. Ja, haben wir eben, glaube ich, einmal ganz kurz gesehen und da war nicht mehr so viel Rückstand. Die dritte Gruppe, angeführt von Franz Löschke, für den ist ja nochmal die letzte intensive Belastung vor dem Ironman in Frankfurt. Aber da möchte er hin, er möchte zum Ironman Hawaii. Aber die beiden vorne bestimmen auf jeden Fall das Tempo. Und haben den Vorsprung ausgebaut. Die vierte Gruppe, schon einen Rückstand von über zwei Minuten. Und für die wird schwierig. Also die letzten großen Schwerkaliber im Radfahren, die haben wir gesehen in der dritten Gruppe. Da kann es schon auch sein, dass die den Rückstand relativ gering zur Spitze halten. Ich glaube danach. Aus der zweiten Gruppe bekommen wir auf jeden Fall die Information, sprechen wir mittlerweile von 22 Athleten. Das heißt zwei vorne, dann 22 und dann noch das kleine Anhängsel, neuer klein auf dem Rad, großes Anhängsel. Ruben Zepuntke, der im Alleingang das Ganze auf wenige Sekunden runterfahren konnte. Bin sehr gespannt, ob wir hier nochmal Zwischenzeiten gleich reingereicht bekommen. Das wäre natürlich grandios, ja. Ja, und dann von der zweiten Runde, da bin ich mal sehr gespannt, was der Zepuntke da hingezaubert hat. Und dann ist es natürlich auch spannend zu erfahren, inwiefern sich das auf die Renndynamik auswirkt. Bleibt er denn sitzen in der zweiten Gruppe? Oder geht er denn da wirklich an die Spitze? Und ja, versucht die Lücke auch zu den beiden nach vorne zu schließen? Also, eine 6,52 ist er auf der zweiten Runde gefahren. Das sind nochmal 24 Sekunden schneller als die erste. Und das ist auch 12 Sekunden schneller als das Führungsduo Justus Nieschlag und Maximilian Schwitz. Allerdings muss man dazu sagen, auch Richard Murray und Jorik van Ektum sind in dem Bereich von Zepuntkes Zeiten gefahren. Ein paar Sekunden nur langsamer, auch unter sieben Minuten. Also, die ballern richtig rein. Nieschlag und Schwitz hatten ja ungefähr einen Vorsprung von etwas über 30 Sekunden auf die zweite Gruppe. Ich denke, dass Rubens Bunke auf jeden Fall schon diese zweite Gruppe erreicht haben wird. Sieben Sekunden waren es noch. Sieben Sekunden. Ich denke mal, das wird er inzwischen geschlossen haben. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten. Er macht ungefähr 10 Sekunden pro Runde gut. Was passiert, wenn sie sich zusammenschließen? Wenn er sich mit den Hauptpapuriten zusammenschließt, die vielleicht wirklich gut zusammenarbeiten, dann kann das doch relativ schnell gehen, dass 20, 30 Sekunden dem wieder abgeknapst werden. Oder das nicht ein. Und man belauert sich so in der zweiten Gruppe. Da sind die beiden jetzt so ein bisschen davon abhängig, wie sich das taktisch in der zweiten Gruppe entwickelt. Dem bleiben bleibt eigentlich nur die Option zu ballern. Und das macht Justus Nieschlag ohne Frage. Man kann gut und gerne sagen, so 85 Prozent Führungsarbeit, die er da vorne leistet. Also, der gibt sich auf dem Rat nichts. Hat dieses Jahr schon ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada hinter sich. Danach eine wirklich beeindruckende Weltcup-Serie hingelegt. Und ja, für ihn ist das jetzt auch ein wichtiger Test für das WTS-Rennen in Hamburg. Das ist dieses Jahr, hat er ja selbst gesagt, sein großes Saison-Highlight. Das war wieder unser Freund aus Münster. Ja. Nicht im Bild, aber der ist hier gerade hier durchs Ziel gedüst. Mit einem monströsen Rückstand, aber er fährt durch. Auch für Maximilian Schwetz ist das hier Hamburg. Er hat sich selbst das Ziel formuliert, die fünf Kilometer in Hamburg unter 15 Minuten zu laufen, hinten raus. Wobei man auch sagen muss, wenn man unter die ersten 30 bis 25 Athleten kommen möchte, dann muss man das auch laufen. Zur Orientierung, Richard Murray hat beim ersten Rennen im Kraichgau eine 14-0-0 gelaufen, hinten raus. Ja. Damit ist er natürlich einer, der im Laufen auf jeden Fall nochmal ein gewichtiges Wort um die Spitzenplätze mitsprechen wird. Auf jeden Fall. Also Kraichgau war für Richard auf jeden Fall wieder ein Fingerzeit nach längerer Zeit. Er hatte ja einen Trainerwechsel hinter sich, hat sehr viel mehr Umfänge gemacht und hat da auch etwas Verletzungspech gehabt in letzter Zeit. War dann auch in der Höhe und hat sich dann aber wieder gut erholt und Kraichgau war wirklich, ja, das erste Rennen, in dem er so richtig zeigen konnte, was er drauf hat. So, und jetzt gilt wieder Zeitstellen. Zack. Nieschlag und Schwetz sind durch die dritte Runde. Der Kameramann oder das Motorrad, das kann gar nicht so schlimm, wie er nie Schlag jetzt möchte. Ja. Und jetzt bleibt abzuwarten. Das war jetzt die was? Dritte Runde, eine Runde noch. Das heißt noch, ja, sagen wir mal etwa sieben Minuten maximal, dann steht der zweite Wechsel an. Aber das sieht echt gut aus für die beiden. Ich meine, wir haben jetzt schon an die 30 Sekunden und diesen Rückstand auf einer Runde, das ist so gut wie unmöglich. Oha. So. Das sind Cepuntke und? Ein zweiter Kölner Triathlet. Ja. Ich konnte jetzt die Startnummer leider nicht erkennen, aber das werden wir bestimmt bald rausfinden. Und die haben sich von der größeren Verfolgungsgruppe abgesetzt. Das zeigt aber, sie setzen nicht auf eine konstante Verfolgung in Übermacht, sondern, ja, ein Duo verfolgt ein Duo, was für die beiden vorne natürlich eine super Situation ist. Ja. So, und wenn wir von etwas mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf die Laufstrecke oder für die Laufstrecke sprechen, dann sprechen wir von einem, ich formuliere es ganz vorsichtig, gewichtigen Vorteil. Ja, also das ist wirklich ein Vorteil, ein sehr luxuriöser Vorteil, den man mit auf die Laufstrecke nimmt. Und für beide eigentlich eine Traumsituation, für Justus wie auch für Max. Cepuntke wird begleitet von Luke Burns. Ein junger Australier hat schon in einigen kontinentalen Cups, also wir haben in Europa Cups, in Australien heißt es Ozeanen Cups, schon die Top Ten angegriffen. Ein junges Nachwuchs-Talent aus Australien, ja. Definitiv ein Athlet für die Zukunft. Und Cepuntke wieder die mit Abstand beste Zeit in Runde 3. Hat 8 Sekunden gut gemacht auf die Spitze. Wobei man das fast so sehen kann, das ist fast ein Duell, Nieschlag gegen Cepuntke. Ja. Wenn man es so sehen möchte, ich denke mal in dem Verfolger-Duo wird es auch ungefähr so aussehen, dass Cepuntke die meiste Führungsarbeit übernehmen wird. Und ja, was Justus hier vorne leistet, das ist einfach echt. Das ist schon erste Sahne, das kann man nicht anders sagen. Also es geht jetzt ja wirklich Richtung 90% Führungsarbeit. Aber er zieht es durch, weil der Lohn, wenn er das so durchzieht, das kann der Sieg sein. Und man sieht es deutlich an den Gesichtsausdrücken. Also bei Nieschlag, klar, eine Verbissenheit ist da, auch eine Anstrengung erkennbar. Aber im Vergleich zu Cepuntke, den es ja schier im Gesicht zerrissen hat, als er eben dadurch am Zielbereich vorbei, beziehungsweise dort an der Wechselzone vorbeikam, klar, der hat auch eine ganz andere Aufgabe gehabt nach dem Rückstand, den er sich angehandelt hatte, über eine Minute im Schwimmen. Aber da merkt man natürlich schon, Nieschlag hat natürlich deutlich bessere Karten, nicht nur aufgrund seines Vorsprungs, sondern höchstwahrscheinlich auch aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Weil Cepuntke fährt hier tatsächlich auf Teufel komm raus, als wäre nach dem Radrennen Schluss. Das ist er wahrscheinlich auch sonst so gewohnt. Ja, das stimmt. Auch wenn er schon bewiesen hat, dass er auch recht gut hinten drauf laufen kann. Also für 20 Kilometer die Woche ist auch das, muss ich neidlos anerkennen, sehr, sehr beeindruckend. Ja, diesen Umfang hat er aber in 2019 jetzt schon angehoben. Ja, aber er war auch gerade in dieser Phase, sich von der zweiten Gruppe zu lösen. Das haben wir ja gesehen, der Abstand war noch recht klein und gerade da, da musst du halt auf Teufel komm raus, halt wirklich investieren, um dich zu lösen, um halt keinen irgendwie erstmal überhaupt den Gedanken einzupflanzen, hey, ich könnte doch nochmal ran fahren, nein, da musst du richtig durchziehen. Im Endeffekt, so wie Nischlag und Schwetz das am Anfang nach dem Schwimmen gemacht haben, auch die haben ja dort direkt durchgezogen und, ja, einen respektablen Vorsprung herausgearbeitet. Für Justus lohnt es sich auch einfach in dem Sinne, er ist hierher gekommen, um eine harte Belastung zu haben. Das ist natürlich, er macht das aus dem vollen Training, aber das ist natürlich ins Training eingeplant. Also auf dem Trainingsplan ist natürlich für heute eine harte Belastung geplant. Deswegen kann er da ruhig auf Teufel komm raus, alles an Körner raus ballern, was er hat. Und diese Variante ist für ihn natürlich deutlich risikofreier. Ich meine, wir haben es im Kreichgau gesehen, da ist Ryan Sissons für Buschütten damals gestartet und gestürzt. Umso größer die Gruppe, umso enger wird es, umso höher ist das Risiko eines Sturzes. Und du möchtest keinen Sturz haben oder irgendwie das, wenn du dich auf Olympia vorbereitest. Insofern sagt er sich, hey, lieber alleine vorneweg fahren. Und das macht er, und wie. Zur Einordnung, falls ihr auch später reingeklickt habt, ihr schaut den Livestream T3 Triathlon aus Düsseldorf. Hier, wir, LaRasch und wir sind beim Elite-Rennen. Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Herren, und wir sind am Ende der zweiten Disziplin. Es geht jetzt wieder rein in den Düsseldorfer Medienhafen für das Führungsduo vor dem abschließenden Lauf. Über fünf Kilometer, zwei kurze, knackige Runden. Und dieses Führungsduo besteht aus Justus Nieschlag in Rot für Buschütten am Start und Maximilian Schwetz fürs Team Saar. 28 Jahre alt, im Vorjahr war er hier siebter, auch er möchte, zu den Olympischen Spielen. Und hier hinterlässt er bislang eine bärenstarke Visitenkarte, auch wenn man sagen muss, der Vorsprung dieses Duos geht natürlich vor allem aufs Konto von Justus Nieschlag. Wie der da vorne die Pace hochhält, das ist wirklich beeindruckend. Und wir sprechen hier mittlerweile von Führungsarbeit bei gefühlt 90 Prozent. Jetzt geht er mal vorbei. Nee, doch nicht. Immer noch nicht. Jetzt werden schon die Ratschuhe geöffnet und sich auf den Wechsel vorbereitet. Es geben die Füße auf die Schuhe, um dann halt wirklich schnell abspringen zu können. Und ich denke, der Marc Schwetz wird auch dahinter bleiben. Ah, da sind sie schon. So, vierte Disziplin. Zack, Nieschlag ist weg. Super geklappt für beide eigentlich. Ja. Und beide gehen jetzt wirklich mit einem konfrontablen Vorsprung auf die Laufstrecke. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der erste Verfolger ankommt. 20 Sekunden schon durch. Noch keiner in Sicht. Na, kommt schon. Was wir hier hören vom Sprecher ist, dass die große Gruppe 50 Sekunden hat. Und Zipunke sich wieder eingereiht hat, ne? Genau. Anscheinend hat dieses Duo dann doch nicht lange Bestand gehabt. Und das wäre natürlich, also 50 Sekunden auf 5 Kilometern, das ist ein richtig satter Vorsprung. Also, so wie Justus das auch gerade aussieht, der scheint den Rhythmuswechsel aufs Laufen jetzt auch recht gut zu vertragen. Aber hallo, da ist auch schon eine ordentliche Lücke aufgegangen zu Maximilian Schwetz. Der das aber, wenn man das bislang hier so alles sich mal anschaut, taktisch auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und der natürlich jetzt mit diesem Vorsprung auf der Haben-Seite, auch wenn er den Anschluss an Nischlak nicht halten sollte, sehr gute Möglichkeiten hat, aufs Podium zu laufen. Ja, also da ist Platz 2 in greifbarer Nähe und das sollte eigentlich ausreichen. Also 50 Sekunden, das Niveau hat Max auf alle Fälle, um da eigentlich locker auf Platz 2 zu laufen, wenn da nichts passiert. Jetzt sehen wir das hier, es geht jetzt vorbei am Becken, in dem auch zu Beginn, ja, jetzt sind wir nochmal im Start oder in der Wechselzone, genau. Also es geht jetzt vorbei am Hafenbecken, wo auch zu Beginn geschwommen worden ist. Hier sehen wir die große dritte Gruppe. Und die Zuschauer haben dort die Möglichkeit natürlich vom Becken einfach mit wenigen Schritten hochzukommen und dann direkt an der Laufstrecke zu sein. Die Laufstrecke 2, kurze Runden für euch zur kurzen Übersicht. Es geht vom Medienhafen am Rhein entlang über einen sehr verwinkelten Start direkt am Landtag vorbei. Dort später ja auch das Ziel hier bei uns und dann am Rheinturm vorbei. Das Ganze ist noch relativ, zumindest teilschattig. Mittlerweile allerdings die Sonne natürlich sehr hoch. Und viele, ja, hier sehen wir es nämlich auch, viele Abschnitte mittlerweile in der prallen Sonne. Vorne Nieschlag für Buschütten auf Siegeskurs und dann eben hier diese Abzweigung. Und dann geht es rüber und hoch auf ein kleines Plateau, von dem es direkt in Richtung Rheinufer unten geht. Das heißt, wir sind dann nicht mehr im Hafenbecken, sondern direkt am Rhein. Und dort ein ganzes Stück geradeaus bis zur Wende hinter dem Apollo Varieté unter der Rheinkniebrücke zurück in Richtung Medienhafen. Zweimal diese Runde und am Ende sind fünf Kilometer laufen absolviert. Und Nieschlag wird dann höchstwahrscheinlich die Siegermedaille entgegennehmen können. Aber soweit sind wir noch nicht. Und dass ich auch auf diesen fünf Kilometer, auch wenn wir über eine Sprintdistanz sprechen, die eine oder andere Höhe und Tiefe abzeichnen kann, haben wir eben beim Damenrennen gesehen. Das haben wir gesehen, genau. Man kann es so schnell angehen. Auch auf fünf Kilometern muss man natürlich sich das Tempo etwas einteilen und ein kluges Pacing durchziehen. Ansonsten kann es auch nach hinten losgehen. Aber, ja, das kann Justus alleine für sich bestimmen. Das sollte da kein Problem sehen. Wir haben ja jetzt die vierte und fünfte Gruppe einfahren sehen. Die hatten so einen Rückstand von drei und vier Minuten. Insofern die zweite große Gruppe, wo eigentlich die große Gefahr herkommt von den Favoriten, 50 Sekunden Rückstand nach dem Radfahren. Das sind, muss man echt sagen, für Sprintdistanz, Triathlons echt komfortable Verhältnisse. Also das so rauszufahren von Anfang an zu zweit, da gehört schon richtig was zu. Richard Murray ist natürlich die Frage. 40 Sekunden hören wir über den Stadionsprecher. Was heißt Stadionsprecher? Über den Sprecher hier im Zielbereich. 40 Sekunden, der Mann Richard Murray aus Südafrika, Olympia Vierter, mit einer 14-0-0 im Kreichgau. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht nochmal an Maximilian Schwitz, ob er ihn irgendwann am Horizont entdecken kann. In dieser verwinkelten Startphase ganz sicher nicht. Aber genau dort, wo sich jetzt Justus Nieschlag befindet, ist es tatsächlich so, dass man ein bisschen länger den Blick hat. Gerade von da oben, wenn man um die Ecke kommt. Weil sich hier natürlich auch der Kurs nochmal windet, weil wir hinten an der Spitzkehre, am äußersten Ende sind. Ja. Also wenn, dann hat man dort die Möglichkeit, und man sieht das auch, Justus Nieschlag hat mal kurz den Blick nach rechts gewendet. Nicht der oberkörperfreien Zuschauer wegen, sondern um zu gucken, wie weit bin ich vorne? Wie viel Abstand ist das in Richtung Schwedz, mit dem er ja gemeinsam vom Rad gestiegen ist? Ja, und da sieht er, dass ihm keinerlei Gefahr droht. Sieht super aus, ne? Sieht super aus, sieht kontrolliert aus. Ja, er kann ja jetzt vorne sein eigenes Rennen laufen, muss nicht zu 100% gehen, sondern kann das auch safe machen. Und Max Schwedz, man hat ihn so ein bisschen noch gesehen in der langen Geraden. Ich schätze, er hat einen Rückstand von dann vielleicht 15, 20 Sekunden. Ich sage mal so, wenn er noch eingeholt werden kann, dann auf jeden Fall von Richard Murray, dem traue ich das schon zu. Das bleibt abzuwarten. Wie hat Max Schwedz gerade seinen Infekt nach Leeds vertragen? Konnte er danach wieder etwas Energie tanken? Konnte er vielleicht noch so ein paar Trainingseinheiten vielleicht so einbringen? Das wird sich jetzt auf der Laufstücke zeigen, was er danach zu leisten imstande ist. Drei Weltcup-Podiumsplätze hat Justus Nieschlag schon einfahren können. Heute sieht es nach einem Sieg in der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga aus. Aber eine Runde muss er noch hinter sich bringen. Ja, man sieht auf jeden Fall die Anstrengung. Aber technisch sieht das alles noch wirklich sehr, sehr gut aus. Also er ist nicht gezwungen, auf Krampf zu laufen. Daher braucht er sich machen. Insofern läuft er hier wirklich ein sehr gutes Tempo, sehr solide durch. Und auf zweieinhalb Kilometern, ich meine, wir haben die Verfolger der zweiten Gruppe noch gar nicht gesehen. Lege ich mich mal fest, wenn er jetzt nicht über eine Wurzel stolpert oder so, das lässt er sich nicht nehmen. Das kann er jetzt relativ entspannt zu Ende laufen. Im Gegensatz zu den Athleten in der Verfolgung. Bei denen wird das Ganze sehr eng vonstatten gehen. Und da geht es natürlich wiederum um die Teamwertung. Also ich habe dir versucht zuzuhören, aber gleichzeitig hier noch dem Sprecher im Zielbereich versucht zu lauschen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Murray Schwitz schon eingeholt. Aber das Ganze ohne Gewehr. Wir versuchen das jetzt gleich auch natürlich bildlich aufzulösen. Ja, daran sieht man, dass dann Max Schwitz wahrscheinlich schon noch zu knabbern hat. An sich, er wird sich wahrscheinlich auch nicht so super stark gefühlt haben. Ansonsten hätte er sicherlich mehr Führungsarbeit auf dem Rad übernommen. Das wird schon seinen Grund gehabt haben, warum Justus so viel macht. Das sind ein paar überholte Athleten, die Justus da jetzt überrundet. Ja, insofern musste Max sich auch etwas schon im Windschatten. Weil eigentlich muss man sagen, 50 Sekunden, das ist auch sein eigener Anspruch. Den möchte er auch selbst bei Richard Murray durchbringen. Aber daran sieht man, dass es ihm wahrscheinlich auch gar nicht so gut geht. Und ja. Wie gesagt, ohne Gewehr. Wir werden das natürlich gleich auch irgendwann bildlich wieder aufgelöst bekommen. Spätestens im Ziel. Aber eine Überraschung wäre es dementsprechend nicht. Das würde ja auch bedeuten, dass auch bei den Männern ein ungefährder Doppelsieg kommt. Was Burschütten auch wieder, ja, für die Tageswertung favorisiert, favorisieren würde. Domen Dornik, auch noch vorne mit dabei gewesen für Burschütten, wenn wir direkt mal schon ein bisschen auf die Teamwertung schauen. Aber Maximilian Sperl und Franz Löschke, die weiteren Buschütter, die hatten tatsächlich einen Rückstand. Und waren dann erst in der zweiten großen Verfolgergruppe. Und das Team aus Potsdam, das hatte vier Athleten vorne drin. Also das könnte tatsächlich nochmal interessant werden. Genau, gerade wenn es um die Platzierungen drei und vier in der Teamwertung geht, haben wir bei den Frauen gesehen, lieber drei oder vier ausgeglichene Athleten als ein Superstar. Und dafür hinten raus etwas schwächer. Aber das wird sich dann im Ziel auflösen. Auch muss man sagen, Franz Löschke ist natürlich ein starker Läufer. Also er hat natürlich die Möglichkeiten, noch viele Plätze gut zu machen. Wobei es spannend ist. Ich meine, er trainiert auf dem Marathon. Also ob die fünf Kilometer überhaupt jetzt gerade ausreichen, dass er überhaupt so richtig in Fahrt kommt. Das bleibt abzuwarten. Also Sperl und Löschke, die Buschütter, aktuell auf den Plätzen 25 und 26. So die Informationen, die uns erreicht haben. Das müssen wir jetzt gleich dann auch überprüfen. Und vor allem kann sich natürlich auf dieser zweiten Laufrunde auch noch ein bisschen was tun. Nach vorne und nach hinten. In Führung Justus Nieschlag dahinter. Nach unseren Informationen ein Zweikampf um den zweiten Platz. Richard Murray und Maximilian Schwitz. Schwitz, der man vom Team sah, war mit Nieschlag gemeinsam auf die erste Laufrunde gestartet. Ist aber mittlerweile zurückgefallen. Und Ruben Zepuntke, falls ihr euch fragt, wo der abgeblieben ist. Der wird auch irgendwo unter den erweiterten Verfolgern hängen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch genügend im Tank hat, um auch beim Laufen seine Position zu halten, die er sich beim Radfahren erkämpft hatte. Dort war er ja tatsächlich dann auch mit in Führung gegangen in der ersten Verfolgergruppe. Ja, ich denke, das wird auf den 5 Kilometern schwer werden. Da sind auch zu viele tatsächlich. Da sind zu viele und auf den 5 Kilometern, da brauchst du schon einen richtig guten Speed. Er läuft sehr gut für das, was er an Background hat im Laufen. Aber ich denke, das wird gegen diejenigen, die hier schon spezialisierter sind, auf jeden Fall schwer werden. Ein Top-20-Ergebnis allerdings ist möglich. Und eine Show auf dem Rad hat er alle Male geliefert. Genau. Die hat er versprochen. Und die hat er auch geliefert. Auf jeden Fall. Wie natürlich als Düsseldorfer Triathlet eine geniale Gelegenheit, sich hier so dem Publikum zu präsentieren. Justus Nieschlag. Ein letztes Mal durch die Spitzkehre. Jetzt die Rampe hoch. Und dann geht es schnurstracks in Richtung Ziel. Vielleicht wird er gleich auch das erste Mal ein kleines Lächeln auflegen. Er wird wissen, das Ding hat er im Sack. Er hat einen guten Überblick jetzt über die weitere Laufstrecke und hat nochmal nach rechts geschaut. Und ja, da lauert absolut keine Gefahr. Also die letzten Meter, die er jetzt noch vor sich hat, die kann er auf jeden Fall genießen. Er wird dann natürlich noch guten Tempolauf, Tempo durchziehen. Und er hat ja auch schon mehr als die Hälfte dieser zweiten Runde absolviert. Denn dieser erste Teil bis zu der Spitzkehre ist der etwas längere Teil. Dass er auch nicht ganz voll gehen muss, sieht man auch an dem berundeten Athleten, der noch mitgehen kann. Ist natürlich für ihn auch eine coole Sache, mit den Führern mitzulaufen. Und da muss auch Justus da nicht ganz allein durch. Die Formel 1 des Triathlonsports. Vollgas von der ersten bis zur letzten Minute. Der Start vor 54 Minuten. Und Justus Nieschlag. Ja, jetzt läßt er sich feiern. Sieger in Düsseldorf 2019 in der Triathlon-Bundesliga. Justus Nieschlag, Glückwunsch. Mit einer wirklich, also das war wirklich eine überlegene Leistung. Wahnsinn. Und ja, eigentlich schon ein Fingerzeig. Auch wenn er das Banner gerade falsch rumhält. Aber es kann nicht alles perfekt laufen. Also insofern war der Wettkampf schon perfekt genug. Im weitesten Sinne hat er hier das Feld auf den Kopf gestellt. So, und zweiter Richard Murray. Waren unsere Informationen richtig? Der hat aber ordentlich nochmal auf der Laufstrecke Gas gegeben. Ja. Also Doppelsieg für Buschütten, wie bei den Frauen auch. Und jetzt... Gario Citti aus Italien. Startet für das Team aus Süßen. Das ist ein großer Erfolg für die. Philipp Wiewald aus Potsdam. Maximilian Schwetz. So, Potsdam holt 4 und 6. Und Rang 8 und Rang 9. Und das ist jetzt für die Teamwertung echt spannend. Jetzt bleibt abzuwarten, wo bleibt der dritte Buschüttener Athlet? Und der vierte. Und der vierte. Das wird schwer. Also so überlegen, die Einzelleistung von Justus Nieschlag war, so gut war die Teamleistung der Potsdamer. Das muss man ganz klar so sagen. Mit der Nummer 26, Luke Burns, der ist gerade reingelaufen, der es kurz mit Zepunt geprobiert hat. Der musste beim Laufen bezahlen für diesen kurzen Ausflug. Ian Manthei. Lange Zeit für Deutschland gestartet, hat aber auch Eltern mit irischen Wurzeln startet, inzwischen für Irland. Simon Hanseleit. Der Bruder von Frank Hanseleit scheint sehr zufrieden mit seiner Leistung. Und Ruben Zepuntke. Wir haben jetzt nicht mitgezählt, welcher Platz das war. Nein. Er war zwischenzeitlich 18. Gut möglich. Also es wird wohl ein Top 20 Ergebnis. Aber noch war Franz Löschke, der jetzt ins Ziel kommt. Das wird für ihn auf jeden Fall eine sehr intensive Vorbereitung gewesen sein. Und für ihn heißt es jetzt Füße hoch. Und dann geht es in Frankfurt zwar vom Tempo her deutlich entspannter, aber dafür auch deutlich länger zur Sache. Aber den Sieg wird sich Burschütten garantiert nicht holen können. Das war ein sehr großer Rückstand jetzt, ja. Weil wir sprechen jetzt in über 20 und da kommt noch ein über 20er dazu. Und da bringt dir auch nichts Platz 1 und Platz 2. Da hast du drei plus, ja da bist du bei einer hohen 40er. Und die wird Potsdam mit vier Top 10 Ergebnissen nicht erreichen. Also Sieg an Potsdam. Das ist schon eine Überraschung nicht. Ich sag mal, wenn es um den erweiterten Papagitenkreis ging, dann hat Potsdam auf jeden Fall dazugehört. Aber auf jeden Fall ein Fingerzeig und ja, da bleibt uns einfach nur zu sagen Glückwunsch aus Potsdam, die es wirklich mit sehr jungen Athleten geschafft haben, den großen Athleten ein Schimpfchen zu schlagen. Wie gesagt, Philipp Biewald letztes Jahr dritter bei der Junioren-WM an der Gold Coast. Also definitiv eine Nachwuchshoffnung. Tim Siegmann wurde 2007 8er bei der Junioren-EM. Also wir sehen hier eine ganze Menge junge Athleten. Sie leben natürlich von ihrem Bundesstützpunkt, den sie haben, von ihrem Nachwuchs, den sie über die Bundesliga-Rennen wie diesen an die Spitze führen können. Und das macht es natürlich auch spannend für die Gesamtwertung. Ja, absolut. Wenn jemand mal den großen Favoriten aus Besuchten ärgert und Potsdam war auch sehr, sehr knapp nur Zweiter im Kreichgau. Insofern haben wir jetzt einen Ausgleich in der Gesamtwertung. Also wir sehen bei den Männern, nach der Hälfte der Saison geht es spannend zu. Noch keinen Sieger abzusehen. Das war heute das zweite Rennen hier der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga mit einem wirklich überlegenen Sieger. Tolle Leistung, Justus Nieschlag beim ersten Rennen nicht am Start gewesen. Diesmal hat er wirklich von Beginn an, vom Schwimmen weg, ist als Zweiter aus dem Wasser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann beim Teil auf dem Rad eigentlich sofort in Führung gegangen. Sofort das Heft in die Hand genommen und durchgezogen. Und natürlich auch die Mehrheit an Führungsarbeit auf dem Rad geleistet. Also wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, verdienter Sieg für Justus Nieschlag vor seinem Teamkollegen, dem Sieger aus dem Kreichgau, Richard Murray, der Olympia Vierte, der es auf der Laufstrecke für sich noch gebogen hat. Die Laufleistung wird bestimmt wieder überragend gewesen sein. Aber man sieht einfach, dass Justus zur Zeit eigentlich einfach das komplette Paket mitbringt. Und das eigentlich auch schon die ganze Saison. Wenn es letzte Saison noch ab und zu etwas gehakt hat und einige Rennen nicht so liefen, wie er sich es gewünscht hätte. Diese Saison zeigte jetzt aber wirklich konstant über mehrere Rennen hinweg, dass er da wirklich eine Entwicklung genommen hat. Und vor allem im Schwimmen und auch auf dem Rad wirklich Weltklasseleistung zeigt und darauf eine solide Laufleistung bringen kann. Und das reicht, um dreimal hintereinander im Weltkampf auf das Podest zu kommen. Und ja, vielleicht würde es ja Richtung 2020, dass sich das auch auf der höchsten Ebene in der WTS etwas weiter nach vorne schiebt. Wir versuchen es nochmal mit einem Interview. Mit Philipp Wiewald, dem Dritten der Junioren-Weltmeisterschaften letztes Jahr an der Gold Coast. Mal sehen, ob diesmal der Ton mitspielt. Futter war es jetzt, gell? Schauen wir mal. Ich glaube schon, ja. Ihr hört mich so, Philipp Wiewald ist bei mir. Eins, zwei, drei. Okay. Ja, wir sind hier bei der zweiten Station in Düsseldorf, der ersten Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga. Und neben mir steht ein Mann in grün. Philipp Wiewald, er ist die Nummer eins vom Potsdamer Team, die Nummer vier heute im Zieleinlauf. Philipp, wie war das Rennen heute aus deiner Sicht? Nimm uns mal mit auf die Reise. Ja, also es war eigentlich mein bestes Rennen der Saison bis jetzt. Ich hatte ein ganz gutes Schwimmen. Also mein Start war noch ein bisschen schwierig, weil ich nicht so gut weggekommen bin. Und dann ziemlich im Pulk drin war bis zur ersten Bojo und ich frei schwimmen konnte. Aber hinten raus hatte ich dann eigentlich ganz gut Platz und konnte, denke ich, noch ein bisschen Zeit gut machen. Dann war ich, glaube ich, kurz in dem Murray aus dem Wasser und kurz in dem Franz. Und ja, bin dann mit denen in die Wechselzone, sehr guten Wechsel. Dann an denen vorbeigefahren am Anfang vom Rad und in die erste Gruppe. Und dort habe ich dann eigentlich die Beine hochgenommen. Und bin ab und zu mal mit durchgegangen, aber habe eigentlich versucht, mich zu schonen. Konnte dann auch gut vorne reinfahren mit dem Team. Und schnellen Wechsel, stark angelaufen. Und dann hatte ich leider am Ende noch die Zeitstrafe, die mich, denke ich, noch den Kampf um den dritten Platz gekostet hat. Aber ich konnte dann noch den Max Schwelz auf der Zielgeraden übersprinten. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, mit dem Team habt ihr heute mit Sicherheit diesen Sieg eingefahren. Das bedeutet für euch, für dich natürlich auch sehr, sehr viel. Wir konnten so ein bisschen reinhören. Die Stimmung ist super. Aber erzähl mal so ein bisschen, wie schaut das aus im Trainingsalltag? Wie viel macht ihr zusammen? Wie viel passiert da in Potsdam gemeinsam? Ja, eigentlich trainieren wir alles zusammen. Also mit den Jungs aus Potsdam, Tim, Giulio. Und mit denen trainieren wir eigentlich alles zusammen. Auch mit dem Johannes und so. Und ja, wir versuchen dann, die Ausländer nur einzusetzen, wenn wir es wirklich nicht anders hinbekommen. Also wir versuchen eigentlich nur mit Leuten von unserem eigenen Stützpunkt das Ganze. Aber es ist halt leider nicht möglich, weil wir auch bei Continental-Cups und Weltcups unterwegs sind. Und ja, dann ergänzen die uns, denke ich, ganz gut. Es ist auf jeden Fall jetzt der Kampf um die deutsche Meisterschaft sehr, sehr spannend gemacht worden. Wir haben noch zwei Stationen in Tübingen und Berlin. Sehen wir dich da nochmal? Ja, ich denke bei beiden Rennen, wenn alles gut geht. Also wenn keine Verletzungen oder Krankheiten dazwischen kommen. Dann drücken wir die Daumen und freuen uns. Alles Gute, gute Regeneration. Danke. Soweit also Philipp Wiewald und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Athleten. Und der hat heute... Ja, machen wir weiter. Schalten wir uns noch mit drauf, liebe Kollegen. Ja. War von vorn bis hinten ziemlich hart und ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut geht. Aber hat richtig Bock gemacht. Ihr seid beim Schwimmen eigentlich eine Fünf-Mann-Gruppe gewesen. Und dann nach der ersten Radrunde war dann nur noch zu zweit Maximilian Schwitz. Und du, habt ihr irgendwie eine Attacke gemacht? Habt ihr euch abgesprochen oder ist es einfach so passiert? Oh, nee, das ist einfach so passiert. Also ich hatte ein bisschen Probleme in die Wechselzone zu laufen. Ich bin ja quasi vorne geschwommen, aber an Position zwei. Ich hatte halt die Lücke nach vorne, konnte ich aber auch nicht zuschwimmen. Und da war ich schon ein bisschen groggy auf dem langen Weg in die Wechselzone. Und Max war mir vorbeigelaufen und hat gesagt, komm jetzt, wir müssen hier weg. Und hab dann aber durch einen schnellen Wechsel war ich direkt dran. Und dann haben wir gleich mal richtig den Hammer runtergedrückt. Und ja, dann waren wir weg. Und dann wusste ich, okay, jetzt müssen wir das einfach durchziehen. Und so viel Vorsprung, wie es irgendwie geht, mitkriegen. Und wenn man halt erst mal weg ist und die Lücke groß ist, dann ist es auch mental für die hinten hart. Und dann habe ich so ein bisschen spekuliert, dass die sich vielleicht nicht 100 Prozent einig sind. Und ja, von daher Vollgas und hat gereicht. Ja, beim Laufen kam natürlich dann nochmal dein Teamkollege Richard Murray so ein bisschen auf. Aber knapp 50 Sekunden, das ist natürlich für einen Justus-Nieschlag schon eine ganze, ganze Menge Holz. Da ist es gar nicht so einfach, diese Lücke zu schließen. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wie geht die Saison weiter? Du machst ja eigentlich dieses Rennen heute so ein bisschen aus dem Training heraus, hast du gesagt. Ja, ich habe die Woche gut durchgezogen und auch gestern nochmal einen ziemlich langen Tag gehabt. Deswegen war ich mir nicht so ganz so sicher, was die Beine so hergeben. Aber es ging erstaunlich gut. Und das war jetzt halt einfach nochmal eine intensive Einheit auf dem Weg nach Hamburg. Es hat gut geklappt. Jetzt kommt nochmal ein schöner Trainingsblock. Jetzt bereiten wir Hamburg vor. Und nach Hamburg gehe ich dann nochmal in die Höhe, Höhentrainingslager. Direkt aus der Höhe dann Berlin, Deutsche Meisterschaft. Und von da aus geht es dann direkt nach Tokio zum Test-Event. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Da drücken wir dir die Daumen, dass alles gut läuft in der Vorbereitung dahin. Es hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Alles Gute für den Rest der Saison. Justus Nieschlag, Sieger in Düsseldorf. Jo, danke. Ich hatte auch meinen Spaß. Ciao. Also, da haben wir doch schon mal prominente Stimmen am Mikrofon gehabt. Platz 4 und Platz 1 in der Einfolge. Ja, für Philipp Wiewert natürlich ein fantastisches Rennen, hat er selber gesagt. Hat auch so ein bisschen unseren Eindruck bestätigt, dass es hart war an dem Bojen beim Schwimmen. Er ist natürlich ein starker Läufer. Er muss im Prinzip im Schwimmen durch das Hauptfeld. Er ist so der Prügelei ausgesetzt. Ja, auf dem Rad natürlich. Wir haben jetzt vielleicht nicht ganz so viele Bilder gesehen, aber für Athleten ist es in so einer Größengruppe natürlich auch immer schwierig, sich durchzusetzen. Gerade für so einen Jungathleten. Aber im Laufen hat er seine Aufgabe richtig gut gelöst und er hat gesagt, wenn es geht oder wahrscheinlich ist er bei den anderen beiden Rennen auch dabei. Wir haben ja gesehen, was für eine starke Stütze das Potsdamer Team ist. Ja, das wird spannend. Das ist der Kampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft auf jeden Fall sehr, sehr spannend und nicht sicher, dass Busch Hütten am Ende wieder Titelträger sein wird. Auf jeden Fall. Und genau, Justus auch bestätigt, für ihn war das ein wichtiger Zwischenschritt in seiner Vorbereitung auf Hamburg. Hat das Ding aus vollem Training mitgenommen. Umso beeindruckender sein Sieg, der wirklich sehr, sehr überlegen war. Auch wenn Richard Murray noch ganz schön aufgelaufen ist, aber der Justus, der ist auf der Laufstrecke nicht mehr zu 100% gegangen. Wenn er da ganz ehrlich ist, auch überhaupt nicht notwendig. Und ja, insofern freut mich das auch wirklich sehr für ihn, dass er da seine richtig gute Form diese Saison bestätigen konnte. Und wie er selbst gesagt hat, es geht nochmal in die Höhe, in die Serie Nevada. In Vorbereitung auf das Olympic-Test-Event in Tokio. Und ja, mal schauen. Mit einem guten Schwimmen. Wenn er da irgendwie auch in der vorderen Gruppe dabei ist, das ist ihm zuzutrauen. Vielleicht klappt das ja. So, wir machen uns bereit für den, wenn man so will, krönenden Abschluss unserer Übertragung. Heute hier, wir sind ja schon seit kurz nach 10, Aufsendung im Netz via LaRasch. Übertragung vom T3-Triathlon in Düsseldorf mit den Elite-Rennen in der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga. Aber, Damen und Herren, und wir kommen zur Flower-Ceremony bei den Herren. Dritter, wir hatten ihn während des Renngeschehens gar nicht so sehr die ganze Zeit auf dem Zettel aus Italien. Dario Citti. Das ist ein bisschen eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat auch schon internationale Fahlerung im Weltcup. Ist dort aber auch noch nie so richtig aufgefallen. Da muss man ganz klar sagen, dieser dritte Platz für ihn, das ist für ihn eine richtig hohe Hausnummer. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Es wird aber nochmal laut, denn jetzt kommt hier unser verspäteter Athlet. Bekommt noch alle Ehre. Oh, das ist Micha Zimmer. Da muss man dazu sagen, der gute Mann hat schon vor einigen Jahren aufgehört. Ist eigentlich der sportliche Leiter von dem saarländischen Team. Muss aber aufgrund von Personalmangel noch mal ran. Und der wäre fast überrundet worden von Justus Nieschlag auf dem Rad. Haben wohl 50 Meter gefehlt, habe ich gerade draußen aufgeschnappt. Dann hätte er die nicht ins Ziel gerettet. Dann wäre aus dem Rennen genommen worden und dann wäre das Team Saar nicht in die Wertung eingenommen, weil die nur mit vier Mann angetreten sind. Und insofern hat er alles riskiert, alles gewagt und es hat sich dann ausgewirkt. Sehr gut. Platz zwei für Richard Murray, der Südafrikaner. Ein Top, Top, Topstar, der heute gezeigt hat, zumindest vor allem auf der Laufstrecke, dass er absolute Weltspitze ist. Und der Sieg geht an einen Deutschen an, Justus Nieschlag. In überlegener Art und Weise. War ein tolles Rennen von ihm. Also, ja, gibt es nichts daran auszusetzen. Ich denke mal, das sind die Rennen, da schaffst du Selbstvertrauen. Hat sich das Gestrüppte wohlverdient. Aber auch für David Chitty ein großer Erfolg. Kann man nicht anders sagen. Wir haben es auch nochmal für euch in der Übersicht, auch mit allen Zeiten. Können wir gerne mal einblenden. Und da sehen wir auch die Macht aus Potsdam. Vier Jungs in den Top Ten. Sechs, acht und neun. Ja, das ist sehr überlegen. Der große Star, sage ich mal, des Potsdamer Teams, Jörg van Ektum, wurde im Prinzip nur das vierte Teammitglied. Und, ja, das zeigt auch einfach, welchen guten Job Philipp Wiewald und auch Tim Siebmann gemacht haben, die dort täglich am Olympisch-Stützpunkt in Potsdam trainieren. Und das bedeutet Platz eins vor dem Team aus Buschütten. Maximilian Schwetz, ja, hat es nicht ganz durchbringen können mit dem Podium. Aber er wird noch in der Aufbauarbeit sein für Hamburg. Auch vor den Hintergründen, die du benannt hast. Ja. Ein starkes Rennen auch von ihm. Fünf Stunden Übertragung. Oder etwas mehr. Fünfeinhalb. Neigen sich dem Ende zu. Ja, du bist schon lange dabei. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als da mal einen großen Respekt auszusprechen, wie lange du es hier in dieser luxuriösen Kammer ausgehalten hast. Ja, und das ohne die versprochene Klimaanlage. Bei mehr als 30 Grad hier in Düsseldorf. T3 Triathlon, ein echtes Highlight im Wettkampfkalender der Sportstadt Düsseldorf. Und auch ein echt toller Stop der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Großen Dank an unseren und meinen Experten heute Nachmittag, an Gregor Buchholz. Hat viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank auch für dein Insiderwissen in jeder Lebenslage rund um beide Rennen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, auch gerade mit dir diesen Livestream kommentieren zu dürfen. Ja, wir haben uns größte Mühe gegeben, auch wenn beim Frauenrennen leider das Bild nicht immer da war. Aber ja, wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Das waren im Prinzip so viele Sachen, die wir uns zum ersten Mal durchgeführt haben. Und daraus lernt man. Und ja, vielen Dank. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Restsonntag. Und wärt uns gleich oder bald wieder bei LaRage oder wo auch immer ihr uns geschaut habt. Und schönen Sonntag und schöne Grüße aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, aus Düsseldorf. Ciao, ciao. Ciao.